Selbst dieser Japaner da, wie heißt der, dieser Mr. oder, wie heißt der, dieser eine Japanerbruder, der auch letztes Mal mit Engeln und so live hat, selbst der ist Muslim geworden. Weißt du, wie ich mein? Dieser dicke, dieser dicke Japaner, weißt du, wie ich mein? Selbst der ist Muslim geworden. Tesla, genau Tesla heißt der. Er ist Atheist. Nein, der ist Muslim geworden. Der hat auch sein Shahada gesprochen. Nein, der hat nur so gesagt. Der macht sich lustig über die... Doch, der ist Muslim geworden, Bruder. Ich sag dir, der ist Muslim geworden. Egal, Fakt ist, Bruder, komm mal. Fakt ist, egal wer oben ist mit Barello und dieser Abou-Chaka und keiner, Bruder, das sind alles Muslime und die beleiden sich und drohen sich und schlagen sich. Jeden Tag. Nur Muslime. Bruder, zeig mir doch mal ein Deutscher oben. Oder ein Christ. Ein Hindu. Ein Buddhist. Zeig mir einer oben. Ja, Bruder. Ja, Bruder, was wichtiger ist, wir müssen klären, Bruder... 99% sind Muslime, Bruder. Ja, Bruder, was wir klären müssen, Bruder, sehr wichtige Sache, was hat Senanji für eine Religion, Bruder? Senanji befolgt, Surah 65, Vers... Nein, Vita ist nicht konzentriert. Surah 65, Vers 4. 65, Vers 4. Guck mal, die Leute schreiben alle, der ist Schia. Aber ist er nicht in erster Linie, ist er nicht, Alhamdulillah, Muslim? Ja, Bruder, er befolgt, Surah 65, Vers 4. Er darf Frauen, beziehungsweise Mädchen, Kinder heiraten, die noch nicht die Periode hatten. Ganz einfach. Achso, deswegen geht er so darauf ab. Bruder, hast du schon das ungeschnittene Video von dem gesehen, Bruder? Nein, Bruder. Ist das ein Video, ist das ein, äh, ist das ein, äh, ist das ein Interview? Nein, nein, Bruder, das Originalvideo, wo er das gemacht hat, wo der, äh, per Face, äh, Face-Chat da mit der Alten geredet hat und wegen der Kleinen und so seine Aussagen und diese ganzen Sachen, Bruder, davon gibt's ein Video. Was er da ganz genau gesagt hat, er ist abartig, Bruder, er ist richtig abartig. Ja, ja, Adlerblick war mit Engel, äh, live und Engel hat ihn, hat ihn gedeckelt, Bruder. Ja, selber. Er hat ihn sowas von beschunken, ey, das war nicht mehr schön. Aber selber schuld, Bruder. Man, man weiß doch, wenn man mit solchen Leuten live geht, dass man genau solche Sachen bekommt. Bruder, in einem niveaulosen, äh, Dings. Wenn ich weiß, dass niveaulose Leute, ich rede nicht mehr mit ihnen. Bruder, mach mal, ich zeige nicht so, Bruder, das ist doch sinnlos. Guck mal, die Mutter wurde beleidigt und dann hat er zurückbeleidigt. Was ist das, Bruder? Das ist doch niveaulose, Bruder. Bruder, nicht nur die Mutter, auch die Oma. Der hat zudem gesagt, ah, ne, nimm sie geben. Das heißt, die Mutter deiner Mutter. Das ist so niveaulose, Bruder, deswegen verstehe ich manchmal nicht, warum der überall reingeht und sich blamiert und keine Ahnung was, ich verstehe das nicht. Geh doch einfach nicht hoch, geh doch nicht auf so ein Niveau. Warum, ich muss doch nicht in einen Stream gehen, wo ein K ist und danach mich blamieren lassen. Nein. An alle hier, an alle hier. Und auch, Bruder, so, auch Geist, Habibi, gib auch nicht mehr so Plattformen an solchen Leuten. Ja, nicht so wie dieser Abosofian oder dieser Noah. Keine Plattformen, ich sage nur für die Zukunft. Keine Plattformen geben, Bruder. Nicht. Wir müssen unseren Wert kennen. Bruder, ich gebe nur noch für Kürtibo. Verstehst du, Habibi? Ja, natürlich. Ich gebe aber, wie gesagt, ich gebe nur noch Plattformen für Kürtibo, sonst keinen mehr von denen. Kürtibo! Ja, Bruder, der ist für uns alle da. Der ist für uns alle da, Bruder. Ja, Bruder, vor allen Dingen, wir sollen ja auch ganz klar die Perle nicht vor die Säue schmeißen. Das wird sonst zertreten, Bruder. Wenn irgendwas wertvolles vor den Speinen schmeißt, vor die Säue schmeißt, was machen die dann? Die fressen das auch. Die zertreten das. Ganz einfach. Amen, Bruder. Da hast du sofort kaum recht. Komm, wir schmeißen, komm, wir schmeißen Abuchanjal vor die Säue, Bruder. Aber die schaffen die nicht aufzufressen, Bruder. Das schaffen die nicht bei dir. Ich habe gar keinen Fall, Bruder. Ja, sagt ein. Der ist ein Löwe, Bruder. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Oh, Erda ist wieder da. Erda ist da. Kennst du den noch von gestern? Er hat eben geschrieben auch. Ich weiß nicht mehr, ob der danach weiter geschrieben hat, als ich geantwortet habe. Er war heute Morgen bei mir im Stream, Bruder. Ich habe ja heute Morgen nochmal kurz gestreamt, so eine Stunde. War der auch da. Hat nochmal gefragt, was er lesen sollte. Ja, und dann ist er aber auch direkt wieder runtergegangen. Hat sich wieder bedankt, so wie gestern und ist runtergegangen. Also ich habe das Gefühl, dass er, dass sein Interesse wirklich auch aufrichtig ist. Und ich hoffe auch, dass er den richtigen Weg findet. Und wie gesagt, Erai, du kannst jederzeit bei uns in die Streams kommen, auch hochkommen, mit uns reden, wenn du Fragen hast. Auch während du liest und so, wenn da irgendwelche Fragen auftauchen. Also wende dich ruhig an irgendeinen der Brüder, egal wer das ist. Und wir werden dir nach bestem Wissen und Gewissen, werden wir dir natürlich versuchen, auf deine Fragen Antworten zu geben, die aufrichtig und richtig sind. Genau. Gottes Willen, lieber Herr. Amen, Bruder, Amen. So. Lesen wir doch mal was vor. Gottes Segen, mein Lieber. Und zwar, wir Christen, wenn wir die Bibel lesen, um zu erfahren, wer der Herr Jesus Christus ist, Da hat jemand eine Frage. Darf ich als Christ meine muslimische Freundin in Zukunft heiraten? Nein, mein Lieber. Konrad, die Bibel sagt, dass wir nicht am selben Joch ziehen sollen wie die Ungläubigen. Also du sollst eine Frau heiraten, die denselben Gott aus wie du anbetet, damit es keinen Schaden gibt. Damit eure Ehre wirklich gesegnet wird. Eine Frau, die wirklich fest an dir hält, dir folgt, egal was passiert, egal ob in guten oder in schlechten Zeiten, die deine Gehilfe ist. und stream es geht darum dass wir christen glauben wir glauben dass der hell jesus christus gottes und wir glauben dass er der einzige weg ist wie wir errettet werden und das predigen wir jeden tag lesen aus der bibel vor wenn es nötig ist beantworten wir fragen und wenn die fragen habt könnt ihr sie gerne nennen bzw stellen und wir werden dann darauf eingehen natürlich und ansonsten wenn leute die nicht an den jesus christus glauben bzw einen anderen glauben haben ihr seid gerne eingeladen freundlich freundliche einladung an alle kontos und lasst uns doch gute gespräche führen ja das heißt erzählen erzählt uns woran ihr glaubt ja und lasst uns doch anhand der schriften das heißt bibel und koran vergleichen werde wahre gottes denn wir sagen ganz klar dass nur ihr die bibel nur die bibel kann ewiges leben geben also nur der herr jesus christus kann ewiges leben geben das ist unsere stellung die wir vertreten nur jesus kann ewiges leben geben jesus christus ist gott und wenn du jesus als deinen gott und retter annimmst und an ihn glaubst hast du ewiges leben sagt die bibel und kein anderer gott kann die ewiges leben geben ja weder buddha noch zeugen jehovas krishna allah weder sein prophet muhammad was noch alle anderen sekten niemand von diesen götzen und göttern kann die ewiges leben geben ja und wenn du bereit bist hier hochzukommen kommt hoch lasst uns eine debatte führen überzeuge uns von deinem gott luan tv fragt wann wirst du fragen beantworten wenn überhaupt ab verständnis von luan tv sehr gerne möchtest du hochkommen wenn ja alle die hochkommen wollen sollen eine frage stellen wenn ihr glaubt dass euer weg die wahl ist kommt und zeigt es uns sagt ich möchte wirklich wissen wer wer von euch wissen hat und uns erklären kann und was wir ein fundament was bei einem fundament sein glaube aufgebaut ist ja was ist dann sein fundament auf was wir steinen hast du gebaut wenn zum beispiel der sturm kommt wind kommt ja bricht das sofort ein dein glaube was hast du für ein fundament ja das möchte ich von dir erfahren und wir christen wir haben ein fundament und das ist gott und dieser gott hat einen namen ja dieser gott hat einen namen und sein name ist jesus christus ja sind muslime da die hochkommen wollen ansonsten stelle ich eine frage an die muslime wenn ihr einverstanden seid schauen wir uns doch mal zoll in den versen so in suche 19 vers 83 steht geschrieben allah redet jetzt okay allah sagt siehst du nicht dass wir die satane gegen die ungläubigen gesandt haben damit sie sie heftig aufreizen meine frage ist jetzt ist das hier eine eigenschaft von gott dass gott satane schickt auf die ungläubigen also juden und christen buddhisten atheisten ist das gottes eigenschaft dass er satane schickt oder ist das er die eigenschaft eines teufels also meiner meinung nach schickt nur der teufel seine dämonen seine kleinen teufeln also seine scheitans raus warum sollte gott einen teufel senden oder sonstiges aber vielleicht ist ja ein moslem hier der uns diesen vers anders erklären kann als wir ihn verstehen genau jetzt fehlt ein boom boom ich hab den eingeladen ich hab den eingeladen gucken auf der kreis sehr gut dann könnten wir wieder ein thema öffnen wie zum beispiel das thema mit kaum muss guck mal ob der bruder david auch ich schlage den namen ein den ahmet gerne wurde er hat mich jetzt geändert mit einem neuen account der hat doch drei vier accounts hatte wurde er ist mir also ich habe drei neun account gefolgt warte ich guck mal ich habe von ihm 1234 stück habe ich von ihm wurde 55 mit ex muslim dann scheich ahmed da war dr ahmed ex muslim ich blick da auch nicht mehr durch die werden ja jeden tag gesperrt wurde seiner accounts die melden den doch okay so wir haben einen gast taha hamburg ist wieder weg schade da ist er wieder na super ja alaikum salam alaikum salam mutter so ihr habt ihm was gezeigt das witzige ist was ich hier ein wenig witzig finde weil sowas ähnliches steht auch in der bibel drin nein bleib mal bei diesem vers bleib mal bei diesem vers ja weil bei in der bibel steht fast das gleiche ja ja in der bibel ja in der bibel ja ja in der bibel ja in der bibel hör mal zu hör mal zu hör mal zu fühl dich bitte nicht angegriffen ich habe doch extra gesagt kann bitte einer hochkommen und uns diesen vers erklären falls wir ihn falsch verstanden haben wir greifen dich damit nicht an ja wir möchten du kannst uns jetzt gerne diesen vers einmal erklären wie der zu verstehen ist Bruder und dann können wir gerne darüber reden weißt du und wenn wir das geklärt haben dann kannst du uns gerne den bibelvers geben Oma das ding ist ich wollte jetzt den vers ich aufklären weil ich kann das gerade in dem zu sagen selber nicht aber ich wollte in dem Sinne was sagen weil und zwar was mich aufgeregt hat was man gesagt hat ist das eine eigenschaft Gottes und im Endeffekt ist euch sicherlich bewusst dass bei uns das Leben eine Prüfung ist und bei uns ist es halt auch so wer in der Prüfung als Ungläubiger stirbt der kommt in die Hölle okay erzähl uns erstmal erzähl uns erstmal die Frage war ist das eine Eigenschaft von Gott weil guck mal für uns ja korrigiere uns für uns ist das eine Eigenschaft so wie als hätte Allah den Satan gekündigt ja er hat er hat Schätan gekündigt und hat jetzt die Aufgaben von Schätan übernommen guck im allgemeinen Schätan ist jetzt arbeitslos Allah hat die Aufgabe von Schätan übernommen das ist nicht so im allgemeinen wissen wir bei uns steht auch geschrieben dass der Schätan sozusagen bei jedem da ist und versucht den Menschen etwas schlechter reinzuklicken damit die in die Öre geleitet werden und nicht rechtgeleitet werden das ist ein Teil dieser Prüfung dass Satane auch nicht nur auf spezifisch Ungläubige da steht jetzt Ungläubige sogar auf eigene Muslime ist diese bei denen steht auch diese Prüfung genauso wie bei euch okay wir sagen nennen wir nennen wir die Prüfung was ist hier jetzt guck mal wo ist jetzt hier die Prüfung wenn Allah den Kafir also den Kuffar Satane schickt wo ist da die Prüfung die sind doch eh schon verloren die sind man kann also Allah ist nicht ohne Sinn der Allerbarmherzigste falls man konvertiert sind die ganzen Lünden vor dem Gelächter du hast gesagt Prüfung guck mal in dem Vers steht nichts von Prüfung gar nichts und ich meine im allgemeinen ist das Leben eine Prüfung das sehen wir im Islam sondern das ist sicherlich bewirkt kein Problem aber in dem Vers steht siehst du nicht dass also wie Allah redet von sich in der Majestät dass wir die Satane geschickt haben zu den Kuffar damit wir sie aufreizen zu was aufreizen für was aufreizen also im allgemeinen das ist sogar ein Kuffar hat eine Prüfung in dem Sinne wenn der Kuffar nicht prüfen welche Prüfung soll nicht denn bestehen wenn Allah mich aufreizen will mit Satanen nein guck mal was will Allah von mir wen soll ich aufreizen soll ich einen Muslim töten soll ich einen Juden töten soll ich ein Allgemein soll ich ein Allgemein in der Prüfung geleitet werden die Mission von den von den Schätan ist im Allgemeinen die Menschen in die Irre zu leiten und die Menschen sozusagen zu bewahren dass sie ins Paradies beitreten können in dem Sinne ich als Kaffir bin doch von Ehre geleitet richtig ich glaube nicht an Allah und an den Jüngsten Krieg und dass der Prophet Mohammed ist so genau so warum schickt jetzt Allah Satana auf mich ja wenn ich sowieso schon verloren bin weil Gott weiß was das Beste für dich ist und man weiß nicht vielleicht wirst du aufgrund dieser Satane sogar zum Islam konvertieren in dem Sinne dass du in diese Rechtsleitung geschickt wirst vielleicht es kann sogar so es muss ja nicht sein dass Satana vielleicht macht dein Eigenkopf darüber und wenn du von Satan in die Irre geleitet wirst dann gibt es ja sozusagen diese Barriere wenn du als Käfig stürmst kommst du in die Hölle aber wir sagen wenn die Wahrheit sogar als Moslem kommst du in die Hölle darum geht es mir nicht wer in die Hölle kommt nein mir geht es nur darum mir geht es nur darum warum möchte Allah mich aufreizen wenn ich sowieso schon verloren bin für was warum schickt er das Böse zu mir warum schickt er das Böse zu mir Allah ist doch wenn es einen Schöpfer gibt dann muss er mich durch mich doch lieben und er muss doch mit Liebe oder mit liebevollen Engel muss er mir doch den wahren Weg zeigen können warum das ist dein das ist das Problem nein ich sag ja so stelle ich mir du siehst das anders ja ich weiß ich verstehe ich verstehe wie dein Gott das Verständnis ist ich verstehe wie dein Gott das Verständnis ist guck mal ich weiß dass Allah uns nicht liebt oder dich nicht liebt aber meine Frage ist ist das nicht eher eine Eigenschaft vom Schaitan das ist definitiv eine Eigenschaft des Schaitans wenn du dich auf das islamische Gottes Verständnis einlässt nicht von der Seite du guck mal das Ding ist das christliche Gottes Verständnis ist im Allgemeinen ein wenig differenzierter als das muslimische aber das muslimische spricht halt hat andere Regelungen und unter anderem wenn du durch diese Djinns oder diese Schaitane sozusagen die Schaitane was sind das das sind auch Kreationen von Gott gewesen darauf musst du dich spezifizieren das ist Schaitan ist ja einer der früher im Paradies gelebt hat und danach ist er runter als Heulenfeuer abgesagt worden nachdem er sich nicht vor Atem verbeugen da steht Schaitan Mehrzahl du weißt ja wie die Schaitans entstehen Schaitan dann legt Eier auf dem Meer und danach kommen mehrere Schaitans raus jeden Abend jede Nacht die Frage ist jetzt eigentlich steht ja im Koran dass Allah derjenige ist der Recht leitet er leitet Recht wen er will und er leitet denjenigen er lässt irre gehen wen er will ich bin sozusagen als Kuffar ein liebevoller Mensch ich liebe die Muslime ich liebe meinen Nachbarn ich helfe den Leuten draußen ich gehe arbeiten ich bezahle meine Steuern ich habe noch nie jemanden geschlagen beleidigt und so weiter und so fort ich bin ein liebevoller Mensch beispielsweise und wenn der Weg des Islams der wahre Weg ist ja dann werde ich mich aus freiem Herzen für ihn entscheiden aber anscheinend hat Allah was gegen die Kuffar er möchte gar nicht dass die Kuffare gerettet werden im Gegenteil oh natürlich indem du irre mein Lieber mein Lieber er schickt in diesem Vers Schaitan auf die Ungläubigen ich sage dir ich will nicht an Allah glauben Allah ist nicht für mich der Schicksal er schickt doch aber ich liebe dich also er schickt doch er schickt doch sozusagen Unheil oder nicht er schafft das Unheil willst du das damit andeuten hast du gerade gesagt dass Allah Unheil schickt das ist meine Frage an dich ob du das gerade so interpretierst ob du denkst dass Allah in dem Sinne Unheil schafft du hast das gerade gesagt er schickt das Unheil ja ich habe dich ja das war ja eine Frage das war eine Frage an dich das war eine Frage an dich nach diesem Vers schickt er Unheil ich schickt Satana auf die Kuffar okay okay dann gib mir ganz kurz eine Sekunde guck mal hier ist Jesaja 45 wer ist sieben guck mal guck mal lass dich mit der Bibel zu erklären wir haben hier keinen Bibelkurs nein nein guck du hast gerade gesagt du bist gerade komplett in meine Falle in die Ehe reingetappt weil ich habe gesagt denkst du Allah schafft Unheil ich habe das Exzene gesagt jetzt komm wer ist sieben du bist selber in die Falle wer ich das Licht mache und schaffe die Finsternis wer ich Frieden gebe und schaffe Unheil wir glauben nicht dass Allah derselbe Gott ist wir glauben nicht dass Allah derselbe Gott ist verstehst du das ey ganz kurz ganz kurz hier das ist doch das ist doch irgendeine Wahrheit auf alt Testamenten oder nicht im neun Testament steht welches Moduswort du liest gerade eine Geschichte aus dem alten Testament wir Christen wir Christen folgen nicht dem Gesetz des alten Testaments du liest da gerade irgendeine Geschichte vor das ist guck mal hör mal zu warte hör zu wenn es weg steht lass mich aufgeben verstehe ich und er möchte dass die Kufan nicht gerettet werden aus dem Vers noch schlimmer treibt es es schickt scheiatine auf die Kufar damit sie aufreizen pass auf ich erzähle eine Geschichte du hast immer noch nicht geantwortet was möchte Allah aufreizen wen soll ich aufreizen Allah möchte Allah möchte dass du im Allgemeinen in die Irre geleitet wirst damit du den rechten Weg findest weil Allah weiß was das Beste für dich ich soll also von Allah irre geleitet werden du wirst nicht was sagst du da ich sag du sollst von Allah in den richtigen Weg in den geraden Weg geleitet werden das ist die Mission wenn du wenn du wenn Satane gegen wenn Satane auf dich sind und wenn Satane dir das einflüsst in dein Ohr und du es machen willst aber du trotzdem einen stärkeren Imam bekommst nach Zeit und den Weg zu Gott findest dann hast du die Prüfung sozusagen beinahe bestanden es sei denn du musst nur noch mehr Hassanet machen in dem Sinne wie geht es darum du hast gesagt ich habe gerade eine Geschichte erzählt ich habe gesagt ich möchte aber nicht an Allah glauben was jetzt bleiben die Satane für immer bei mir wen soll ich aufreizen guck die Satane bleiben bei jedem Menschen sogar bei Muslimen das steht zwar nicht in diesem Vers aber es gibt wen soll ich aufreizen Allah sagt ja damit sie heftig aufreizen wen soll ich aufreizen damit du in die Irre geleitet wirst du wirst in die Irre geleitet und wenn du wenn du standhaft bist und einen starken Imam hast dann wird dein Imam gestärkt in dem Sinne also doch in die Irre leiten also doch in die Irre leiten wenn du wenn es diese Satane gibt die dich in die Irre leiten wollen dann und du trotzdem den Weg zum Islam findest dann hast du sozusagen die mein Freund wie die Satane die dich in die Irre leiten wollen die wollen dich Allah hat sie beauftragt Allah hat sie beauftragt dass ich in die Irre gehe das ist doch der Sinn der Prüfung dass du dass du in die Irre geleitet wirst von Satan und dass du dich aber zu Gott wendest das ist doch die Prüfung das ist bei jedem Prüfung nicht nur pass auf pass auf also das heißt Allah hat den Job des Teufels übernommen weil er leitet uns in die Irre ja also er stellt uns eine Falle ja spielt den Schätan fühlt uns in die Irre hat eine Eigenschaft vom Teufel übernommen weil Teufel ist der Teufel ist doch derjenige der in die Irre führt Allah ist doch derjenige der recht leiten soll er sagt er hat die Teufel geschickt überleg mal überleg mal logisch kurz warum warst du jetzt haben wir verstanden wer Allah ist ganz kurz warum ist der Teufel der Satan warum bewacht er das Höhenfeuer und bestraft die Menschen die nicht an die jetzt Christentum gelaufen oder ich sag den Islam das ist jetzt irrelevant im beiden Sinne ist es gleich die Ungläubigen werden bestraft ähm und ich versuche dir gerade zu erklären dass diese Sachen die Schätan macht das macht er nur auf dem Befehl von Gott nur weil Gott gesagt hat nachdem er sich vor Adam alaihi wassalam nicht verbeugt hat hat er gesagt dass er ins Höhenfeuer geht und dass er dort jetzt den neuen Job hat er hat diesen Job gegeben sprich mal gemeint das ist nicht nur bei uns im Islam so das ist bei euch bei den Christen genauso bei der Geschichte von Adam und Eva das ist das Problem und darauf will ich hinaus er hat den Job von Gott gegeben bekommen sprich er macht diesen Job nur weil Gott sozusagen sein Herr ist in dem Sinne okay das heißt ähm du willst uns sagen dass ähm dass das dient damit ich zurechtgeleitet werde aber Allah sagt im Koran dass er die Ungläubigen nicht zurechtleitet was machen was machen wir jetzt guck ich hab doch gesagt diese Dschins sind da um nichts in die Irre zu leiten weil Allah liebt die am meisten die er am schwersten prüft spricht wir sagen die Menschen die am schwersten geprüft werden wo Allah am meisten gucken will okay wie passiert das auch wenn Gott allwissend ist diese Prüfung findet trotzdem statt in dem Sinne also du willst uns sagen dass ähm Allah auch Satana auf die Muslime schickt jeder Mensch jeder Mensch jeder Mensch das ist nicht bezieht sich auf Muslime sogar Muslime beginnt wo steht das im Koran dass Allah auch Satana auf die Muslime schickt jetzt im Koran also spezifisch nicht aber es ist ein Fakt weil warum werden werden wir überlegt mal logisch werden wir jetzt guck mal wenn wir Muslime nicht geprüft werden wo zu haben warum leben wir dann dieses Leben auf dieser Dünya wenn wir nicht geprüft werden müssen da könnten wir auch die Hände im Paradies sein aber wir werden auch geprüft weil bei uns gibt es auch ein Schätan der uns das Einfluss dann will sogar und das soll unseren Imam stärken dem nach wir werden auch in die Irre geleitet jedes Mal und das vom Schätan weil Allah es in diesem Sinne befreit hat damit die Menschen geprüft werden nenn mir mal eine Eigenschaft ähm ähm von 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 Allah ja in diesem Falle die der Schätan nicht hat der aller barmherzigste okay was noch das du hast gesagt ich sollte einen nennen ja das ist schon das ist schon genug ich kenne jetzt die 99 namen von Allah Panorotale nicht okay ich nehme das wo ist er denn barmherzig wenn er die Schätan zu uns Kofar schickt weißt du warum er überhaupt barmherzig ist er hat uns das ganze Leben geschenkt die sagen dass ihm das ganze Leben von Gott gegeben ist okay aber warum du sagst ja dass er barmherzig ist ich finde nicht dass das barmherzig ist dass er auf mich Schätan schickt damit ich aufreize er steckt auch ein bisschen ja tut mir leid lass das Red aus hast du ausgeredet okay ich sag ja ich finde es nicht barmherzig und auch nicht gnädig ja dass Allah sich Schöpfer nennt oder barmherzig nennt oder gnädig nennt aber dann auf Milliarden Kofar ja Scheatin sendet damit sie aufreizen und ich frage dich du hast immer noch nicht geantwortet was ist die Aufreizung mit der Aufreizung das kann ich dir dementsprechend nicht selber beantworten das ist meine Interpretation dass ich sage okay weil ich habe es sind Leute die analysieren und haben so sieben Monate fünf Monate lang das ist schon was anderes meiner Interpretation nach ist es einfach die Irreleitung von den Schätan sozusagen dass sie uns in die Irreleitung wollen damit wir geprüft werden und eine Eigenschaft kann ich hier noch nennen von Allah die auch ein Name von Allah ist weil du kennst die 99 Namen und zwar der Allvergebende das hat der Schätan auch nicht und wir sagen okay Gott bestraft dich zwar in dieser Dunja aber wenn du den Weg findest in dieser Dunja bevor du angenommen du bist 90 Jahre lang 95 Jahre lang ein ein Christ oder ein Ungläubiger gewesen welcher extrem viele Sünden begangen hat aber bei uns hat Treue auch ganz viel damit zu tun und irgendwann kommentierst du zum Islam diese ganzen Sünden die du bevor du davor gemacht hast die sind alle gelöscht und das hat auch was mit Vergebung zu tun weil wenn Gott sogar euch wenn Gott jemanden kommentiert ist und diese ganzen Sünden gelöscht dann das ist wie ein Neustart deiner Geburt da kannst du selber entscheiden wie du dein Leben behandelt wie dein Leben gestalt weil du dein Leben alter reif genug bist mein Freund das ist falsch was du sagst was ist falsch du weißt doch dass du jeden Tag sündigst wenn du den Islam angenommen hast ab einer bestimmten Zeit kommt du sündigst doch danach das ja du sündigst aber du hast im Allgemeinen aber dass du sündigst das ist dein eigener Wille das hat nichts damit zu tun dass die Sünden gelöscht werden die du gemacht hast im Islam gibt es eigene Wille wo steht das auf jeden Fall du kannst alles machen wo steht das wie wo steht das das ist ein Fakt das ist ein Fakt du hast gesagt ich weiß es nicht das ist ein Fakt das ist ein Fakt nenn mir eine Quelle ja bitte wo geschrieben steht dass wenn ich die Schahada spreche äh Entschuldigung dass wenn ich ähm was war das letzte was du gesagt hast nenn mir eine Quelle ja ähm wo geschrieben steht dass wenn ich Moslem werde ja dass ich danach sozusagen nach deiner Logik nie mehr sündige und nenn mir auch die Quelle das habe ich nicht gesagt wo steht dass ich einen freien Willen habe im Koran das habe ich nicht gesagt äh ich habe gesagt dass ich dass die Sünden die du gemacht hast bevor du zum Islam konvertiert bist dass diese gelöscht sind egal was es war in dem Sinne wenn du danach sündigst es ist deine eigene Schuld weil ich wir haben doch diese wir haben doch diese diese Flüsterung von Schätan in dem Sinne und dadurch werden wir an die Ohre geleist und werden wieder die Sünden machen unsere eigene Schuld wo steht das mit dem freien Willen das ist ein Fakt wenn du wenn du angenommen angenommen wo steht das du wirst dementsprechend nach einer Zeit halt eine Sünde bekommen das ist eine Sünde ja aber du kannst doch machen was du willst dein eigener Willen ist das was du machst dein Seine du glaubst doch guck mal du glaubst doch an die fünf Säulen des Islams richtig genau genau so was sind du weißt doch was die sind ja natürlich und du kennst doch im Islam heißt es doch geschrieben dass es ein Schicksal gibt richtig wie meinst du Schicksal definier das Schicksal Schicksal alles was passiert ist geschehen weil Allah es wollte heißt es doch genau sogar wenn ein Blatt hier jetzt fällt so ein Faden ein Staubartikel das war Allahs Wille wo ist es jetzt ein freier Wille wenn es Allahs Wille war dass du heute in meinem Livestream bist dass du gleich sündigst dass du morgen sündigst dass du jemanden umbringst dass du Jihad machst wo ist denn deine freie Wille das ist doch nicht das ist doch nicht Allahs Wille das was ich das was meine Seele machen will das mache ich ob ich jetzt eine Sünde begehe oder nicht das ist meine eigene Sache dafür wenn ich jetzt nicht in diesem Leben bestraft sondern vielleicht im Nachleben kein Problem wenn du keine Quelle nennen kannst ich nenne dir jetzt eine Quelle und zwar zu der Rechleitung guck mal hier du hast geschrieben wir haben den Vers gerade gelesen in Surah 19,4,83 dass Allah Satane schickt auf die Ungläubigen du hast gesagt das dient als Prüfung sozusagen beziehungsweise als Irreleitung damit ich irgendwann den Weg zur Gott finde aber guck mal das ist das Gegenteil was hier geschrieben steht in Surah 16 107 steht dies wird sein weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits also dunja mehr lieben als Jannah und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet ja ob du recht geleitet wird das ist deine eigene Wille nein nein und weil Allah guck mal Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht steht hier guck diesmal bitte liest du alleine ich hab das schon gelesen diesmal bitte vor diesmal bitte vor hier steht dies wird sein weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet wer leitet das Volk nicht recht das ungläubige Volk nicht recht wer ist derjenige der das ungläubige Volk nicht recht leitet warum macht er das nicht und das ich frage dich wer warum macht er das das ist wer liest den Satz nochmal ich möchte den ganzen Wert guck mal mein Lieber du hast eben gesagt das ist mein Wille guck liest den ganzen nein nein guck mal ich frage weißt du warum er das nicht macht weißt du warum er das nicht macht ja ich weil er nicht wahrenherzig ist weil er nicht nein ganz kurz liest diesen Satz nochmal hör zu salamu muta dies wird sein weil sie das diesseitige Leben warte zeig mal nochmal zeig mal nochmal den ganzen Wert bitte so dies wird sein weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet die Menschen die auf dem Leben okay okay wer ist guck mal ich sage dir jetzt ich sage dir ich liebe mein Leben nicht ich liebe das Leben nicht mehr als das Paradies warum lügt Allah das ist der Part 1 hier steht geschrieben dies wird sein weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits ich als Kuffar sage dir jetzt als Christ dass ich das Paradies mehr liebe als diese Welt genau warum lügt Allah warum lügt Allah wo ist das denn wo ist das denn Lügen er sagt doch er sagt er sagt dies wird sein weil sie weil die Kuffar das diesseitige Leben mehr lieben aber Allah ist ein Lügner ich liebe das diesseitige Leben nicht mehr ich liebe das Paradies nicht aber das Problem ist weißt du warum du trotzdem als Kuffar sozusagen in die Hölle gehst weil du nicht an Hasid zu Mohammed das steht da nicht das steht da nicht es steht nur dass ich das diesseitige Leben mehr liebe warum lügt Allah ich bin ja da ich bin gerade und das zweite ist dann kommt der Grund er verbindet das er sagt und und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet da hast du gesagt das ist meine Entscheidung und ich möchte jetzt aus deinem Mund bitte eine gerade Antwort haben dann können wir weiter reden Allah leitet die Menschen in die Höhe damit ihr selber auf den wer ist derjenige bitte antworte mal einmal ganz kurz richtig wer ist derjenige der das ungläubige Volk nicht recht leitet also was er hat jetzt mal denkst du ich sag jetzt dass mein Herr das ungläubige laut diesem wer ist ok ok reicht reicht bruder Harrod hast du ihm auch Sura 19 Vers 83 lesen lassen was denkst du jetzt denkst du ich sage mein Herr mein Herr er fragt tatsächlich denkst du ich sage jetzt Allah das will er damit sagen du bist tut mir leid du bist ja richtig gehirn gewaschen mein Lieber du hast gerade gesagt glaubst du ich sage wirklich dass das Allah ist oder das steht da gerade drinnen du hast es vorgelesen und danach hast du gesagt dass der Mensch derjenige ist das bist du dann derjenige der Schuld ist aber da steht doch ganz klar drin dass Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet und dann frage ich dich bitte antworte gerade wer ist derjenige der das ungläubige Volk jetzt nicht recht leitet und du hast dich hier total blamiert und ich frage dich wer es ist und du sagst wer ist denn derjenige meinst du ich sage das dir dass es mein Herr ist oder Harrod das ist das Thema von 3 Uhr morgens früh geht noch hier weiter ja 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 ach man man diese Mensch die Frage ist nur ich hätte ja nicht dagegen aber ja Bruder die Frage ist wofür braucht dann Allah noch Satan wenn er das selber tut der arme Satan hat doch dann Langeweile er hat doch nichts zu tun Bruder Allah hat sozusagen das habe ich ihm ja gerade gesagt Satan gekündigt Bruder er hat ihn gekündigt er hat ihn gekündigt und hat Satans Jockey-Panda denkst du ich sage dass das mein Herr ist mein lieber Taha du hast definitiv noch die Chance dich zu bekehren du musst nur ehrlich sein auf die Knie gehen und den Herrn Jesus Christus wirklich von ganzem Herzen suchen und dann wird er sich dir offenbar dein Glaube ist mit zwei Suchen beziehungsweise mit einem Vers zusammengebrochen du hast dich noch nicht mal getraut zu sagen ja das stimmt Allah ist derjenige der nicht recht leitet er hat sich entschuldigt fertig dann wären wir weiter dann hätte ich die weitere Fragen gestellt dass es doch eigentlich der Sinn Gottes ist dass ein Mensch der verloren ist zurechtgeleitet werden soll wieso macht das dann Allah nicht wieso leitet er den Ungläubigen denn nicht recht wer ist denn dann dieser Allah der das nicht macht und wieso lügt er über die Kuffar und sagt und das ist weil sie die Dunja also das diesseitige Leben diese Welt mehr lieben als das Jenseits also Dschende Paradies seit wann ist das denn so wir Christen wir freuen uns endlich beim Herrn zu sein weil es hier auf dieser Welt nichts Besonderes in dem Sinne gibt also Allah wusste selber nicht was die Christen glauben es ist ein Test nein so steht das dann nicht dass das ein Test ist also Martin hast du die Erlaubnis hinzukommen mein lieber Gott sehr kurz danach antwort kein Problem Bruder du hattest auch eine Frage unten Bruder bist du noch da? Ja ich bin noch da du hattest eine Frage ja genau und zwar also so ein Kollege von mir also hat mich heute gefragt also er war halt damals Christ und hat sich dann verarschen lassen von halt paar Muslime und ist dann zum Islam konvertiert und dann hat er sich nochmal zum Christentum informiert und ist dann halt wieder zurückgekehrt und er hat also er hat Angst und hat mich gefragt komm bisschen lauter bisschen lauter was hast du noch mal gesagt Warte der Bruder erzählt gerade was und er hatte Angst und hat mich gefragt ob er trotzdem wenn er weiter an Jesus glaubt und dass er trotzdem das ewige Leben bekommt oder ja okay weil also ich wollte nichts Falsches sagen deswegen frage ich dich nochmal wenn er sich jetzt wenn er sich jetzt bekehrt hat dann ja ja okay das war eigentlich nur meine Frage was hast du gesagt über diesseits und jenseits nochmal ich hab du hast ja gesagt irgendwas bei den Christen ist so und bei Muslimen ist so sag mal nochmal also wir Christen wir sollen diese Welt nicht lieben wahre Christen ich rede von wahren Christen die auch auf Gott hören wir sollen diese Welt nicht lieben und wir lieben auch diese Welt nicht weil es hier in dieser Welt nichts Besonderes gibt wir werden sterben alles ist Sünde unsere Gedanken sind Sünde unsere Augen sind Sünde unser Leben ist Sünde überall nur Krieg Streit Drogen Alkohol Positivision Kinder und Totalschaden in jedem Land in jedem Land gibt es Totalschaden von Anfang bis zum Ende aber Allah sagt Allah sagt in dem Vers dass wir die Kuffar von Allah nicht rechtgeleitet werden und er sagt zu uns Kuffar dass wir diese Welt mehr lieben als Janett ja allein wenn ich diesen Vers wenn ich ungläubig wäre und ein Christ fragen würde liebst du diese Welt er sagt nein Jesus hat gesagt wir sollen keine Gemeinschaft mit der Welt haben wir sollen diese Welt nicht lieben und danach kommt ein Muslim und sagt Doktor aber Allah hat gesagt dass wir die Welt mehr lieben dann sagst du der Christ ist zu Händen geblieben oder was was redest du da Allah ist ein Lübner wir lieben nicht diese Welt aber Allah sagt wir lieben diese Welt bleib respektvoll okay hör auf mit diese Allah ist ein Lübner hör auf red einfach so wie du gerade geredet hast dann ist kein Problem also erstens der Vers die er ja die du ansprichst bezieht sich nicht auf euch ihr seid Ahlul Kitab erstens ja ihr seid natürlich Allah sagt in Surah da ist er ungläubig sind diejenigen die sagen Allah ist einer von der Reihe Wollen wir haben die herrufen und dir das genauer sagt weil du redest gerade falsch warte warte und der Vers auf den er sich bezieht ist ist das Allah sagt die Kuffar an sich die sowieso mit Religion nichts am Hut haben lieben dass diesseits mehr als das jenseits Allah sagt im Koran warte Allah sagt im Koran ihr wollt das jenseits ihr wollt das und wer denn jetzt eben hast du gesagt nicht die Kuffar jetzt sagst du Kuffar ja aber diesen Vers den du gesprochen hast dass Allah S.W.T. sagt die Kuffar werden nicht rechtgeleitet das stimmt ihr werdet nicht rechtgeleitet weil in eurem Herzen ist Krankheit das sagt er ja auch und er hat die Krankheit noch in euch vermehrt deswegen könnt ihr deswegen beleidigt ihr auch und werdet die Wahrheit niemals erkennen aber das andere wir beleidigen wir hast du hab ich schon mal einmal deine Mutter oder dich beleidigt nein aber du beleidigst tagtäglich Allah S.W.T. den Gott von auch dir ja und auch Mohammed S.W.T. bleibst du ja auch ja aber es ist doch es ist doch Allahs Wille er hat doch die Schaitans geschickt auf uns aber Allah hat dir noch ein freien gegeben jetzt lachst du jetzt lachst du ist lustig Allah schickt Schaitans auf uns damit wir noch kranker werden und gleichzeitig sagt er er leitert das auch nicht recht Allah sagt im Koran ihr wollt das diesseits haben und ihr arbeitet für das diesseits obwohl das jenseits besser und beständiger für euch ist und das ist wieder eine Lücke ich arbeite für das Paradies ich möchte dass du gerettet wirst wieder eine Lücke aber du bist doch gar nicht auf der Wahrheit wie kannst du dann sagen die Wahrheit ist ja klar folgt folge Mohammed der letzte Prophet das was du sagst dass das nicht die Wahrheit ist das musst du prüfen aber ich arbeite dafür dass du ins Paradies kommst wie kannst du denn für mich arbeiten dass du ins Paradies kommst wenn du selber nicht mal recht geleitet bist mein Lieber das ist deine Meinung aber möchte ich dich gewinnen für meine Firma hier auf der Erde oder möchte ich dich fürs Paradies gewinnen habe ich eine Firma hier auf der Erde oder was wenn ich deinen Weg folge komme ich niemals ins Paradies und außerdem ich folge Jesus mehr als du guck mal eine Frage an dich wenn der Jesus zurückkommen würde und er würde sich die Christen von heute anschauen und die Muslime von heute bei den Christen Party Drogen Alkohol Schwein Muslime Maria trug Kopftuch Muslime beten genau wie er sei kein Heuchler rede die rede 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 wahrhaftig Abou Majin tu jetzt nicht die Christen hör mal zu du stellst gerade die Christen als schlimm und die Muslime als nicht schlimm guck mal so viel Sünde wo es guck mal so viel Sünde es bei Christen gibt es auch bei Muslime und das dreifach das weißt du selbst Nein mein Lieber Nein Stell nicht die Christen als schlimm Abou Majin sei bitte sei bitte ehrlich sei nur ehrlich wenn ich dir eine Schelle gebe wenn ich mir die Rechte hinhalten Abou Majin wieso beleidigst du mich als Abou Khara wieso beleidigst du mich als Abou Khara warum persönlich was habe ich dir getan niemand beleidigt du beleidigst dich als Abou Khara schon wieder jeden Tag sein Name ist doch so nicht ich ich kann doch gar nichts dafür schwör mal auf dein Koran und auf dein Gott dass mein Name so ist komm sag mal ich schwöre mal auf dein Koran dass mein Name so ist komm hör mal zu mein Lieber ich schwöre gar nichts schwöre doch schwöre doch auf dein Koran ich wollte eigentlich nur zwei Sachen schwöre auf dein Koran weißt du schwöre auf dein Koran dass mein Name so ist schwöre doch ich schwöre gar nichts du bist ein Heuchler du bist ein Heuchler jeden Tag kriegst du auf die Fresse von Hamdi jedes Mal und er hat auch recht du bist ein Ahnungsloser du bist ein Munafir geh runter und liest mehr über deine Religion du Munafir du beleidigst du bist die Menschen immer hier persönlich du beleidigst immer persönlich weil du keine Ahnung hast guck mal Bruder Harut so respektlos dieser Mensch respektlos ich wollte ihn nur fragen wer die Kuffar für ihn sind Bruder das ist ein Heuchler der wird dir nie ehrlich sagen das ist ein Heuchler ich hasse es Bruder Judy Bruder Herz ich hasse es wenn er hochkommt und sagt guck mal die Christen so eine Art also die Christen sind alles also Schlampen aber die Muslime mit Kopf doch alle anständig Bruder so viel Sünden bei Christen gibt es auch bei Muslime er soll nicht übertreiben okay ich hasse sowas Bruder er soll neutral bleiben er soll einfach nur ehrlich sein und nicht irgendwie die Muslime als super darstellen das stimmt nicht bleib jetzt ehrlich der Judy hat eine Frage der Abu Khanjar ich hab gar nicht mit ihm gesprochen ich verstehe ganz du musst auch nicht mit mir sprechen sei aber ehrlich weil ich stoppe dich jedes Mal wenn du lügst du sagst immer die anderen Lügen hast du mal hast du mal in den Spiegel geschaut Abu Maljin guck mal guck mal Abu Maljin wie alt bist du eigentlich Abu Maljin wie alt bist du das interessiert doch keinen wie alt nein sag doch bitte wie alt bist du ich bin älter als 25 okay schämst du dich nicht guck mal wer ist für eine Redensart schämst du dich nicht dass du sagst Abu Hara guck mal wie bist du erzogen eigentlich hast du keinen Adep 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 wo habe ich dich beleidigt persönlich sei doch respektvoll wie alt bist du eigentlich beleidigst du nicht den Propheten beleidigst du nicht den Propheten warte mal ist es eine Beleidigung wenn ich sage er hat eine 6-jährige heirat mit 9 hat sie sich zerfetzt wo ist jetzt denn die Beleidigung warte mal hat Jesus gesagt du hast alle Menschen in 7 Jahren hast du mir gerade zugehört soll ich dir zeigen soll ich dir die Stelle zeigen wo steht dass er mit Aisha mit 9 Jahren mit der er 6 hatte wo beleidige ich hier spinnst du eigentlich soll ich dir zeigen dass Rebecca 3 war soll ich dir das zeigen ja das zeigst du mir Harald Harald wir warten jetzt jetzt zeigst du vor 200 Leute wo Rebecca 3 Jahre alt ist wir warten jetzt jalla das war dein das war dein Knockout jetzt dankeschön du bist jetzt groß zeig uns jetzt sofort ich hab für die hör mal zu denkst du ich hoch sofort zeigst du die Stelle du Munafir für dich Geist nimm ihn mal auf und sagele raus raus schon wieder Chara er sagt er ist 3 Jahre alt hat keine Gefällen gar nichts raus Bruder ich kann nicht aufnehmen Bruder hättest du ihn aufgelassen weil damit er sich blamiert mit Rebecca dieser Munafir raus Bruder ich verstehe das nicht guck mal mit Rebecca 3 Jahre guck mal was für ein Lügner Wahnsinn kein Respekt kein Respekt oder er hat zwei Stellen aus dem Koran gerade genannt zwei Stellen hat er aus dem Koran genannt also eine hat er wiederholt eine hat er genannt Entschuldigung guck mal was er schreibt guck mal was er schreibt warte mal das zeige ich haben die Leute machen mal ein Screenshot mach Screenshot bitte Screenshot wir zeigen schon Hamdi warte ich mach Screenshot habe ich auch sehr gut Screenshot das zeigen wir Hamdi weil wir haben das Gespräch heute noch gehabt nicht persönlich beleidigen jetzt wirst du sehen wir zeigen das jetzt wirst du sehen jetzt wirst du sehen wir werden extra ein Stream machen für dich Abomajin weil wir haben das Thema heute nochmal gehabt und gestern mit dein Hamdi kein Problem wir klären das jetzt okay öffentlich öffentlich was ab ladet mal ein geist oder einladen dieser abo wieder locker oder wie der heißt er hat auch zu mir glück schweißer gesagt so ja wo das normal warum warum guck mal weißt was du jetzt gerade bei mir versuchen seit zwei Tagen wenn du kein Christus was machst du in Stream stellst du Fragen gegen es darf jetzt darf jetzt darf jetzt kein Mensch mehr darüber reden ja das ist meine Masche jetzt so achte die Runde du kannst jederzeit kommen ich gebe dir meine Adresse achte nicht auf ihn Bruder beleidigt das kennen wir noch guten Abend guten Abend nur bedrohen und beleidigen nichts anderes sehr gut wir haben jetzt Screenshot sehr gut zu begrüßen den neuen Gast guten Abend und zwar hätte ich mal eine Frage jetzt es interessiert mich allgemein Thema Religion verschiedene Religionen etc ich bin auf dem Weg des Atheisten sage ich auch ganz ehrlich offen wie steht ihr dazu weil ich finde also wenn ihr meine Meinung hören wollt ich finde es halt was mir auch sehr aufgefallen ist dass Religion viel spaltet unter anderem man sieht es immer wieder unter Evangelien Katholiken Christen Moslems Buddhisten es gibt es ja verschiedene Arten von Religionen die auch alle an verschiedenen Göttern glauben aber woher weiß man welcher dieser eine Gott ist wenn alle unterschiedliche Götter haben verstehst du was ich meine meine Frage ja ja ich verstehe ich sehr gut also ich verstehe dich sehr gut ja und da wollte ich mal fragen ob du vielleicht eine Aufklärung darüber geben könntest weil mich das interessiert was willst du aber genau wissen was ist genau deine Frage welcher ist der einzig wahre Gott da muss ich dich erstmal zurückfragen du bist ja eine Atheist das heißt du willst nicht mal an Gott glauben oder nein also ich habe es nicht vor weil ich halt finde wie ich gerade sagte dass Glauben viel spaltet genau warum soll ich dir dann antworten wer der wahre Gott ist wenn du sowieso kein Interesse daran zu glauben also ist nicht böse gemeint ich weiß was du meinst verstehe ich vollkommen weil einfach die Interesse da ist auch wenn ich jetzt Atheist bin sage ich mal interessiert mich das Thema weil ich habe auch muslimische Freunde ich habe christliche Freunde ich habe evangelische Freunde die mich akzeptieren obwohl ich Atheist bin ja absolut das war jetzt kein Vorwurf aber niemand kommt mir beantworten warum sie an verschiedene Götter glauben oder warum es nicht nur einen gibt ich kann jetzt aus meiner Perspektive antworten danach kann auch gerne der Bruder Harrod also aus meiner Perspektive kann ich dir kann ich dir eine Sache erklären wie heißt du Moment Team Tora sag gerne Tora okay Tora erstens mal freue ich mich dass du eine interessante Frage gestellt hast also quasi im Allgemeinen das bezieht sich ja quasi eigentlich für alle Religionen aber wir können quasi erstmal nur für unser Glauben sprechen ich kann dir du hast eine Sache sehr sehr schön gesagt es gibt es gibt im Prinzip glaubt jeder irgendwie an einen anderen Gott sage ich mal Muslime Christen Buddhisten Hindus bla 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 jeder sagt dass er quasi den wahren Gott hat oder wahre Götter wie auch wir sagen wir sagen es gibt es gibt einen Gott es gibt nur einen Schöpfer es gibt nur eine Quelle der allwissend ist der perfekt ist und der gerecht ist so wenn wir sagen ich glaube an Gott jetzt kommt mein Nachbar er hat er hat einen anderen Glauben sagt ich glaube auch nur an einen Gott und immer so weiter dann müssen wir uns fragen warte mal du glaubst an einen Gott du glaubst nur an einen Gott also wir glauben alle an einen monotheisten also wir haben quasi alle eine monotheistische Glaubensvorstellung an einen Gott so ist jetzt von uns alle derselbe Gott das ist interessant oder weil alle glauben irgendwie komischerweise sagen wir mal von zehn personen glauben neun daran dass sie nur an einen Gott glauben aber die haben alle verschiedene Glaubensrichtungen jetzt müsste man davon ausgehen rein theoretisch dass alle an denselben glauben weil die glauben alle nur an einen Gott oder was sagst du ja so denke ich auch so aber so ist es leider nicht ok so bei den Christen und bei den Juden ist es ein bisschen anders ich kann dir ein Beispiel sagen der Gott der Gott der Juden und der Christen stellt sich ein bisschen anders vor du hast eine Beziehung zu diesen Schöpfer das heißt er ist nicht weit entfernt von dir es ist nicht so ein unendlich entfernter Gott den du nie sehen wirst wo du mit ihm sprechen wirst du er ist einfach unerreichbar für dich in anderen Glaubensrichtungen bei den christlichen jüdischen bei der christlich jüdische Vorstellung eines Gottes oder eines wahren Gottes oder den einzigen ist der sehr sehr nah du hast eine sehr enge und persönliche Beziehung zu diesem Gott und er hat auch einen eigenen Namen das heißt diese 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 dieses respektvolle dieser respektvolle titel wenn wir sagen Gott ist wirklich nur aus Respekt er hat verschiedene Titel aber er hat einen eigenen Namen wir müssen ihn unterscheiden gerade aus solchen Gründen wie du schon gerade schön gesagt dass jeder glaubt irgendwie an einen Gott also jetzt in so ist es nicht der christlich jüdische hat einen eigenen Namen das ist sehr sehr interessant er hat einen eigenen Namen damit damit man ihn unterscheidet von anderen falschen Götter von anderen falschen Götter so wenn du sagen wir mal jetzt einen Muslim fragst wie stellt sich dein Gott vor dann wird er dir erklären ja und sei so und sei so und so dann ist es interessant und wenn du aber speziell fragst wie heißt er dann wird er sagen er heißt Gott aber Gott ist ja kein Name es ist nur ein Titel so wie du Mensch oder nicht dem Torah so dann fragst du einen Christen oder einen Juden wie heißt dein Gott dann schlage ich wird wird schon mal interessant dann wird schon mal interessant jetzt haben wir zwei beziehungsweise drei Glaubensrichtungen zwei sind sich einig wie der Eignahme dieses eine Gott ist und die andere Glaubensrichtung Entschuldigung einen Moment ich bin auf Arbeit deswegen Etage 5 alles gut ich habe jetzt definitiv wir haben die das geschickt die Einladung sehr gut Gottes Segen Bruder Mensah Oh Mensah Gottes Segen Bruder Gottes Segen meine Geschwister ich hoffe euch geht es gut Bruder wenn du darfst natürlich Bruder mir geht es sehr gut Gott ihr macht gute Arbeit ist voll interessant euch zu hören kann ich nur zurück geben Bruder jetzt danke danke ich schon seit 15 minuten zu oder so ach so zufall du bist gerade reingekommen und dann kam der team Tora und hat gerade es ich war schon vorher drin wo die war er wegeta da rum geflogen oder wir haben screenshot gemacht ich habe haben die jetzt eingeladen hier oder wir zeigen er wird sein ohr bis mecker ziehen oder das ist so peinlich also das ist so schlimm dieser stream ist ja sowieso aufgenommen das heißt wir zeigen ihn sogar schlimmstenfalls wenn das stream später geschlossen wird können wir diesen stream gespeichert haben dann können wir auch noch zeigen dass ich gar nicht persönlich beleidigt habe aber das machen wir vor allem er fragt euch ob der herr jesus stolz wäre wenn er zurückkommt und christen sieht und ich wollte ihn eigentlich fragen ob er glaubt dass jesus vielleicht stolz auf ihn wäre dass er leute beleidigt und solche sachen aber jesus hat kein maßstab das ist das problem ich könnte bis morgen sagen jesus aber die glauben nicht mal jesus das ist das problem die maßstab ist ja mohammed und deswegen brauchen man sich auch einiges nicht sagen er hat auch gesagt in diesem vers seid nicht ihr gemeint nicht sondern die ungläubigen aber wer sind dann die ungläubigen für die muslime wenn die ihm das hören würde er würde dafür auch einen nacken geben ich weiß wir machen für ihn noch ein extra stream für ihn speziell für diese beleidigung die haben so oft darüber gesprochen so Tim Thora du bist wieder zurück entschuldigung wie gesagt ich bin auf der Arbeit da musste ich reingehen kein problem gerne gerne kein problem wir waren stehen wir sind stehen geblieben bei dem Namen über den Eigennamen genau so das heißt die Christen und Juden sind sich einig dass der Gott quasi in der Bibel also im alten Testament auch im neuen Testament also er hat quasi einen Eigennamen das ist Yahweh so das heißt wir haben ihn jetzt quasi also bei uns quasi hat er jetzt einen speziellen Namen also es ist nicht Buddha es ist nicht Shiva es ist nicht Krishna es ist nicht Allah sondern Yahweh aus Respekt aber Tim Thora nennen wir ihn seinen Namen den habe ich dir jetzt nur gesagt damit du nur weißt um was es geht also wir nennen seinen Namen gar nicht aus Respekt also weder Juden weder Christen erwähnen seinen Namen nicht auch nicht in Gebete sondern wir sagen Herr aus Respekt so jetzt wissen wir schon mal an welchen Gott wir glauben wir glauben an einen Gott und er hat einen Eigennamen so natürlich ist es noch viel viel tiefgründiger wenn man jetzt wirklich tief in die Materie geht aber so für die für dich dass du erst mal verstehst um was es geht jetzt kommt die nächste Frage wieso ist dieser Gott jetzt wahrhaftig für uns und warum nicht alle anderen das wäre die nächste Frage sage ich mal weil ich habe dir jetzt quasi jetzt vorgestellt um was für ein Gott es sich überhaupt handelt sage ich mal genau was sich unterscheidet das erkläre ich dir jetzt ich mache es auf eine Kurzfassung ich weiß nicht wie lange du Zeit hast ja also ich habe noch eine halbe Stunde okay gut danach macht der Haro zu so gleich weiter weil ich gehe gleich ins Fitnessstudio aber ich mache es kurz so was jetzt was jetzt kommt ist sehr sehr interessant es gibt ja die Zoroastria die gibt es immer noch in Persien es gibt die Sikhs es gibt die Jesiden es gibt viele Glaubensrichtungen die auch noch an einen Gott glauben nicht nur Muslime jetzt fragt man sich warum seid ihr richtig und wieso sind die falsch und was unterscheidet ihr euch jetzt quasi voreinander okay ihr habt einen eigenen Namen okay jetzt weiß man dass er sich richtig speziell unterscheidet jetzt kommt die Beziehung was für eine Beziehung hast du zu deinem Schöpfer zu deinem Gott ja du persönlich kannst sagen guck mal ich bin ein Agnostiker ich würde gerne an einen Gott glauben aber ich weiß nicht ob ich es muss ob es für mich relevant ist ob ich ihn überhaupt brauche das ist die nächste Frage da du kein Agnostiker bist brauche ich dir diese Fragen auch gar nicht stellen weil jeder hat eine andere Vorstellung von einem Gott der eine sagt ich möchte nicht an Gott glauben der eine sagt doch ich möchte an einen Gott glauben aber er muss so und so und so und so und so sein damit er quasi für mich überhaupt interessant wird ja deswegen es wäre für mich irrelevant ich kann dir noch bis morgen erzählen wie unsere Gottesvorstellung ist aber wenn sie deinen Vorstellungen nicht entspricht macht das ja keinen Sinn deswegen bist du ein Atheist deswegen kann ich dem Allgemeinen ja und nicht Werbung extra für meinen Glauben machen wir reden im Allgemeinen so weil die Werbung bringt mir ja nichts weil du glaubst aber da will ich dir Gott ja gerne also nur weil ich Atheist bin jetzt respektiere ich trotzdem jeder der eine Religion hat oder ein Glaube für sich selber ja mein Sohn zum Beispiel sage ich dir auch offen und ehrlich den habe ich taufen einfach weil er selber für sich entscheiden soll weißt du was ich meine absolut es ist jetzt nicht so dass ich jetzt irgendwie das verleutene oder sonstiges so aber ja nur ich selber halt das ist so von damals halt meine Mutter zum Beispiel ist Hinduistin Hinduistin ja konvertiert oder also von Geburt aus nein nein sie kommt aus Sri Lanka meine Mutter mein Vater war Deutscher der war Christ ähm und ja wie gesagt ich habe nie wirklich damit zu tun gehabt so ich konnte mich nie damit identifizieren interessiert es dich auch gar nicht so im Nachhinein oder also ich habe mal eine Geschichte von einem Arbeitskollegen gehört die sage ich dir offen und ehrlich er war halt sehr in die Kriminalität verwickelt mit Drogen, Alkohol etc. pp er hat mir die Story erzählt dass er dann angefangen hat halt sich in die Bibel einzulesen das fand ich mega interessant bin ich dir ganz ehrlich er hat sich da eingelesen und dann auch regelmäßig gebetet und alles und hatte auf einmal wie hat er es genannt eine Erscheinung oder Geistesblick keine Ahnung das sag ich mal seinen Weg geändert hat also er hat sich quasi seitdem ein bisschen verändert genau seitdem macht er jetzt christlichen Musik-Rap sag ich mal ok also das fand ich halt sehr interessant also interessant warum sein Charakter oder sein ja genau wie das sich auf einmal so von einem auf den Tag geändert hat weil er jetzt die Bibel gelesen hat verstehst du was ich meine ja ich kann dir ein Beispiel geben wenn du möchtest Team Tora ja gerne ich bin offen dafür mich interessiert das Thema deswegen also immer gerne genau also historisch kein Problem gerne 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 guck mal historisch wenn man sich jetzt wirklich mal historisch mal anschaut hat gibt es kein Stamm gibt es kein Volk gibt es keine Nation die atheistisch waren jeder Mensch sogar es wurde sogar herausgefunden dass sogar Neandertaler einen Glauben hatten dass sie sogar an eine höhere Macht geglaubt haben ich will dir nur damit sagen dieses Thema Religion oder an eine höhere Macht glauben das gab es schon immer das kannst du mit den Menschen das kannst du nicht trennen das war schon immer ein Mensch glaubt immer an was Höheres sogar wenn er sagt ich glaube nicht daran im Unterbewusstsein glaubst du daran schon allein wenn jemand sagt oh mein Gott oder du brauchst immer was wo du dich wo du dich festhalten kannst ein Mensch in einer ganz Extremsituation du greifst nach irgendwas ja wo du dich vielleicht festhalten kannst ja an irgendwas Höheres in deinem Unterbewusstsein ist es da sogar wenn du sagst ich bin ein Atheist du denkst du bist ein Atheist natürlich gehörst du nicht irgendeine bestimmten in einer bestimmten Glaubensrichtung an will ich jetzt ich will jetzt nicht irgendwie was nein nein alles gut ich nehme das nicht so aber im Unterbewusstsein ja braucht jeder Mensch ein Gott weißt du warum stell dir mal vor stell dir mal vor du hast keine Mutter und keinen Vater du hast keine Mutter und du hast auch keinen Vater das heißt du lebst dein Leben es gibt zwar also biologisch natürlich hast du deine Eltern die kennst du aber nicht du denkst aber du hast keine Eltern du bist aufgewachsen ohne Eltern das heißt du kennst sie gar nicht aber im Inneren hast du einen Drang sie kennenzulernen weil du siehst andere Menschen die ihre Mutter haben die ihre Vater haben die Liebe bekommen die du nie bekommen hast dann kriegst du irgendwann einen Drang ich möchte auch mal meinen Vater kennenlernen oder meine Mutter kennenlernen und was sind deine Eltern die sind ja ein bisschen höher als du du schaust ja nach oben du schaust ja immer nach oben an deinen Eltern das heißt wenn du Probleme hast redest du mit deinen Eltern wenn du einen Tipp bekommst oder dir wird gesagt hey mach das nicht mach das nicht dann kommen deine Eltern zu dir die auf dich aufpassen die dich lieben das heißt der Mensch braucht immer immer jemanden an den er sich quasi lehnen kann an den er woher sagen kann okay den höre ich jetzt mal zu das tut mir gerade gut ich brauche quasi eine Person wo ich mich hinsetzen kann wo mir zuhört wo aber quasi mich nicht reduziert auf ja sagen wir mal du bist jetzt ein Satanist beispielsweise und dieserjenige möchte mit dir nichts zu tun haben weil du weil er dich quasi reduziert auf deine Glaubensrichtung aber du bist als Mensch trotzdem immer noch ein Mensch und das können manche nicht unterscheiden das können manche nicht unterscheiden dass sie sagen nee also ich möchte mit ihm gar nichts mehr zu tun haben das ist er glaubt an die Stars bla 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 das muss man unterscheiden und du Team Thora ich glaub mir vertrau mir egal wie sicher du von dir bist und sagst ja ich bin ein Atheist ich brauche gar keinen Gott und das ist sowieso Schwachsinn und das ist Blödsinn du musst mir das Gegenteil beweisen dass es keinen Gott gibt weil man sagt doch immer beweis mir dass es Gott gibt dann kann ich dir beweisen zeig mir mal dass es keinen Gott gibt sogar Wissenschaftler können bis heute viele Sachen nicht erklären wieso sie so sind wie sie sind es sind alles nur Theorien hast du das gewusst diese ganze Wissenschaft und Theorien richtig das heißt eine Theorie nach der anderen eine Theorie nach der die Darwin Theorie die wurde sogar widerlegt du kannst sogar in YouTube mal einschauen äh angeben Darwin Theorie die wurde widerlegt von einem anderen Wissenschaftler jetzt frage ich dich ähm hä ja was ist dann die Wahrheit was woher will man wissen ja diese Perfektion im Universum wie wir erschaffen wurden diese Perfektion wo die Erde heute steht Millimeter Zentimeter genau das weiß keiner genau wenn wir sagen es ist ein Zufall ja gut äh wollen wir wissen dass es wirklich ein Zufall ist die Wissenschaft kann dir das nicht beweisen aber ein Geläubiger jetzt nehmen wir mal uns als Beispiel als Christen wir können dir sagen doch es ist gar kein Zufall es sollte so sein weil unser Schöpfer ja der weiß ganz genau was er da gemacht hat bei uns steht sogar detailliert was er genau gemacht hat wieso weshalb warum das heißt einer jetzt nehmen wir als Beispiel der Christ der kann dir zum Beispiel ähm ähm erklären wieso aber ein Wissenschaftler kann dir vielleicht durch Mathematik durch Physik und bla 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 vielleicht 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 erklären wieso aber er wird dir trotzdem sagen hm genau bin ich mir auch nicht weil da man ist sich bis heute nicht ganz sicher in dieser Thematik dann bleibst du im Endeffekt immer noch hast ein Fragezeichen weil du denkst okay ich habe jetzt vier Wissenschaftler gefragt und keiner kann mir irgendwie richtig antworten weil die sagen es ist eine Theorie 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 So aber ein Gläubiger kann dir sagen ich kann dir sagen laut meinem Glauben laut meinem Gott meinem Schöpfer ist die Erde so und so weil etc. jetzt musst du für dich wissen Team Thora wenn du morgen stirbst Gott bewahre wenn du morgen stirbst hast du einen Nachteil wenn du an Gott geglaubt hast ganz kurz du musst mir genau zuhören Gott bewahre wenn du morgen stirbst und du hast nicht an Gott geglaubt dann bist du für immer weg wenn du morgen stirbst ganz kurz wenn du morgen stirbst ist nur ein Beispiel ich gebe dir nur ein Beispiel wenn du morgen stirbst und du hast an einen Gott geglaubt ja und dann siehst du dass es einen Gott wirklich gab ja was machen wir dann dann hast du doch das Richtige getan oder weil du kannst im Prinzip du hast im Prinzip nichts zu verlieren an einen Gott zu glauben an einen Gott zu glauben du kannst ja nichts falsch machen aber einen nicht an Gott zu glauben da bist du schon verloren was hast du jetzt für einen Nachteil zu sagen ich möchte nicht an Yahweh glauben oder ich möchte einfach nicht an einen Gott glauben weil dann bist du sowieso verloren aber wenn du an einen Yahweh glaubst an einen Gott kannst du verlieren aber du kannst auch gewinnen was hast du für einen Nachteil daran nicht zu glauben also ich sag mal so ich bin ehrlich also ich denke nach dem Tod also wenn man jetzt stirbt kommt nichts mehr dann ist das Ende nee das habe ich verstanden aber was hast du für einen Nachteil zu sagen ich glaube an Gott und du stirbst danach und sagen wir mal es gibt keinen Gott aber gut du hast es halt versucht okay dann ist ja deine Theorie dann ist ja deine Theorie richtig und du bist dann weg vom Fenster also es ist also ich finde persönlich wie gesagt es ist die Spaltung okay dann bleiben wir bei der Spaltung weil da gehst du jetzt nicht drauf ein also du hast meine Frage aber verstanden die Frage was jetzt der Unterschied wäre ob ich jetzt an Gott geglaubt hätte oder nicht ob ich es versucht hätte oder nicht meinst du jetzt genau weil du nur nicht dran glaubst bist du sowieso verloren aber wenn du dran glaubst kannst du verlieren aber du kannst auch gewinnen weil du hast dran geglaubt deswegen frage ich dich ja was hast du für einen Nachteil nicht dran zu glauben einen Nachteil hast du dadurch nicht das sage ich nicht also du hast keinen Nachteil dadurch aber wenn du dran glaubst hast du eventuell einen Vorteil wenn es den Gott ja doch gibt oder ja wenn siehst du wenn aber was verlierst du denn da du glaubst daran und denkst dich so guck mal ich war so so ein Atheist das heißt wenn ich sterbe sterbe ich dann bin ich weg vom Fenster alles klar aber wenn ich jetzt an Gott glaube kann ich verlieren aber vielleicht auch nicht weil wenn es ihn wirklich gibt super es gibt ein sehr sehr gutes Beispiel zum Beispiel also in der Bibel der Apostel Thomas ja der war sehr gläubig aber er war auch sehr skeptisch überleg mal als Jesus auferstanden ist du kennst vielleicht eigentlich die Geschichte oder mit der Kreuzigung und Auferstehung etc. ja doch man hat halt viel man gehört ja so sage ich mal genau ich selber habe mich nicht damit befasst intensiv sage ich auch ganz ehrlich ja musst du auch gar nicht aber im Allgemeinen man hört es ja so die Geschichten was so abgeht wenn man hier so aufwechsert in der Schule und keine Ahnung was so der Apostel Thomas es war sehr sehr interessant als Jesus auferstanden ist also am dritten Tag als auferstanden ist von allen Aposteln bei Thomas war das sehr sehr interessant überleg mal Jesus sagte zu ihm komm er hat ja die Wunden gehabt Thomas war ja schockiert er lebt er ist ja wirklich auferstanden er hat die Wunden angefasst er hat seine Wunden angefasst stell dir mal vor er war von Tag 1 dabei er hat alles gesehen und trotzdem er war trotzdem skeptisch ich will damit sagen ein Mensch egal ob du ich wer auch immer wir sind Menschen das heißt wenn du skeptisch bist es ist okay du bist ein Mensch sogar Thomas überleg mal der Apostel Thomas hat bis zum letzten Tag sag ich mal immer noch dran gezweifelt als er Jesus gesehen hat und die Wunden angefasst hat er war er war schockiert das ist ja wirklich das ist ja das ist wahr deswegen sag ich zu dir was verlierst du wenn du an Gott glaubst und du stirbst du kannst verlieren aber du kannst auch gewinnen weil du hast an Gott geglaubt aber du sagst es sowieso okay ich glaube nicht daran was später passiert interessiert mich eh nicht weil ich glaube nicht daran aber was ist wenn es dann doch existiert dann haben wir aber ein Problem dann hast du aber nicht dazu zwingen da an deinen Gott zu glauben mit dir hat auch gerade keiner gesprochen das ist eine unhöfliche Wahl wenn du dich antworten kannst nein nein er zwingt mich ja nicht darum geht es ja auch nicht aber ich sehe das du kannst jetzt nicht auch mal sagen genau nicht wir reden allgemein das ist unhöflich dass du reinredest bin da erstmal salam alaikum alaikum salam stummig mal ganz kurz stummig mal ganz kurz das ist sehr unhöflich so ich zwinge erstens niemanden ich habe Team Tora weder irgendwie bekehren wollen sonst irgendwas ich rede im allgemeinen mit ihm du hast vielleicht nicht falsch verstanden so Fakt ist Team Tora Fakt ist du kannst im Prinzip nichts verlieren sondern du kannst du kannst aber auch gewinnen das ist jetzt so meine Meinung jetzt 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 kommt die Frage was gemeint mit der Spaltung so nehmen wir mal die Zeit vor dem Judentum vor dem Christentum und ja nehmen wir mal die alten Ägypter die antiken Griechen an was haben die geglaubt an der Götte der Liebe der Götte der Schöpfung so stopp stopp das heißt die haben auch an irgendwas geglaubt stimmt's ja zeig mal ein Zeitalter wo es keine Religion gab äh kann ich nicht so dann ist deine dann ist aber deine These jetzt hiermit äh unwirksam widerlegt weil deine These ist Religion spaltet dann frage ich dich gibt es einen Zeitalter gibt es einen Ort auf dieser Bibel äh auf dieser Welt wo es keine Religion oder Glaubensrichtung gab in irgendein Volk du sagst nein bei den alten Ägypter die haben auch an irgendwas geglaubt was machen wir jetzt also deine These ist unrealistisch ein Mensch ohne Glaube gibt es nicht ob er richtig ist oder falsch spielt gerade keine Rolle es gibt es gibt kein Ort auf dieser Welt wo man sagt das war ein atheistisches Volk das gibt es nicht es geht ja auch nicht um das atheistische Volk und ich glaube du hast meine Frage der Spaltung falsch verstanden ich meine wenn man mal sieht wie sich teilweise Muslime und Christen streiten das spielt aber keine Rolle nee 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 du denkst falsch es gab schon immer Kriege untereinander sogar damals und sogar jetzt und es wird auch in der Zukunft so sein das heißt Spaltungen oder Kriege unter Religion oder unter Nationen gab es schon immer das ist aber falsch was du denkst aber guck mal heute Christen und Juden das gibt es nicht seit gestern nein nein das weiß ich darauf war es auch nicht bezogen aber wenn jetzt sage ich mal jeder seine Religion hat und auch an den jeweiligen Gott glaubt sei jetzt mal und es wird ja immer gesagt Nächstenliebe und man soll keine Kriege führen und 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 also es gibt ja viele Sachen dann musst du die Religion ja bitte das meine ich achso dann musst du aber eine Sache unterscheiden es gibt Glaubensrichtungen die beziehen sich auf ihre Schrift wenn sie Kriege führen und manche beziehen sich nicht auf die Schrift sondern auf die Politik so das müssen wir jetzt unterscheiden ich gebe dir jetzt einmal ein Beispiel wenn wir jetzt sehen die ganzen Kolonien mit der Versklavung und bla 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 so haben die die Bibel rausgeholt und haben gesagt wir versklaben dich weil du so minderwertig bist nein das war rein Macht das war Macht politisch jetzt zeige ich dir mal ein anderes Beispiel die Eroberung der islamischen Invasion ja haben sie das war offiziell ein Kalifat das heißt es war ein Gottesstaat ja das war nicht wie die Kolonien das war ein Gottesstaat so das heißt die haben gehandelt nach dem Koran nach dem nach ihrem Buch haben die geherrscht das ist wieder ein kleiner Unterschied jetzt gehen wir mal noch ein anderes Beispiel nehmen wir jetzt mal das Dritte Reich nehmen wir das Dritte Reich an was haben die geglaubt keine Ahnung hast du dich damit nicht beschäftigt nö ich habe mich null mit dem Thema Religion sondern wirklich okay sehr gut das Dritte Reich die waren im Prinzip also christlich waren die sowieso nicht ja das heißt die haben ihre eigene Ideologie die haben an die nordische Mythologie geglaubt an die nordische Mythologie wie wie Odin und etc könnt ihr auch machen wenn die wollen ist ja kein Problem so das heißt die waren nicht nur rassistisch unterwegs weil die waren ja politisch extrem ja und plus dazu haben sie noch ihre nordische Mythologie mit vermischt mit ihrer nationalsozialistische Politik mit vermischt das war so ein Remix quasi so jetzt frage ich dich hätten sie jetzt nicht an die nordische Mythologie geglaubt wären sie aber immer noch politisch extrem und hätten trotzdem Kriege geführt was machen wir jetzt deswegen mache ich auch keine Politik komm nein 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 ich will dir nur damit sagen der Kommunismus der Kommunismus der glaubt an nichts der ist ja atheistisch trotzdem ist der aber was ist der friedlich ist der Kommunismus friedlich was hat der Kommunismus gemacht was hat Stalin Lenin was haben die gemacht das müssen wir gleich sagen oder nö ich möchte ihr wissen du hast ja ein bisschen allgemeinwissen oder nicht nö also von so so das heißt der Kommunismus ich gehe jetzt nach 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 dem was du vorhin gesagt hast also du sagst du bist ein Atheist jetzt gebe ich dir ein Beispiel der Kommunismus ist auch sind auch Atheisten Marx zum Beispiel ja ist ja der Gründer von dieser kommunistischen Ideologie Marx ne er war ja gegen Religion er sagt Religion ist Opium für den Menschen er war gegen Religion jetzt verstehe mich nicht falsch aber er war ungefähr wie du aber nur extremer er sagt der Religion spaltet und bla 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 so der Kommunismus hat so viele Tote ja im Gewissen so viele tote Menschen aber er war atheistisch warum spaltet jetzt die Religion aber das hatten Glaubenskriege doch auch du verstehst mich immer noch nicht du selber bist ein Atheist du sagst die Religion spalten aber wenn du keine Religion hast da gibt es trotzdem Spaltung also ob mit Religion oder ohne Religion die Spaltungen die gab es schon immer und die wird es auch immer wieder geben das heißt mit Religion oder ohne Religion verstehst du was ich meine? ja ich verstehe was du meinst so das heißt du willst aber davon du gehst jetzt davon aus im Prinzip sollte aber trotzdem die Religion irgendwie die Menschen zueinander führen ja also weil wie gesagt Mensch ist Mensch man sollte zusammenhalten und sich aufbauen egal in welcher Hinsicht es gibt aber Glaubensrichtungen die aber Menschen die ihren Glauben nicht angehören nicht als Menschen sehen und da fängt schon das Problem dieses große Problem an wenn jemand sagt du bist ein Schwein oder ein Affe dann sieht man dich ja nicht mehr als Mensch oder? so und da wie sind wir Affen? nein du verstehst du was ich meine die sehen ist als Beleidigung es gibt Glaubensrichtungen die dich als Schwein sehen ja du bist ja kein Schwein denk ich mal du sagst du bist ein Primat ein Primat ist ja kein Schwein oder? nein so dann musst du mir besser zuhören ich hab gesagt Schwein und Affen wenn du dich als Affe siehst ist es dein Problem aber ein Schwein bist du ja nicht denk ich mal so ich will dir damit sagen wenn jemand dich ja als Schwein oder Affe reduziert das heißt er sieht dich in dem Moment nicht mehr mehr als Mensch du bist nicht mehr in der Stufe eines Menschen gehen wir zurück zum Dritten Reich da hat man auch die Nicht-Germanen die Nicht-Arier auch nicht in einer Stufe gesehen das heißt die hat man als Untermenschen gesehen und dann gibt es wie gesagt Glaubensrichtungen jetzt zum Beispiel bezogen jetzt auf Islam nehme ich mal als Beispiel die sehen die sehen dich als Schwein und Affen weil du nicht Muslim bist als Beispiel ja was machen die da? dann gibt es ja aber ein Problem da haben die ein großes Problem wie gesagt wir sind Moslems aber sie sehen mich jetzt nicht als Schwein oder Affen oder sonstiges das muss er dir auch gar nicht sagen es sagt die Schrift ich sage guck mal ich rede nicht über den Menschen du darfst eine Sache jetzt nicht guck mal du musst eine Sache unterscheiden ich rede nicht über den Muslim als Mensch ich rede immer über die Religion über den Glauben über ihre Ideologie ich rede nie über den Menschen Hitler was lauerst du? in der Schrift ist er ein Kaffir Leute bitte nicht Kaffir bedeutet Ungläubiger ja ist er ein Moslem ein Gläubiger ist ein Moslem und ein Käfer werden die Ungläubigen wir haben es verstanden du kannst du wahrscheinlich mit deinem Glauben auch nicht so richtig aus aber ganz kurz ich rede immer noch mit dem Tora dass das ist so die Tora fängt dein Müll soll ich jetzt auch sagen ja im Christen dass alle Muslime Schweine sind oder so nein stimmt nicht wo steht auch denn geschrieben das steht auch nirgendswo geschrieben ihr seid diejenigen die Tora nicht ist da nein also warte kurz wir kommen gleich zu dir zu dir kommen wir gleich wir haben genug mit dir zu reden wir kommen gleich zu dir aber ich möchte erstmal mit diesen Atheisten reden Tim Tora der ist sehr nett ich möchte mit dem erstmal normal sprechen so da fängt die Problematik an Tim Tora die Problematik fängt an wenn eine Glaubensrichtung dich nicht mehr als Mensch sieht sondern dich auf ein Tier also dich quasi in die Stufe eines Tieres sehen und da fängt das Problem an Tim Tora deswegen gibt es auch diese Spaltungen wie soll es eine Gemeinschaft geben wenn eine Glaubensrichtung eine andere Glaubensrichtung als minderwertig als Tier einstuft naja das stimmt nicht was laberst du eigentlich ehrlich kannst du ruhig sein das ist unhöflich du lügst ich höre ja erstmal nur zu lass ihn doch einfach ausreden Tim Tora bitte frag jedes Mal nach Quellen oder so soll er dir die Sura zeigen er labert irgendwann aber ohne Quellen das ist genau was Tim Tora immer befürchtet genau jetzt erfüllt sich sein sein also er will den Weg des Atheismus gehen genau wegen sowas erstens wir hetzen nicht zweitens wir lieben jeden Menschen und drittens wir zeigen Quellen seine Lüge okay dann werden wir das jetzt zeigen ja ihr sagt ihr sagt sei bitte ruhig jetzt die Quelle und rede nicht dazwischen jetzt ruhig klarstellen ich hätte mich gar nicht bekehren müssen wie gesagt es haben auch viele andere schon versucht ich mir jetzt auch nicht um deine bekehrung Tim Tora verstehe uns nicht falsch verstehe uns nicht falsch wir haben dich hier nicht auf ein Podest gehöre gestellt das weiß ich doch Haru das war gerade nur meine persönliche Meinung darüber wegen dem Thema gerade dass dass alle denken halt dass du oder ihr versucht mich zu bekehren das wird nicht passieren es ist nur interessant zu wissen deswegen bin ich ja überhaupt hochgekommen alles gut deswegen müssen wir keine Sorgen machen Mensa Bruder du hattest eine kleine Parade ja genau Sura 98 Vers 6 er soll uns am besten selber vorlesen ja genau hast du den Koran bei dir Rimmler Nimm die Warte hast du keinen Koran bei dir welche Sura Sura 98 Vers 6 soll ich zeigen dann kannst du lesen Bruder Mensa die eigentlich frage ist ob er ein Koran hat er muss eigentlich fragen welchen Koran meinst du was es gibt nur ein Koran nicht bei euch 20 Bibel ja genau ich lese erstmal voran wir kommen noch zu dir es gibt über 40 Koran was denn siehst du da oh man sag mal es gibt vielleicht gibt es nicht guck mal philosophieren ich nenne dich jetzt ein Beispiel warum ist er weg ja allein schon der ist weg Bruder er ist geflüchtet er hat die Stelle gerade gelesen und er weiß wie eklig das ist deswegen wir zeigen den Team Tora Team Tora guck mal Bruder ganz kurz wir sind guck mal wir haben hier einen Dialog wo ist das Problem da steht auch wir sind die schlimm guck mal der ist jetzt auch weg ja ja ich hab ihn raus der ist respektlos der ist respektlos ja ja Team Tora hörst du mich genau wir haben wir ganz normal miteinander gesprochen aber das Problem ist die Leute fühlen sich direkt beleidigt weil die denken die müssen was dazu sagen oder ihre Religion irgendwie schönreden keine Ahnung was verstehe ich nicht also wir wollen dich weder bekehren Team Tora wir haben ganz normal miteinander gesprochen ich mache weder Werbung für mich oder sonst ich bin ja freiwillig hochgekommen weißt du genau es gibt ja jetzt nicht irgendwie dass ihr mich da gezwungen habt oder so den Tora hast du noch Fragen nein alles gut ich kann auch runter weil ich muss jetzt sowieso schon halb ich muss jetzt arbeiten du bist jederzeit hier getroffen nicht vergessen ja vielen Dank auf jeden Fall für die Aufklärung und das nette Gespräch gerne gerne Team Tora egal was du fragst du hast wir können offen reden du kannst jedes Mal in unseren Stream reinkommen wir sind jeden Tag also um die Uhrzeit sag ich mal ja wunderbar ich bedanke mich bei euch ich gehe noch ein bisschen unter dem Chat bleiben aber so gerne wir zeigen jetzt den Vers wo er geflüchtet ist Sura 98 Sura 98 Vers 6 weil er hat ja gesagt wie lesen vor er hat ja gesagt dass Abu Kajar ein Lügner ist richtig jetzt werden wir sehen wer ein Lügner ist genau gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift das sind die Alkitab ja für die Muslime die wissen ja wer die Alkitab sind und den Götzendienern die ungläubig sind nochmal gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern das heißt die meinen jetzt beide die ungläubig sind werden im Feuer der Hölle sein ewig darin zu bleiben das sind die schlechtesten Geschöpfe warum sind wir und Atheisten die schlechtesten Geschöpfe wer kann mir das jetzt erklären sind wir keine Menschen das heißt wir sind sogar schlimmer als Apfel und so ne richtig noch schlimmer sogar die schlimmsten Geschöpfe das heißt wir sind noch schlimmer als Schweine als schlimmer als Reptilien also wir sind das schlimmste Geschöpfe das heißt auf dieser Welt gibt es ja so viele sag ich mal Tiere und wir sind aber die schlimmsten unter ihnen wie sind das schlimmste Geschöpfe das ist die armartigste Beleidigung die man jemandem geben kann erst mal Gottes Segen an die neuen Gäste die lieben und Gottes Segen an alle zusammen Möchte jemand dazu was sagen also ich wollte gerade sagen warum vergleicht man das zum Beispiel schlechter als Affen also ein Tier ist ein Tier und ich finde manchmal sind Tiere menschlicher als Menschen hast du recht Fadmir aber es ist nicht unsere Sicht sondern Allah also der Gott im Islam sieht aber Tiere als minderwertig das heißt minderwertig als den Menschen deswegen hat er ja gesagt ihr seid das schlechteste Geschöpf also das ist als Beleidigung gesehen deswegen gibt es auch Stellen kann ich auch vorlesen wo er sagt quasi wo er die Frau den Hund und den Esel in eine Stufe stellt also da ist wieder Esel und Hund da ist wieder ein Tier und welche Tiere Bruder Esel und Hund das heißt diese Wörter bis heute noch in vielen Kulturen sind ja Hund wie man jemanden als Hund bezeichnet oder als Esel richtig aber so im Grunde genau aber so im Grunde hast du recht Fadmir warum soll man sie denn so 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 negativ darstellen gebe ich dir recht aber lauter Ideologie ist es halt so okay 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 das stimmt okay ich weiß nicht also er meint bestimmt die Menschen natürlich die wirklich schlimme Sünden halt begehen gehe ich davon aus das geht nicht darum guck mal hier steht ja Götzendiener die Leute der Schrift weißt du was mit Leute der Schrift gemeint sind? ja nein nein das mit den Leuten der Schrift das weiß ich nicht erkläre ich dir gerne kein Problem wenn da steht Leute der Schrift auf Arabisch heißt es Ahlal Kitab das heißt das sind die Leute der Schrift sind Christen und Juden damit gemeint okay wenn du mir nicht glaubst geh mal in Google ganz kurz Fadmir ich möchte dass du sofort liest nicht dass du denkst ich lüge geh mal bitte in Google schreib mal Ahl also A-H-L und dann A-L genau A-L und dann Kitab schreib das mal kurz in Google bitte dann siehst du wer wer mit Leute der Schrift gemeint ist an alle wo ihr zuhören könnt auch gerne googeln nicht dass es heißt wer sind diese Leute Leute der Schrift sind die Ahl Kitab also das ist ja keine Lüge also ich könnte jeden Moslem fragen aber wird es genauso bestätigt also das ist ja kein Geheimnis hörst du mich ja ja Fadmir ja ja Plus ich hab hier noch eine Stelle Suche 2 Vers 65 Suche 2 Vers 65 da steht drin und ihr kennt doch diejenigen von euch die den Sabbat übertraten da sagten wir zu ihnen werdet verstoßene Affen ja genau wie komm gleich darauf genau lass es Fadmir hast du eingegeben in Google Fadmir Fadmir Bruder Harrod ok wenn ich rüber zu Google ich weiß man sieh man hört dich da nicht mehr ich weiß Bruder Harrod ja Bruder Sura 62 Sura 62 Vers 5 ist auch da was beleidigend äh bleidigend machen wir gleich machen wir gleich Bruder Bruder Fadmir hast du das gelesen Fadmir in Google genau ich hab's gelesen genau ich hab's gelesen du hast ja gesehen dass ich nicht gelogen hab ja genau ich kann euch halt halt leider nicht vorlesen weil ihr hört mich dann nicht ne ist kein Problem ich kenn das ja schon deswegen hab ich ja gesagt Google guck da steht ja Alkitabsen wer gemeint Fadmir für alle Leute wo zuhören also ne du brauchst nicht vorlesen Bruder sag einfach nur was du gerade eben gelesen hast man hört dich jetzt nicht du bist weg Fadmir man hört dich nicht also wir werden auf jeden Fall Christen und Juden damit bezeichnet Dankeschön und das kommt aus dem Koran Dankeschön das wollte ich wissen Fadmir ich danke dir vielmals für deine Ehrlichkeit dass du gegoogelt hast das ist für mich wichtig nicht dass die Leute denken wir lügen oder erfinden irgendwas die Leute der Schrift essen nein Bruder das ist tatsächlich die Juden und Christen gemeint so ähm hast du gerade eben gesehen ähm wie wir genannt werden Bruder jetzt frage ich dich Fadmir deine Vorfahren sind ja selber Christen das weißt du ja ne ich weiß es nicht so wie Gershkastrioti du weißt ja Gershkastrioti war ein Gershkastrioti ja Gershkastrioti ja klar aber ich bin kein richtiger Albaner ich bin hier offen und ehrlich Bruder meine Vorfahren kommen wahrscheinlich vielleicht aus Indien weil wie gesagt äh ich bin aus Kosovo mein Vater kommt aus Makedonien und ich bin halt alles gut alles gut Bruder alles gut aber der Islam kam ja genau der Islam kam ja in den Balkan also im heutigen Balkan wie zum Beispiel Serbien Mazedonien Kosovo was auch immer du weißt wie der Islam zu euch kam ne ja durch Osman mit Liebe mit Salam Aleikum oder wie kam der Islam zu euch nein ich frage dich Bruder sehr ehrlich was denkst du ich habe gehört damals es wurde ein bisschen aufgezwungen ein bisschen aufgezwungen ist sehr schön ausgesprochen Bruder aber leider leider gibt es kein ne Bruder wirklich alles gut alles gut weil unter dir steht Fest Team das ist auch ein Albaner Bruder danke und dieses Thema ist wirklich sehr interessant sehr sehr interessant dieses bisschen aufzwingen ah Bruder ich weiß man wird es nicht so richtig wie gesagt ich kann ich kann nicht darüber reden von überzeugen weil ich wie gesagt die Geschichte nicht weiß aber vom Hören auch von meiner eigenen eigenen Leute warte mir du musst den Abukandre zu waren die anscheinend sehr sehr gut aus mit Albanischer Geschichte genau bitte Mukanja kennt sich sehr sehr gut aus mit Geschichte vor allem aus dem Balkan er kennt sich sehr gut aus so er erklärte das Bruderherz wie das abgelaufen ist mit den Christen mit den Albanern was mit dem passiert ist etc ich erkläre es dir ganz kurz von mir in so eine Kurzfassung die Balkanvölker ja und die Region Balkan also nehmen wir jetzt mal Bosnien Mazedonien Albanien Kosovo Serbien was auch immer Griechenland Bulgarien so diese Länder waren christlich bevor der Islam dort war waren die schon tausend Jahre schon christlich genau da herrschte schon das Christentum tausend Jahre vor überhaupt der Islam schon überhaupt in Europa ankam also bevor die Osmanen dort waren schon tausend Jahre vor waren die Christen so genau als die Osmanen angekommen sind Bruder kamen die nicht mit ein Salamu Aleikum sondern die kamen mit dem Schwert das habe ich auch gehört die kamen mit dem Schwert Bruder und haben dann Leute wie dich oder Festi dann gesagt ihr nehmt den Islam an oder es fliegen Köpfe es fliegen hier Köpfe und was hat dann Giers Kastriotti gesagt hat gesagt beziehungsweise sein Vater sorry hat gesagt nein 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 komm Schia so nicht hier das geht nicht hat sich verteidigt weißt du was die Osmanen gemacht haben weil die hatten eine Übermacht gehabt sie haben seine zwei Söhne geklaut ja sie haben seine Söhne geklaut beziehungsweise haben gesagt ihr müsst ihr mir jetzt geben beziehungsweise also gezwungen ihr müsst ihr mir geben so mitgenommen hat sie circa fast 20 Jahre lang in Istanbul hat sie hat ihnen quasi Koran Unterricht gegeben hat ihnen dem Militär beigebracht bla 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 also wollte sie richtig islamisieren dass quasi Giers Kastriotti kein albanischer Christen ist sondern wirklich ein Türke ein Osmaner hat ihn sogar den Namen Skanderbeck genannt genau aber Skanderbeck ist eigentlich eine Beleidigung für ihn weil er heißt nicht Skanderbeck er heißt Giers Kastriotti Giers Kastriotti heißt er so ja christlicher Name ja richtig Georg so ungefähr Georg kommt ja von den kennst du die Geschichte warum er was Georg bedeutet das ist dieser Heilige der den Dings du kennst auch das Bild diese Ikone mit mit den heiligen Georg kennst du das ja ja aber ich weiß nicht so viel darüber aber ich heiße Georg ich will noch ganz kurz was dazwischen sagen du darfst nicht vergessen Fatmir die Albaner waren ja unter osmanischer Herrschaft und das Problem war die Bosniaken und die Albaner viele von denen sind abtrünniger geworden weil sie im osmanischen Reich mehr finanzielle Perspektive bekommen wenn sie ja Muslime sind und du darfst eine Sache jetzt nicht vergessen der Georg der war ja das Musterbeispiel weil er war schon vor diesen ganzen Schlachten in Al-Bulena und in Kuya er war ja ein absoluter Superstar im osmanischen Reich weißt du was ich meine? er war ein Militärexperte er wurde sogar beauftragt gegen Ungarn zu kämpfen das ist eine sehr große Verantwortung und wie schon Abu Kanja gesagt hat er war nicht irgendeiner er wurde ausgebildet im Koran und im Militär 20 Jahre lang und er hat von heute auf morgen den Islam verlassen weil viele muslimische Albaner verstehen nicht er hat nicht für das Land gekämpft sondern er hat für das Christentum gekämpft das nehmen wir anhand der Manuskripte die verfasst worden sind an die Briefe die er an den Papst und an Alfonso von Nepal geschickt hat so wie auf seinem Helm steht selber Jesus von Nazareth und wenn er doch wirklich für das Volk gekämpft hat dann macht es ja absolut gar keinen Sinn dass er den Islam verlassen hat er hätte ein Moslem sein können aber er hat ja nicht für sein Land gekämpft sondern für das Christentum richtig und wir wollten ja auch vielleicht Rache weil ich denke der hat schon gesehen und so ich erkläre es dir Bruder als er gesandt wurde als Bek er hatte den Namen Bek als er gesandt wurde wieder zurück nach Albanien mit seiner Truppe das heißt er sollte Albanien übernehmen und dort herrschen als er sein Volk gesehen hat Bruder hat er Herzschmerzen bekommen er hat dann erstmal realisiert das ist mein Volk genau er konnte sich erinnern halt wo er noch ein kleines Kind war genau hat er gesagt Wahnsinn das ist mein Volk die werden unterdrückt hier und dann hat er erstmal ist er zurück zu seinen Wurzeln und hat gesagt warte mal ich bin kein Muslim ich bin kein Türke verstehst du ich bin ein Schieb ich bin ein Albaner ich bin ein Christ was hat er gemacht er hat sich getaufen lassen Bruder er ist wieder zurückkonvertiert natürlich zum Christentum ja hat er eine albanische Unität wieder zurück was hat er dann gemacht Bruder hat die albanische Stämme zusammen vereint die albanische Stämme hat er zusammen miteinander wieder vereint weil die waren ein bisschen in vielen Bruder in vielen Ländern gab es Stämme die untereinander bisschen verfeindet waren Krieg hatten sehr normal sag ich mal er hat sie wieder zueinander quasi vereint ja und gegen die Osmanen die Osmanen der hat die alle wieder raus betrieben richtig es gibt zum Beispiel einen YouTube der heißt Yasin al-Hanafi ich weiß nicht ob du ihn kennst das ist so ein er hat selber er hat ein Video Bruder in YouTube er redet speziell nur über Jerj Castillo über Skanderbeck er redet nur über ihn das ist auch so ein so ein islamischer predigermäßig der ist eigentlich recht bekannt kannst du hinschreiben Yasin al-Hanafi er redet über Skanderbeck und was redet er er sagt genau das was ich dir gesagt habe er sagt wie Albaner an alle muslimischen Albaner wie könnt ihr ihn als Held nehmen er hat euch bekämpft er hat sogar muslimische Albaner die auf der Seite der Osmanen waren sogar die hat er geköpft er hat albanische Moslems geköpft ja das stimmt weil die auf der Seite der Osmanen waren Bruder ich will damit erklären Fadmir damit wir nicht so abschweifen vom Thema du selber Bruder als die Osmanen also quasi auf den Balkan angekommen sind die haben also quasi verstehe mich nicht falsch die haben eure Mütter ja ich weiß unsere Frauen vergewaltigt ja genau Kinder gezeugt genau geklaut Bruder viele geklaut die Janicharen zum Beispiel das waren alles christliche Kinder die Janicharen waren Kinder von Christenbruder haben sie mitgenommen erzogen und gegen ihre eigenen Volk haben sie ihn geschickt haben sie sie geschickt überleg mal ja haben sie dann Muslime gemacht und immer so weiter Frauen vergewaltigt und bla 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 ja so war es auch wirklich genau in den Osmanen waren auch nicht wirklich nicht nur Türken da waren wirklich jede Nationalität von den es gab mehr Nicht-Türken als Türken in den Osmanen das ist ja das Problem unter den Osmanischen Volk waren mehr Nicht-Türken als Türken genau wie heute in der Türkei die heutige Türkei besteht nicht viel aus Türken die meisten der heutigen Türken sind keine Türken ja ist so verstehst du was ich mein Bruder die Türkei in der Osten der Türkei sind alle ursprünglich Armenier im Süden in Skurden und Aramäer Bruder ja die richtigen sind eigentlich aus Mongolei nach mir nach mir nach mir nach mir Iran Algerien Tunesien Marokko Sudan Somalia Nigeria dann nach oben wenn wir jetzt nach oben gehen ja Jordan also Jordanien dann Libanon Syrien du weißt bis wohin die gekommen sind das ist alles bis Türkei das ist alles alles ist mit dem Schwert islamisiert worden ganz einfach nicht mit wir haben jetzt hier den Koran Mohammed ist der letzte Prophet Allah liebt euch kommt zum Islam meinst du das so verbreitet worden was machen die in Spanien warte mir was haben die in Spanien gemacht wenn das eine richtige wahre Religion wäre die friedvoll wäre warum ist das nicht nur in Mekka geblieben was wollten die bis Spanien machen Janik was wollten die bis dahin kommen aber da muss ich sagen die Osmanen waren zwar so Moslems aber ich sag mal so äh haben die ganze Tat den Islamhauf halt in den Dreck gezogen nein nein Bruder das war offiziell ein Kalifat hast du verstanden was ich überhaupt sage ja natürlich die haben natürlich das aufgezwungen Bruder aber was machen die in Spanien Bruder ja genau die kann man die kann man dann noch sagen Hamdulillah ich bin Moslem wie kann man das dann noch sagen und das sind aber nicht hier genauso wie diese ISIS Leute die Leute abköpfen und dann nein du verstehst Harrod nicht Bruder du hast Harrod nicht verstanden Bruder es geht nicht um den Menschen aber stell dir vor du hättest damals in Albanien gelebt stell dir das bitte für eine Sekunde vor und die wären dann gerade gekommen und die hätten deine Eltern deine Familie dein ganzes Dorf abgeschlachtet ja hättest du immer noch gesagt nicht alle so hättest du das auch gesagt guck mal so eine Sache so eine Sache habe ich erlebt und zwar das war 1999 wo Krieg in Kosovo war mit den Serben sie haben uns hier massakriert ohne Ende wir mussten flüchten aber das Gefühl deswegen kann ich nachvollziehen und ich kann auch es nicht gut reden nein das kann nicht sein Leute die waren schon hart drauf ok jetzt stell dir mal vor stell dir mal vor jetzt gehen wir mal 500 Jahre zurück und du kriegst das Fünffache zurück noch schlimmer als was Serben gemacht haben also 500 Jahre vorher das Zehnfache was Serben mit denen quasi gemacht haben haben die Osman noch schlimmer gemacht und was haben die gemacht Bruder eure Identität haben sie vergewaltigt eure Religion haben sie missbraucht das heißt die haben euch euer Glauben weggenommen eure Identität haben sie vergewaltigt Bruder ja aber das waren die Menschen Bruder nicht der Religion nein guck mal der sagt der will das nicht verkünden die haben ja gemacht was die Religion von den Befohlen hat der denkt der denkt das haben irgendwelche bösen Männer gemacht die nichts mit dem Islam zu tun hatten Fathim nein doch doch der Prophet Fathim ganz kurz ja wie jetzt du sagst nein jetzt sagst du doch die haben mit ihren Taten quasi den Islam ignoriert und einfach mal dann als ach so aber du widersprichst dich nein ich hab doch das auch gelesen Harrod zeig mal kurz die Quelle zeig mal kurz die Quelle Harrod mit dem was was mit den Ungläubigen ist guck mal Fathim wir machen so wir haben dir versucht weil wir haben gesehen du hast eigentlich theologisch keine Ahnung deswegen haben wir versucht normal zu reden dann willst du die Quellen Fathim ich gebe euch recht das ist ok brauchst du aber mehr Quellen brauchst du aber mehr Quellen damit du uns glaubst du brauchst mehr Quellen nein ich glaub euch dass die echt du glaubst nicht weil hättest du geglaubt Fathim hättest du nicht gesagt aber die haben nicht nach dem Islam gehandelt sondern als Menschen gut dann geben wir mal die Quellen dann sagen wir dir warum IS das gemacht hat was sie gemacht hat IS hat nicht einfach Bruder war der IS politisch oder haben die gesagt hier ich schwöre IS IS waren für mich keine Menschen keine Moslems in meinen Augen ok was macht denn ein Mensch wir machen es anders wir machen es langsam IS waren keine Moslems stimmt's ja also in meinen Augen ok in deinem Augen aber nach was sind wir gegangen welche Ideologie haben sie gehabt Bruder das waren Kriminelle die haben also ich ich gehe davon aus dass Amerika dahinter ich glaube nicht Amerika Bruder welche Ideologie welche Ideologie haben sie verfolgt ja die haben immer wieder gesagt Islam wir wollen alle was haben die gezeigt Bruder welche Quellen haben die gelesen ja die anscheinend auch angeblich aus dem Koran so angeblich angeblich wir zeigen jetzt wir zeigen jetzt Bruder wir zeigen jetzt Bruder aber wie kann man so ekelhaft sein ok Jungs aber wie kann man so ekelhaft sein und den Koran in der Harte obwohl ich verstehe das nicht wie zeigen das dir doch wie zeigen das dir doch diesmal guck mal in einem authentischen Hadith der Sahih ist wie du hier siehst authentisch steht geschrieben macht euch alle Screenshots Jami Atrimidi 2606 ich übersetze auf Deutsch es wird zitiert von Abu Hurayna dass der Gesandte von Allahs sagte ich wurde gesandt ich wurde gesandt I have been ordered also ich wurde bestellt to fight the people gegen jeden Menschen zu kämpfen until they say la illa illallah bis sie sagen la illa illallah und wenn sie das sagen dann ist ihr Blut und ihre Gesundheit von mir geschützt was machen wir jetzt wurde Harut ganz kurz Amrtu Amrtu heißt nein 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 er wurde der Prophet wurde befohlen die Menschheit zu bekämpfen wer hat ihn befohlen wer hat ihn befohlen Allah Allah hat ihn befohlen die Menschheit zu bekämpfen nicht nur dass sie bezeugen dass es Allah der einzige Gott ist die muss noch bezeugen dass er der Gesandte ist und was ich frage ihn jetzt was war seine Botschaft als sie zu in seine Heimat gekommen sind was war die Botschaft ist er reingegangen hat Schokolade Schokobons verteilt und gesagt hier ist meine Religion hier ist meine Religion ich muss da glauben ja ja ist Befehl Bruder was heißt das hier Bruder du kannst ja Arabisch was heißt das Bruder ja Amrtu 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 Befohlen Befohlen ist Befehl was denkt die Jungs ganz genau es war der Auftrag von Allah wurde das nur für diese Zeit befohlen oder meinst du zeitlos gültig der Koran hast du nie gehört wenn du in eine Moschee gehst wenn du in eine Moschee gehst und in YouTube eingibst was sagen immer die Gelehrten der Koran ist zeitlos gültig ja weil man sagt zum Beispiel wo dieser Krieg war in diese zwei Bergen wo da steht so bekämpft die Ungläubigen und vertreibt die wo die euch vertrieben haben ich habe oft gehört dass es gemeint war für diese Kriegszeiten Bruder du sagst du hörst immer nur Bruder du hörst immer wichtiger ist wichtiger ist aber wichtiger ist immer Bruder wichtig ist immer dass sie dir die Quellen zeigen nicht hören weil hören ich kann auch viele Geschichten erzählen Bruder das wichtigste ist immer genau die Quelle sehen und verstehen zu jeder Suche gibt es auch einen Tafsir okay und wir geben dir direkt die Quellen Bruder ja ich sag euch ehrlich Bruder ich habe immer den Islam als positiv gesehen und mich schockiert sowas immer wieder ich weiß ich verstehe dich auch Bruder es ist ein Prozess guck mal wir geben dir heute zum Beispiel Quellen natürlich ist es für dich am Anfang du kriegst so eine Abwehrreaktion so nein komm wieder nach Hause komm wieder nach Hause komm wieder nach Hause komm zu jedem Bruder wach mir Bruder guck mal Jesus liebt dich guck mir allein deine Flagge an Bruder der Adler Bruder guck mal Jesus ist mir wichtig natürlich liebe ich den und ich weiß nicht Bruder ich gehöre zu Islam aber ich sag auch Jesus gehört auch zu Islam fahrt mir fahrt mir guck mal ich bin auch ein Ex-Moslam ich kann auch Arabisch ja am Ende des Tages wir kennen alle zu unseren alten Wurzeln zurück ich weiß nicht verstehst du mein lieber guck mal der Kummer warum schickt Allah Menschen anderen Menschen zu töten damit die an ihn glauben warum er ist nicht mächtig genug guck mal das ist die Frage wo ich mich auch frage warum steht sowas da aber ich denke ist das ein allmächtiger Allah der Menschen befehlt andere Menschen zu töten oder Bruder wenn ich sowas höre und wenn ich sowas sehe dann denke ich mir vielleicht hat jemand den Koran auch verfälscht aber fahrt mir wir müssen jetzt mal davon ausgehen ja nicht dass es verfälscht wurde wenn es verfälscht wurde wie kannst du dann an irgendwas glauben was verfälscht ist fahrt mir ich glaub halt du hast das Gute an solche schlechte Sachen was er mir gezeigt hab ich noch nie so gesehen bin ich dir ehrlich naiv aber weißt du warum fahrt mir weißt du warum es ist ganz einfach wenn sie diese Stellen jedem Muslim zeigen würden weißt du wie viel austreten würden lass dich nicht Bruder dass diese ganzen Videos die du siehst mit er ist konvertiert ist alles nur Propaganda Bruder das ist alles Propaganda das ist nicht das was du immer denkst das ist alles nur Propaganda das sind Jahils die haben keine Ahnung von ihrer Religion weißt du wie oft ich schon mit Konvertierten geredet habe die konnten mir nicht erklären über den Islam haben null Ahnung er hat eine türkische Freundin er hat eine marokkanische Freundin deswegen ist er für sie konvertiert sie hat einen Muslim genommen ist dann konvertiert für ihn er selber ist muslim geworden weil er Bruder die die meisten wo konvertieren haben entweder sehr viele muslimische Freunde oder heiraten einen muslim oder muslimer wie auch immer und konvertieren aber selber Ahnung null ich bin als muslim geboren meine ganze Familie Verwandtschaft ist muslim aber wir haben nur das Gute halt beigebracht das ist das die können die doch nicht was haben wir dir beigebracht den Eltern was über den Koran was also was heißt über den Koran über allgemein über den Islam das ist eigentlich nur das Frieden aber der Bruder das sind doch eine Geschichte erzählen dir ohne Fakten haben deine Familie dir Fakten gezeigt Stellen gezeigt Versen gezeigt siehst du aber kann ja darf ich dir eine Frage stellen ja gerne also wie ihr seht mein Name ist Tavic also ich komme vom Balkan bin gebürtig Kroate als Christ geboren ja bin nie aus der Religion ausgetreten bin kein orthodoxer Christ also bin kein strenggläubiger Christ und meine Frage an dich Aboukanscher sprichst du hier als Christ oder sprichst du als Philosoph ich bin Christ ich habe dich nicht gefragt was du bist du sprichst hier über den Koran über den Islam ja sprichst du als Christ oder sprichst du als Philosoph nö ich spreche das was die Tavsire sagen weißt was ein Tavsir ist Tavic warum kannst du nicht einfach auf meine Frage antworten er spricht als Christ du sprichst als Christ dann bist du für mich nicht neutral ok das ist deine Meinung also du sprichst ja das nee das ist keine Verurteilung dir gegenüber das ist nur meine Meinung also ich spreche immer in meinem Namen und das was ich denke wenn ich irrelevant aber Tavitsch das ist ja irrelevant oder weil es gibt ja Erklärungen wenn ich jetzt ein Buch vorlese Tavitsch und da gibt es eine Erklärung stopp 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 es gibt eine Erklärung du kommst immer mit diesen Büchern nein nix Bücher Tavitsch guck mal du hast von der Thematik keine Ahnung ich erkläre die kurz wenn jemand sagt im Koran Surah blablabla steht sowas dann würde der Moslem sagen ok aber man muss erst mal fragen wie es zu verstehen ist dann komm ich und sage richtig es gibt ein Tavsir eine Tavsir ist eine Exegese woher nimmst du dir das Recht dass deine Interpretation die richtige ist du musst mir erst mal zuhören Tavitsch es gibt eine Exegese Kommunikation funktioniert Tavitsch Tavitsch nein Tavitsch du hast keine Ahnung guck mal du kennst dich da mit der Theologie gar nicht aus du kannst nicht kommunizieren nein es gibt eine Exegese ich erkläre es dir David David bist du Christ folgst du dem Herrn Jesus Christus nein ich glaube an einen Gott und die Religion sehe ich nur als eine schau mal ich glaube an einen Gott die Religion ist für mich nur eine Sprache wie Deutsch Türkisch Kroatisch Englisch an welchen Gott glaubst du an einen Gott wie heißt er ich glaube an einen Gott wie heißt er Gott nein nein der Gott hat keine Religion schau mal der Gott hat keine Religion er hat keine politische Partei er hat keinen Namen ich weiß aber wie heißt ein Gott mein Gott heisst Gott nein Gott ist eine Bezeichnung okay die Art der Kommunikation die ihr betreibt ja Austausch funktioniert der Meinungsaustausch funktioniert auf die Art und Weise dass jeder seine Meinung ausdrückt ohne den anderen zu überzeugen zu wollen Mein Stream ist kein Meinungsaustausch Mein Stream ist Aufklärung Hallo David stell dir vor ich komm zu dir nach Hause stell dir vor ich komm zu dir nach Hause und du kochst für mich Cevapcici und ich sage David David warum hast du Cevapcici gemacht wenn ich als Gast zu dir komme dann musst du Hamburger machen du musst Hamburger machen du musst Hamburger machen dann sagst du ist der krank Mein Stream ist Aufklärung und nicht nur mein mein Stream ist über den Islam aufzuklären mein Lieber dieser Stream ist eine Aufklärung gegenüber dem Islam das heißt unser Stream bezieht sich nur ja zwischen Christen und Muslime wenn aber ein Atheist reinkommt können wir auch gerne reden machen wir zwar selten aber können wir auch reden aber wenn wenn du keine Ahnung hast von unserem Stream besteht euer Content Muslime hier rein zu holen und sie zu überzeugen Christen und Muslime hör zu Christen Muslime können auch Juden können auch Atheisten rein schließen aber spezialisiert ja auf Christentum und Islam aber wenn ein Atheist reinkommt oder ein nicht oder ein anderes ist auch kein Problem aber 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 entschuldigst du dich für was soll ich mich entschuldigen oder schmeißen raus entschuldige dich so respekt david ich antworte dir nicht darauf weil ich möchte bitte ich möchte bitte erstmal dir erklären was eine Exegese ist so ich lese den Koran nicht aus meinen Gelüsten sondern wenn ich eine Suche vorlese gibt es eine Exegese der Gelehrten das nennt man Tafsir so das heißt ich lese den Tafsir vor wie man denn wie man diese Suche und diesen Vers zu verstehen hat das heißt ich bin in dem Moment neutral weil es ist nicht meine Auslegung es ist die Auslegung von dieser Exegese sie legt diese Suche raus nicht ich also bin ich in dem Moment neutral mein Freund hast du mich verstanden? so läuft das ab david so läuft das ab ob es dir jetzt gefällt ob es dir jetzt gefällt das muss mir nicht gefallen guck mal ob es dir gefällt oder nicht ist jetzt genau ob es dir gefällt oder nicht ist deine Sache guck mal jetzt ist er weg ja ja genau david guck mal ne jetzt ist er weggegangen davidsch wahnsinn ehrlich bitte ja ich fahr auf mein lieber jetzt ist er jetzt ist er sozusagen gegangen ja weil ich bin ich gegangen nein nicht du ach so wir wollten mit dem ähm mit dem padmir reden weil es ging immer noch ums Thema töten im Islam und im Islam steht auch in diesem Hadith er weiß dass ibn abbas ja der habruf umma sozusagen genannt ja der der ähm von muhammad der größte gelehrte sagte dass der gesandte von allahs sagte wer seine religion ändert tötet ihm also wer vom Islam ähm wer zum apostat wird und den Islam verlässt der soll getötet werden und er kannte das nicht er hat gesagt ja sowas kenne ich nicht äh aus dem Islam habe ich noch nie gehört wir machen Aufklärungsarbeit wir haben ihn genau erwischt er hat Sachen von uns gehört die er gar nicht kannte aus dem Islam und die Leute sollen das sehen den wahren Islam erkennen und den Islam verlassen und dann kamst du Herr Tavitsch ja und da hast du irgendwas gesagt von dem du keine Ahnung hast das ist das Problem wir machen diese Aufklärung schon seit Jahren ich hab nichts gesagt du kennst dich mit der Thematik nicht aus du hast mir was unterstellt dass ich nicht neutral bin es spielt nicht darum ob ich neutral bin oder nicht sondern ich hab dir gesagt ich lese vor du magst nicht wütend zu werden es ist eine Exegese es war dich böse gemeint es war nur eine doch doch es ist böse weil du musst mir zuhören ich wollte dir erklären was das ist ich muss es nicht ich darf es ich darf es guck mal nicht mit dieses Spielchen Herr Tavitsch nicht mit dieses Spielchen das ist kein Spielchen dieses Spielchen mag ich nicht wirklich dieses Spielchen mag ich nicht das ist kein Spielchen ich wollte dir nur erklären ich bin neutral ich bin in dem Moment bin ich neutral weil ich dir erklärt habe ich lese nicht den Koran nach Lust und Laune sondern nach der Exegese nach ihrer eigenen Exegese wie man diese Stelle zu verstehen hat deswegen rede ich dann was neutral ich lese doch nur vor ganz einfach nur weil ich nicht überall mit einer ich habe vieles von euch hier zu gehört bevor ich mich eingeschaltet habe und mit vieles habe ich auch gelernt danke euch was ich selbst nicht wusste aber ich gehe trotzdem nicht mit einem Vorurteil rein weil was ich jetzt zum Beispiel bei euch über den Koran erfahren habe der erste Gedanke das bei mir aufgetaucht ist okay aber der Koran ist vor knapp 1700 Jahren geschrieben damals war die Rhetorik von denen die die oben saßen also die Religionsvertreter zu dem ungebildeten Volk ganz anders der Koran hat leider was wir im Christentum gemacht haben es gab ja das Alte Testament das Alte Testament wurde durch das Neue ersetzt oder umgeschrieben wenn man das Alte Testament jetzt nehmen würde würde es nicht besser ausfallen und ich sage jetzt einfach Koran ist halt von der Schrift her nicht zeitgemäß aber die Moslems die ich kenne die leben nicht nach dem Koran zu 100% also die streben nicht danach mich zu töten nur weil ich kein Moslem bin also ich habe jetzt am Beirah habe ich auch Geschenke bekommen ich habe ich liebe Baklava ich habe Baklava bekommen ich habe ich liebe Hurwa ich habe das bekommen von meinen muslimischen Freunden deshalb okay meiner Meinung nach die Moslems können mich jetzt dafür verurteilen ist der Koran hat es verpasst wie im Christentum Neues Testament zu schreiben also zeitgemäß sehr gut wenn du schon Baklava und Kurma bekommen hast wieso hast du nicht meine Adresse genommen damit du mir auch was schickst zweitens kannte ich dich da gar nicht also du hast gerade gesagt dass es wie bei den Christen ist und danach hast du Alten Testament gesagt also das Alte Testament der Alte Bund zwischen Gott und den Menschen war dass Gott in dem Alten Testament geschrieben hat wie er also was Gott an Gesetzen gegeben hat durch Moses und durch welche Propheten er gesprochen hat was passiert ist in Israel und wie er sie sozusagen gesegnet hat und gezüchtigt hat bis zu den Propheten Maleaten das heißt das ist das Gesetz von den Juden du hast gesagt das ist wie bei den Christen das ist Nummer eins wir Christen glauben an das Alte Testament da wurde gar nichts umgeschrieben Jesus ist gekommen und hat das Alte Testament also das Gesetz erfüllt ja und im Neuen Testament steht sein Leben und da steht dass jeder der an Jesus Christus glaubt wird er ewiges Leben haben was wir machen ist aufklären was der wahre Islam ist und wenn du Freunde hast was die Baira machen oder Ishtal gemacht haben am Ramadan oder was weiß ich was gemacht haben die zu dir feundlich sind die zu dir liebevoll sind das ist deren menschliche Seite aber die meisten von denen kein Arabisch haben noch nie wahrscheinlich im Koran oder in den in den Hadithen gelesen deswegen haben wir eben ein Exemplar hier gehabt der hat uns bestätigt dass die Muslime diese Schriften gar nicht lesen er war schockiert und er hat überlegt und gedacht okay wenn da drinnen steht dass man die Ungläubigen töten soll dass man Muslime die den Islam verlassen töten soll ja dann hat er überlegt und gedacht ja vielleicht wurde der Koran verfälscht ja er war schockiert und dafür sind wir da um dem wahren Islam zu zeigen das hat nichts mit deinen Nachbarn zu tun ob die für dich in Ordnung sind oder nicht der wahre Islam Islam hat sich mit Schwert verbreitet durch töten und das weisst du du kommst aus dem Balkan das weisst du selber wie er im Balkan oder bis Albanien bis ja sogar bis Spanien ich kenne mich nicht so gut mit der Geschichte aus aber ich kenne mich schon ein bisschen aus mit der Balkan Geschichte was unter den Türken passiert ist ja pass auf pass auf du kannst in einem anderen Stream zum Beispiel gehen da ist ein Bruder wenn er Christ ist ist er ja mein Bruder im Glauben der wird nur von der Bibel lesen wofür ist das? damit die Geschwister auferbaut werden oder dass sie Worte Gottes hören und gestärkt werden dann gehst du bei uns rein unsere Aufgabe als Christ ist es nicht nur den Menschen zu dem Herrn Jesus Christus zu führen sondern ihnen zu zeigen dass der Atheismus falsch ist dass einfach nur an einen Gott zu glauben falsch ist dass der Islam falsch ist unsere Aufgabe ist das und wir wollen den Menschen zu dem Herrn Jesus Christus führen dass er die Bibel lesen soll ja und Jesus als seinen Gott und Retter annehmen soll das ist unsere Aufgabe nicht anders ja jetzt habe ich euren Content verstanden ich habe ich bin in euren Content reingerutscht und ich fand das Thema sehr sehr interessant vor allem was wie Abu Kanyar gesprochen hat hat mich sehr ja mitgenommen ja ich wollte nur meine Meinung also ich bin kein Geschichtskenner sondern das war nur meine persönliche Meinung ja bitte toll und du bist jederzeit eingeladen toll und du bist jederzeit ich habe euch schon ja ich habe euch schon geliked damit ich und die Glocke aktiviert damit ich weil ich höre gerne solche Contents zu also weil ich das freut mich ja und dankeschön auf jeden Fall bitte bitte gerne dass ich auch zu Wort kommen dürfte ja ich bleibe weiter drin und höre zu aber logge mich aus dem Live oben raus das ist nichts besseres auf unserer Welt als die Leute zu retten die Leute die sind hingeworgen die falsche weggegangen und einfach dem sagen ja das kommt wieder auf den normalen Weg kommen also ist nichts Schöneres für alle Leute wo wir gerade zuhören also unser Content hat gerade Harut sehr schön erklärt damit es keine Missverständnisse gibt ja Harut hat es gerade sehr sehr schön erklärt was unser Content dieser Stream von uns ist spezialisiert auf das was Harut gesagt hat nicht nur Leute zu Jesus quasi bringen sondern auch wie gesagt mit Atheisten sprechen mit Muslimen mit Hindus was auch immer können auch gerne reinkommen wir reden offen respektvoll und sachlich natürlich mit jedem Menschen und ja jeder ist herzlich willkommen definitiv definitiv ich finde auch das ist schön Bruder weißt du genau und jeder Mensch kann sich dann später entweder entscheiden entweder bleibt der wie er ist und niemand sagt ihm den muss nein das soll sich jeder Mensch von sich selber entscheiden also das ist die Sache wie von uns Menschheit ist wir haben die Freiheit Freiheit entscheiden was wollen wir also fertig genau Abumargin du kannst ich hab dir eine Frage gestellt Abumargin ich hab dich gefragt ob du dich entschuldigst wir haben den Screenshot gemacht wir werden das haben die zeigen ob es dir egal ist oder nicht wir zeigen es ihm er wird deinen Mord ziehen bis Mecca diese Sache diese Sache wird auf jeden Fall in einem Extra Stream geklärt weil er bestätigt wieder alles und dann möchte ich mal sehen wie die ihn anmachen wie die ihn zur Seite legen das will ich mal sehen Bruder guck mal so ein sachlicher Stream wie bei uns Bruder findest du sehr sehr selten ja und dann kommt eine Wehrung beleidigt das finde ich ich finde es wirklich respektlos Wahnsinn ja Bruder Scham Mutter sagt er auch noch was soll das Scham Mutter wo hast du das gelernt Hi good morning I wanted to join it's just like I cannot understand your language so it'll just Okay okay Gott bless you we are christian ja ich bin christian auch thank you Gott bless you we love you bye so Bruder hat er was geschrieben weil du hast ihn jetzt wieder stumm geschaltet oder ganz stumm Bruder der soll einfach nur ruhig der nervt einfach nur aber wir haben gerade einen sehr sehr schönen Stream hat er nicht geantwortet weil ich hab ihn gefragt ne ne er schreibt so ja oder nein darf ich jetzt hoch ja oder nein das ist sinnlos Bruder deswegen Zeitverschwendung verlorene Seele sag doch einfach ich entschuldige mich wo ist denn das Problem Bruder ich möchte auch nicht dass er sich dass er nur mit Zwang sich entschuldigt entweder er entschuldigt sich von Herzen oder gar nicht deswegen auch was Leonora ich hab die Frage gelesen beziehungsweise nicht die Frage deine Aussage du glaubst dass Jesus Christus nur ein Prophet ist jetzt ist meine Frage bist du Muslimer oder bist du Zeuge Jehova oder was bist du ne Zeuge Jehova sehen ihn auch nicht als Prophet also überhaupt nichts hat mit Christen so zu tun weil kein Christ glaubt dass er ein Prophet ist das steht ja nicht bei uns deswegen ich wollte halt nur fragen alles gut Bruder ja klar die meisten also es gibt auch Zeugen Jehovas die ich hab von denen gehört dass die sagen natürlich die sagen dass das der Engel der Engel Michael ist genau aber die sagen auch dass er ein Prophet war sozusagen weil also Prophet hab ich nie gehört Bruder von Zeugen Jehovas aber kann sein dass also ich ich hab mit denen auch schon zu oft zu tun gehabt aber Prophet sagen die tatsächlich nicht nein genau hab ich jetzt auch noch nie gehört Bruder Jehova ist eine Sekte ja Andy ist da ah Andy ist da genau hol die mal hoch wir wollen dir was zeigen Andy deswegen hab ich dir den Stream geschickt ist er noch da nein ist nicht leider wir klären das aber noch kein Problem bin mal gespannt so Andy möchtest du hochkommen kurz ich hab dir den Stream geschickt er hat's auch bestimmt schon gelesen bestimmt er ist bestimmt als erster zu ihm gegangen Leonora nein das ist nicht schlimm du kannst glauben was du willst aber es entspricht nicht der Wahrheit er ist nicht nur Prophet Sohn Gottes er ist der Herr Jesus Christus und was im Worten Herr zu finden ist ist ja klar dass er Gott ist ist ja logisch Leonora wenn du ihn als Prophet siehst bist du verloren du hast keine Errettung wenn du ihn als Prophet siehst ein Prophet führt uns nicht ins ewige Leben das ist nur Gott nur der Herr Jesus Christus führt uns ins Paradies nicht ein Prophet genau nicht ein Prophet Propheten Propheten haben wir genug gehabt wir brauchen nicht noch einen wir haben genug Propheten gehabt die haben ihren Job gemacht ja wir brauchen eine Erlösung das ist der Herr Jesus Christus wir brauchen nicht tausend Propheten weil was bringt es Gott dass er jedes Mal neue Propheten hin schickt was bringt es dem Herrn was bringt es jedes Mal einen neuen Propheten 100 Jahre später einen neuen Propheten nochmal nochmal ja was für das das bringt doch zu nichts ähm ich glaube da gibt es einen Verbindungsfehler mit dem Geist der hat ein Problem mit dem Netz glaube ich Türkei oder was erwartst du Internet von Türkei so meine Lieben also da ist Leonora Leonora schau mal in Johannes 20,28 empfehle ich dir genau zu lesen was Thomas zu dem Herrn Jesus Christus gesagt hat okay lies bitte Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 28 kann sie hochkommen nee es hat ja zu wenig Follower glaube ich ah nee die kann hoch Leonora du kannst auch gerne hochkommen wir können miteinander nochmal sachlich reden du kannst deine Fragen stellen sie hat 1,5 K das würde reichen sogar genau du kannst kurz deine Frage stellen oder ob länger oder mittellang ist keine Bedingung und danach können wir dir die Fragen gerne beantworten kein Problem Hauptsache du findest ähm den Weg den Weg Leonora du bist überzeugt wirst du uns deine Überzeugung mal erklären weil das würde mich sehr sehr interessieren weil ich habe sowas wirklich noch nie gehört weil sie sieht sich wahrscheinlich nicht als Christin auch nicht als Muslimin glaube ich oder Leonora bist du Christin oder Muslimin oder darf ich fragen was genau ich habe geschrieben ich habe seit 10 Jahren Koran gelesen also ich lese Koran seit 10 Jahren ok dann ist sie Muslimin quasi ah ok Koranitin aha einer schreibt Koranitin ah ok ist auch kein Problem Muslimin Muslima heisst das nicht Muslimin Muslima Muslimin Muslim Das hört sich an die Aliflamin Muslimin 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 Wer heißt das Muslimin Aliflamin Aliflamin Ich finde Muslimin besser wurde als so eine Sturköpfle aber alles gut wenn sie meint alles gut Sturköpfle Provokation ein bisschen kein Problem aber die wahre Bezeichnung oder normales die wahre Bezeichnung ist eigentlich Mohammedanerin eigentlich Ja genau So Criminal Minds ist jetzt als Gast da Criminal Minds Gott segne dich mein Lieber Ich dachte ich bin hier irgendwie falsch aber ich denke immer noch falsch Nein Warte Ich habe noch eine Frage ich will dich jetzt nicht beleidigen Nein alles gut Ich dachte nur jetzt ohne Beleidigung wirklich Du seist so einer wie dieser Ex-Muslim oder Irfan Petschi dieser auch Ex-Muslim Das bist du aber nicht oder? Oder doch? Du bist Du bist hier beim selben Content wir klären hier auf Richtig Selbe Content Es ist dein Ernst Bist du einer von denen? Ich bin nicht einer von denen Ich bin ein Christ der erstmal sagt bitte wie ist die Bibel Richtig Okay okay Wir gehören nicht zu irgendeine Gang oder sowas Wir gehören weder zu ihm zu ihm wir sind Nachfolger Christi und reden über die Bibel Das heißt wir haben den selben Content wie Ex-Muslim oder Evo oder wie auch immer Ich möchte dass du Ich möchte dass du in Ruhe zu Hause die Bibel bist Und den Herrn Jesus Christus erkennt Ich bin ja nicht katholisch und auch nicht evangelisch Das hat ja mit ihm nichts zu tun Ich hab dich doch gar nicht Guck mal auf diese Antwort die du gerade gegeben hast wäre meine Frage gewesen bist du katholik oder evangelisch und dann darfst du sagen nein ich bin weder katholisch doch evangelisch Die Antwort war gar nicht gepasst hat gar nicht gepasst auf meine Frage Meine Frage war bzw. meine Aussage war ich möchte einfach nur dass du die Bibel liest das ist mein Wunsch mehr nicht Das ist aber mein freier Wille meine Entscheidung ob ich das tue Es ist ja nur mein Wunsch gewesen Ich hab dich ja nicht gesagt Ja ja ist ja kein Problem Aber ich hab eine Frage an dich Bist du ein Ex-Moslem oder nicht? Nein Du warst schon immer Christ oder? Nein Ich hab mich seit 10 Jahren bekehrt vor 10 Jahren Ja was warst du vorher? Ein Mensch Ich bin immer noch ein Mensch Welche Religion hast du angehört damals? Ich habe nicht an Jesus geglaubt Ich habe nicht an Jesus geglaubt damals Also an seinen Konkurrenten Hä? Was? Wie gesagt Wie gesagt Ich habe nicht an Jesus Christus geglaubt vorher Ja gut Aber warte ich hab eine Frage an dich Ich fliege immer an diesen Ich fliege immer an diesen Naja pass auf Ich fliege immer am TikTok an diesen komischen Hetzern vorbei Wir sind keine Hetzern Wir sind keine Hetzern Ja warte warte ganz kurz Ich warte ich bin doch hier Ja gut Ganz kurz Ich meine Was hältst du von diesem Stürzenberger? Ich kenn ihn nicht persönlich Aber du würdest schon mal mit ihm irgendwie keine Ahnung Kriminell Komm mal ganz kurz Ich muss dich kurz unterbrechen Komm mal Unser Stream hier hat nichts mit Stürzenberger zu tun oder sonst irgendwas Lass uns wenn du willst wirklich Wir reden nur über Theologisches Hast du irgendwelche Fragen? Nee Ich fand das nur interessant weil ich dachte du bist auch so einer wie dieser Hetzer Wie gesagt wir haben denselben Content wenn das für dich Hetze ist dann ist es halt Hetze aber wir haben denselben Content wir reden über die Bibel Bist du Kriminell Minds? Ich habe eine Frage jetzt an dich Du hast gefühlt 50 Fragen gestellt Woran glaubst du? Ja das kannst du dir wohl denken oder? Wenn ich sage dass ein Ex-Moslim gegen andere Moslems hetzt was bin ich dann wohl? Ist doch logisch Nein Es gibt auch Atheisten die dieselbe Meinung haben Nein Ich bin kein Atheist Bist du Moslem? Bist du Moslem? Ja bin ich Möchtest du mit uns über den Islam reden oder bist du nicht so offen dafür? Nein Ich bin nicht offen Weißt du was mich fasziniert oder was mich eigentlich nervt Nein Alles gut Genau Pass auf Ich sag's dir ganz ehrlich Ja willst du jetzt nur deinen Frust hier rauslassen und möchtest du über den Islam mit uns sprechen? Nein das ist kein Frust Das ist kein Frust Ich will ehrlich was sagen was ich davon denke Aber das bringt uns ja grad gar nichts Willst du mit uns über deinen Glauben sprechen oder deinen Frust rauslassen wegen Ex-Moslim Entschuldige für meine Ausdrucksfrust aber ich finde es irgendwie kacke Du bist Ausländer Abu Khañar Bruder Harun oder wie heißt du? Ja wir sind Ausländer beide Ja Also wie kann es sein Ihr und dieser Irfan Petschi Ihr seid alle Ausländer Ich bin selbst Ausländer Wie kann es sein dass ihr den Glauben wechselt Lebt ihr in Deutschland Also ihr seid Ausländer Okay das hat keinen Sinn Bruder Der redet wieder politisch Also ganz kurz Bruder ich muss dich stoppen weil es interessiert uns nicht Guck mal das ist nicht unser Content Es interessiert uns nicht Ich habe eine Frage an dich Ich habe eine Frage an dich Aus welchem Land kommst du? Ich weiß nicht ob ich dir das sagen sollte Bruder das wird lächerlich ehrlich Ich bin Ausländer Ich bin aus dem europäischen Land Ich komme jetzt aus der mit der selben Logik Wie kann ein Ausländer sich bei TikTok anmelden und bei Christen reinkommen und irgendwelche Fragen und Aussagen tätigen über Ausländer die sein Glauben wechseln und so weiter Ja ja aber ihr seid keine Christen Okay Okay Alles klar Feierabend Der war schon bei Amir bei Irfan Der lässt halt seinen Fuß jetzt bei uns raus Also sehr lächerlich Hallo Eray Hallo Eray Gottes Segen Also ich habe jetzt angefangen Johannes zu lesen Sehr gut Bruder sehr gut Sehr gut Freut mich Also es ist Dings Also es ist spannend aber man muss den Kontext halt verstehen so Ja klar Aber ja Danke vielmals für die Hilfe nochmal Eray Lies weiter Wenn du Fragen hast komm jeden Tag rein und kannst immer fragen wenn du irgendwas nicht verstanden hast Aber lies erstmal Bruder Aber wenn du irgendwo stehen geblieben bist sagst ich verstehe diesen Kontext nicht dann komm hoch und frag den Bruder Haru zu oft du willst oder mich oder wie auch immer Okay Danke vielmals Bitte gerne Eray gerne Dankeschön Okay Ciao Segnet dich Eray Danke dir Danke sehr So Eine sehr ehrliche Seele Bruder wirklich sehr ehrliche Seele Bruder Bruder das ist ähm Das ist echt der Wahnsinn Es ist einfach nur der Geist der dahinter steckt Richtig Er möchte einfach nur Guck mal Seid doch einfach ehrlich und sag doch einfach Hey was soll das Bitte hör auf über den Islam aufzuklären Richtig Ja Ich möchte nicht dass du über den Islam aufklärst und dann sage ich ja okay das kann ich irgendwie verstehen Es stehen Sachen drin die du nicht kennst die du nicht kennst die du nicht kennst die du nicht kennst Aber das Ding ist wir wollen den Muslimen die wir lieben zeigen was in euren Schriften steht Richtig Ja damit ihr wirklich erkennt was der Islam ist wie er verbreitet wurde dass er komplett antichristlich ist dass er die Kreuzigung leugnet Absolut Absolut Und dann benutzt ihr das Wort Hetzen wie informieren nur Ja Im Koran wird die Kreuzigung ganz klar in den Sand geschmissen Das ist unsere Erlösung Richtig Oder das musst du dir mal vorstellen Unsere Erlösung steht in einem Buch Und in diesem Buch Ja Steht einfach nur nein Jesus ist nicht gekreuzigt worden Es entkam ihnen nur so vor als wäre es Jesus Richtig Bruder das Problem ist Ich kann es mir auch gar nicht anhören Deswegen will ich auch Aber wir haben den selben Content Und das wollte er irgendwie nicht Er dachte wir sind jetzt Christen Und wir lästern jetzt über andere Und sagen ja wir distanzieren uns Nein, 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 nein Hast du Fragen über deinen Glauben Dann rede mit mir Weil wir reden nicht über andere Menschen Das interessiert uns nicht Ganz genau Die Christen sind auf der ganzen Welt Also Kinder Gottes Richtig Wir sind auf der ganzen Welt ein Leib Deswegen gehen wir auf die Knie Und wir beten Richtig Für alle Obrigkeiten Für alle Menschen Und für alle unsere Geschwister Die verfolgt werden Richtig Die jetzt verfolgt werden Leute wir sind hier gerade Aber bei TikTok Sozusagen Und Geschwister werden auf Geschwister auf der ganzen Welt Werden gerade verfolgt Ja Die haben kein Essen Die überlegen wie sie überleben sollen Wisst ihr was das für ein Segen ist Für die Leute Für die Christen die Sozusagen in den Ländern leben Wo man noch den Glauben ausleben darf Richtig Absolut Bruder Absolut Das ist krass Bruder Wahre Worte Bruder Abu Hamidin sagt Wo werden denn Christen verfolgt Wo? Gib mal kurz in Google ein Christenverfolgung Da kommen Da kommen von 20 Ländern 18 Minimum Oder 17 glaube ich Muslimische Länder Mehr sage ich nicht Bitte kurz googeln Bruder er hat locker Die letzten 30 Jahre verpennt Seitdem es Internet gibt Ja Bruder Wahrscheinlich durch Substanzen Aber ich sag noch Mal Allgemeinwissen Ist sehr wichtig Für alle Wo hier zuhören Eignet euch bitte viel Allgemeines Ja nicht nur irgendwie irgendwelche lächerlichen Serien Die ihr anschaut Guckt euch mal wirklich mal an Ja Und liest mal Wo werden Christen verfolgt Das ist sehr sehr wichtig Wo werden Christen verfolgt In allen islamisch geprägten Ländern werden sie verfolgt Mit Ausnahme Nordkorea Das ist kommunistisch Richtig Wir sagen auch nicht nein Weil die sind ja allgemein gottlos Sie sind ja gegen alles Was mit Religion zu tun hat Aber die meisten Länder Die Christen verfolgen Sind Ich glaube da auch Ich glaube da auch Achso du meintest mit Ausnahme Dass das kein muslimisches Land ist Richtig Nordkorea ist das einzige Nicht muslimische Land Was Christen verfolgt Also allgemein verfolgt Nicht nur Christen Und sonst Die Mehrheit Die Christen verfolgen tatsächlich Muslimische Länder Asia Bibi Für die Leute Wo sie mich kennen Gib mal in Google ein Asia Bibi Eine Christin aus Pakistan Ja Sie wird verfolgt Und sie wurde Sie würde Zum Todes verurteilt Bruder wegen Blasphemie Aber das stimmt nicht Es gibt eine Doku Youtube Kann man auch anschauen Ihr wurde gezwungen Wieso sie den Islam nicht annimmt Die hat gesagt Ich möchte es nicht Dann wurde sie verklagt Wegen Blasphemie Ich sage Leute Spinnt ihr eigentlich Sie will es nicht annehmen Und sie wird wegen Blasphemie Verurteilt Bruder stell dir mal vor Harrod Jemand kommt jetzt hoch Ein Muslim und sagt zu dir Nimm den Islam Sonst bist du verloren Und sag ich möchte es nicht Du kriegst eine Anzeige am nächsten Tag Und du kriegst du Dings Eine Anzeige mit Blasphemie Und du wirst wahrscheinlich zu Tode verurteilt Dann denkst du auch Sag mal spinnt ihr eigentlich Ja Bruder Wahnsinn So warte kurz Bruder Du kennst mich Ja Ich bin ja ein gnädiger Mensch Weil Gott mir das geschenkt hat Ich möchte ihn nur was fragen Er hat schon längst weg geschickt Okay Er hat schon längst weg Ich weiß Ich wollte ihn haben ja gesagt Entschuldigen soll Nachher Geht er zu ihm und sagt Ja ich habe Anfragen geschickt Ich wollte mich entschuldigen Ne Und danach sagt er ja Kommt er dann zu uns und sagt Hey der hat Anfragen geschickt Ihr habt ihr nicht mehr hochkollt Er wollte sich entschuldigen Weißt du was ich meine Ja ich weiß Bruder Ja ich weiß Bruder Guck mal Bruder Leute ich zeige euch das jetzt mal Wenn ihr das noch nie gesehen habt So okay wir fragen ihn jetzt ganz kurz Aber Martin möchtest du dich entschuldigen ja oder nein Hallo Aber Martin wird aufgenommen Will ich entschuldigen ja oder nicht Warte mal ganz kurz Ich entschuldige mich Ich habe gar kein Problem damit Ja okay Wieso beleidigst du Mach das bitte nicht mehr Sag nicht mehr zu ihm Scharmut Auch nicht mehr zu mir Zu dir habe ich gar nichts gesagt Ich habe es nur zu dem gesagt Wieso beleidigst du jetzt mal persönlich bei Bumaljin Warum Weil ich habe mich kurz nicht unter Kontrolle Aber du machst das sehr sehr oft an Bumaljin Ich habe dich noch nie beleidigt Wieso machst du das jetzt mal Nein ich habe dich auch noch nie beleidigt Aber ich habe immer von dir Respekt gehabt gell Aber seit ich gesehen habe dass du oft schießt und ekelhafte Art und Weisen auspackst Dann habe ich dich persönlich aber Bumaljin Guck mal ganz kurz Habe ich dich je persönlich einmal beleidigt Nein das hast du nicht So wir sind doch immer in der Ebene von der Theologie geblieben Aber du beleidigst ja das Vorbild von 2 Millionen Nein Bruder komm mal wenn ich doch lese dass er eine 6-jährige geheiratet hat Wieso fühlst du dich beleidigt Nein darauf bin ich dich beleidigt Okay was hat dich gestört was denn Ja weil du immer sagst der heilige Tanga und dies und das ist doch nicht korrekt Wenn du berichtest hat Jesus dir das beigebracht dass du so reden soll Wir machen es anders Das mit Tanga ist jetzt eine Ausrede du hast mich schon vorher beleidigt Guck mal Abumaljin das Problem ist Wenn ich Sachen vorlese und sage Für mich ist das Kinderschändung wenn einer ein über 50 jähriger eine 9 jährige Quasi ja missbraucht hat ja Für mich ist das Missbrauch und Kinderschändung Aber du sagst Missbrauch Ja ich sag dir auch warum Guck mal Gott bewahre ich sage dir sogar aus Respekt Gott bewahre wenn du eine Schwester die 6 oder 9 Jahre alt ist Ein über 50 jähriger ich sag doch Gott bewahre ich sage nur Beispiel Und ein über 50 jähriger macht mit ich will nicht mal deine Schwester sagen mach mir ja deine Nachbarin Eine 9 jährige und eine 50 jährige er schläft mit ihr nimmst du das siehst du das als normal Sex oder ist es ein Missbrauch Achim meine Oma meine Oma Bitte 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 ganz kurz er ist ein über 50 jähriger schläft mit einer 9 jährigen ist es nicht Missbrauch ist nicht Kinderschändung sei doch ehrlich Ich wurde doch nur Heirat vollzogen Achim sei doch auch ehrlich zu dir Aber Malchi wenn jetzt wenn du jetzt im Fernsehen hörst ein über 50 jähriger hat mit einer 9 jährigen was gemacht Was sagst du du spukst doch auf ihn oder nicht Wir reden hier von einer Sache vor 1500 Jahren Bruder Jesus war doch 500 Jahre vor Mohammed und er hat sowas verurteilt Habibi bitte Jesus hat ja auch keine Frau oder keine Freundin Es spielt doch kein nicht darum er hat sie verurteilt er hat Kinderschänder verurteilt Wenn jemand ein Kind was antut Bruder hat sie verurteilt und 500 Jahre 600 Jahre später kam Mohammed und er hat das gemacht Ja und ich will damit sagen das Christentum kommt auch aus dem Orient Bruder Hallo zusammen Aber Eicher wurde ja angekündigt mit Bruder ein dass er sie heiratet hat Ja aber es spielt keine Rolle Bruder kommen es geht darum sie war jung er hat sie mit 9 Jahren ja für mich ist es ein Aber warum hast du so einen Hass darauf warum ich hab doch keinen Hass Warte Fatmi bitte Warte Fatmi Zu diesem Thema zu diesem Thema Ich will doch Ich will doch Warte Fatmi Warte Fatmi Ich will doch nur erklären Ok Erstens Und alle anderen Leute Ihr habt auf gar keinen Fall So Gott jetzt So Gott jetzt fantastic So war Gott lebt und uns erschaffen hat ich weiß nicht wieso das bei euch als hass rüberkommt aber ich lege meine hand ins feuer dass das wir weder pass auf muslime haben ja noch auf die begebenheit sondern einfach nur wir können nicht akzeptieren wir können nicht akzeptieren wenn ich die haupt auf den letzten profeten und dass die sache habe ich habe ich ganz kurz habe ich hass auf dich hat jemand ein hass auf dich ich sage dir sogar ist ich sage dir offen ich habe null hass auf dich hat nichts gegen dich oder gegen jemand anders und warum auch mal erstens mal ich darf dich nicht mal hassen und wenn ich dich als mensch hassen würde würde müsste es einen grund geben weil du mir vielleicht was getan hast privat persönlich keine ahnung ich kenne dich nicht mal persönlich warum soll ich das machen ich habe ich habe ich habe doch so ich habe doch gesagt ich wurde ich wurde emotional und dafür entschuldigt nicht deswegen nicht deswegen aber er hasst dich nicht sonst würde er mit dir nicht mehr reden ich habe nicht gesagt dass er mich hasst persönlich habe ich weiß nicht ich kann nicht in deine herzen reinschauen ich sage ich sage dir offen ich bin nicht irgendwie so ein bisschen unwichtig aber manche ich schreibe wirklich nicht guck mal ich bin ein mensch auch privat ich schreibe bei niemanden ich habe sogar schleimer das habe ich immer zu tun nein ich sage aber ich erkläre mal jungs bleibt mir ich habe ich mal aber manchmal habe eine sache zu klären aber genau genau das meine ich ja redet jetzt über dieses thema über welches thema ja wie über 50 jähriges und sechs jährige nein ich aber mal schon reden gerade was anderes zwei neue beispiel zwei mit erfahrt mir ganz kurz das ist was was ganz anderes hat mit der hat nichts zu tun aber mal schon guck mal ich habe wirklich gegen niemanden was persönlich ich wie ich und bruder harrod oder andere wir reden nur über die schrift kommen wir haben vielleicht ein temperament und eine eine art vielleicht ist es sehr direkt und vielleicht für den einen und anderen verletzend aber das ist oder vielleicht nie wir von der kultur her wissen hat vielleicht direkter als ein hans oder ein das ist ja jetzt nicht gewohnt vielleicht seid ihr es nicht gewohnt und wenn irgendwie leute aus dem orient die christen sind aber auch mal direkt so sagen so und so und so ist es nicht böse gemeint bruder es ist nicht böse gemeint aber guck mal abul kasim abul kasim oder die anderen geschwister von dir die beleidigen und drohen jedes mal und unter denen warst du leider auch aber das jetzt entschuldigt aber alles gut die beleidigung drohen jedes mal anderen leuten dann frage ich mich hä wieso macht das denn kein christ amir amir koffer pur der hat es ja auch hinter ging hatte hat er dir gedroht privat bruder hat er dann er hatte deine mutter beleidigt sei mal ehrlich also da fängt es doch schon antworten aber eben leider den propheten das ist doch auch nur ein mensch oder nummer wie bleiben wir schon vor wir sagen oder redet ihr so über tote menschen sag ich doch gerade wir sagen nur was die schrift sagt wenn in der schrift steht er hat leute geköpft er hat eine sechsjährige geheiratet sprechen ist doch nur aus aber das steht nicht dass er ein pädophil aber aber warte mal ganz gut was ich mal bitte mit dem reden aber in der schrift steht ja auch dass er gesagt hat der beste unter euch ist derjenige der seinen nachbarn seine frau und die die ihn nahe stehen am besten behandelt warum sagt warum ich sag sie noch mal wenn da steht er hat er geheiratet mit 6 und 9 hatte sie vollzogen dann ist das nicht nur für mich und nicht nur für andere für alle sogar für muslime selbst das weiß ich und das weißt du auch ist pädophilie das weißt du es gibt du jetzt nicht zu aber du weißt dass es pädophilie ist sagen zu der zeit war das normal so weil man aber mit 14 geheiratet oder 14 und 9 findest du das gleich um eine oma hat noch hingst du 14 und 9 gleich nein aber es ist ja fast meine oma war selber 14 hier siehst du meine oma war doch selber 14 ich muss das machen wir öffentlich sagen aber guck mal guck mal kulturell ja das recht oder ganz zurück machen wir das spiel tausend nein das ist wie diese aussage ist komplett die verarschen euch gehen wir zurück 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 jesus in der zeit von jesus oder ganz kurz in der zeit von jesus 530 560 jahre vor mohammed als jesus war bruder herz er hat doch sowas verurteilt ich bin da kommt auch aus dem orient er kommt aus philistin aus israel dieser region er kommt nicht aus deutschland wurde aus schweden er kommt aus dieser region wieso war es aber 500 jahre vor mohammed schon eine schändung das war nicht normal das ist verabscheuend gewesen schon vor mohammed bruder ich werde damit erklären er muss uns verstehen wie sage nur aus unserer sicht ja moralisch ist es nicht normal es ist pädophilie aus unserer sicht dieses pädophilie aber ich will dich nicht verletzen als mensch ich habe nichts gegen dich aus unserer sicht bruder ist es so aber jesus hat sich auch von einer prostituierte massieren lassen aber manche gesagt dass wir uns angriff warte kurz die machen meinst du der prophet ganz kurz der prophet hat er war gerecht zu seinen frauen ich glaube ja weil die frauen es gibt ein hadith wo er sagt der beste unter euch ist derjenige der seine frauen besten behandelt er ist der beste von es ist ja der beste unter uns da ist der beste mensch für mich dann guck mal guck mal guck mal suche 66 vers 1 ja liest du den tafsil worum es da geht oder ganz gut die wir können gleich eingehen aber manche ich habe noch eine frage und du hast doch gesagt wir müssen jetzt dieses thema du hast gerade ein thema aufgemacht ich würde ich nicht so im einfach so sagt er hat von einer massieren lassen wenn du deinen gott liebst wenn du deinen gott liebst zeigen die stelle wo steht massieren hat sie nicht also leib steht da wenn du zu mir sagst du sagst du tanga jetzt frage ich dich dann zeigt mir massieren aber warum lasst doch gar nicht ich zeige dir jetzt die stelle wo leib übersetzt wurde auf griechisch und die gericht das richtige wort für leib das ist der oberkörper was machst du dann der oberkörper ist ja auch massieren dass sie das öl über sein haupt gegossen hat und dann ist das öl war das ganze leib gegossen und in der jüdischen tradition wurden könige so gesagt dass jemand öl gegossen hat aus seinem haupt und das ganze öl ist dann über sein leib geflossen da steht nirgendwo dass er die macht sieht dass sie ihn massiert hat ich glaube ja sowieso nicht daran an diesem für an diesem fern aber ich glaube dass er das ist aber aus dem kontext du sagst massieren es steht aber nicht massieren jetzt sage ich zu dir du sagst sachen zu mir die doch ist das war aber nur ein beispiel ich habe ja auch ich nehme das auch nicht als angriff gegen gegen die bibel oder die christin okay ich hoffe ich hoffe dass ich jetzt verstanden ich habe nichts gegen dich aber manche ich weiß nicht ich würde niemals eine aber manche ich würde niemals würde ich deine mutter beleidigen weil die tut mir leid sie ist zu hause sie weiß von nichts was hier abgeht dann komme ich und sage ich mache mit deiner mutter sohn so was kann sie dafür wenn du hier scheiße baust erklär mir das mal mal bitte bitte erklär mir mal bruder ich warum baue ich jetzt scheiße nach deiner meinung oder nach deiner menschen sei ehrlich sei ehrlich du hast das von diesem abu kassem gelernt er hat immer eben nicht hat mutter ich bin auch sagen wir haben auch diesen temperament aber wir halten uns zurück weil das gehört sich nicht wir haben bisschen der baby guck mal ich sagte was kann deine mutter dafür wenn ich sie jetzt beleidige was kann sie dafür aber warte mal wir haben doch das thema schon geklärt oder das habe ich ja gesagt das war aber dann verstehe ich auch mal ja nicht hier auch zu beleidigen weil ich beleidige ich doch auch nicht unter keiner war warum sagst du zu mir und erfährt das ist ja auch eine große ich kann dir erklären wieso weil ich was ich selber über die monate steht die gehen der unterste stufe des helferes und ich erkläre ich kann sie es erklären ein monat ist der der bewusst die wahrheit kennt aber sie heuchelt als er liegt bewusst ist ein heuchler habe ich wenn ich zu mir sagen oder das ist wieder ein anderes thema ich möchte nicht weiter weiter wir haben doch so oft miteinander geredet über den islam und du hast sachen nicht zugegeben ok sollen wir jetzt anfangen ein thema dann machen wir jetzt aber sachlich natürlich mit respekt du willst doch die scharia haben oder aber aber manchen bitte du willst doch die scharia haben oder was damit du willst sie doch haben die scharia oder du meinst ob sie eingeführt wird du willst sie doch du willst dass sie eingeführt wird oder die scharia selbstverständlich das war das beste für sehr gut sehr gut du willst sie quasi haben und du kennst ja auch die 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 regeln die gesetze in der scharia kennst du ja nicht alle aber ich mal was passiert wenn du in der scharia lebt was passiert mit einem der den islam verlässt ein murt hat was passiert mit einem murt hat mord hat so soweit ich weiß muss erst mal vorher aufgeklärt werden und ja wenn ich dann dann geht es ihnen an den kranken was ist ein mutter kannst du fahrt mir das ist eine religion verlässt genau einer der die religion verlässt der den islam verlässt ja ist ein murt hat das sind die mutter dienen so das heißt ein ex muslim ein ex muslim wird zum tode verurteilt oder abu maja hallo hallo abu maja tschuldigung dass ich störe siehst du dieser mensch da unten ich hasse ihm wie ein teufel aber du bist der heuchler erst einmal sagt die wahrheit dieser buchhanser erster mal sagt die wahrheit aber buchhanser hat gesagt du bist ein heuchler und du bist ein heuchler tausend mal dass die gewandt auch kein wissen hast nicht verteidigen islam mit deine treckart geh raus von ihr auf lassen ist haben wo war doch kein wissen hat du idiot sagte das land hat er mich gemeint oder weniger natürlich wenn wir sonst ich habe dir das hundertmal gesagt erstens 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 der kann mir gar nichts sagen jetzt nicht mein vater ja der ist nicht mein willi und zweitens er soll nicht rumschreien wie sowieso wie sowieso ein köter war sonst werde ich auch respektlos okay ich bin hier reingekommen weil ich den unten beleidigt habe und darum ging es ich wollte keine debate führen ich habe das thema jetzt nur aufgemacht weil er hat gesagt wieso nennst du mich monat ja deswegen wollte ich jetzt gleich klarstellen aber ist ja egal ich will nicht darauf eingehen hör auf dein bruder hand die ich weiß nicht mich schon nicht dass du euch jetzt irgendwie bekriegt auch keinen weil du willst sein gesandt fertig wie du willst aber machen die ist nicht immer ist nicht mein willi der hat mir gar nichts zu sagen erstens wer ist es denn ich kenne ja nicht mehr persönlich ich habe viel ich habe viel gehabt für ihn aber der soll mich nicht dreck nennen sonst werde ich auch sehr respektlos und das will ich nicht deswegen schalte mich jetzt hier in grenzen er sollte so nicht mit mir reden weil so reden auch muslimer miteinander nicht nur mal das müsst ihr aber wissen und ich bin nicht gekommen um irgendwas zu verteidigen ich wollte nur sagen ich wollte nur sagen dass ich will ich wollte wissen warum abu kanja mich heuchler genannt hat und darum ging es ich bin ich bin ich gekommen um auf irgendeine debatte hier wieder einzugehen fertig aber guck mal ich bin ehrlich zu dir harud oder harud ich bin aber ehrlich zu mir viele viele muslime werden sich jetzt bestimmt ärgern aber nicht gegen dich persönlich oder mir ist es egal viele werden sich ärgern weil die denken ja er ist im monat ergibt nicht zu was seine religion sagt deswegen habe ich ja jetzt die erklären wollen wieso ich dich monat genannt habe ich habe das nicht so gesagt weil ich dich einfach beleidigen will sondern wenn man dir aus der schrift zeigt so und so steht drin und du heuchelst bewusst obwohl die wahrheit kennt aber worauf ich geheuchelt jetzt wo habe ich geheuchelt jetzt ich habe doch zugegeben aber mal den guck mal aber mal guck mal bitte ganz kurz lass mich was sagen guck mal umso ich sage dir ganz ehrlich umso mehr du solchen wollten volks ja in der bibel steht wenn man mit leuten sich vermischt und mit den gemeinschaften die schlechte umgangsformel haben dann wird man so wie die ich habe eine frage du bist ja manchmal mit denen oder mal mit denen oder du wirst wie die verlass das einfach es gibt kein gott aus allah machen jetzt sein letzter gesandte mein lieber ganz ansatz hat mir das vorhin eine frage erfahrt mir und auch jesus ist ein letzter gesandte also wir wollen uns zwingen wir haben die den angebot gemacht alles was ich bin ja wirklich bis zum nächsten mal so gott will genau weil du erzählt deswegen weil er die sechsjährige aber die sechsjährige war doch die von abou bakir oder ist es jetzt wichtig oder ja schon hat mir hat mir hat mir guck mal ich aber sechs jahre alt als die nur mohammed sie geheiratet hat und sie waren neun jahre alt als er mit ihr die ehe vollzogen hat weißt du genau ich will jetzt nur was sagen weil ich ich weiß nein ich bin dass du das wie findest du das ne ne pass auf also weil ich gehe davon aus dass vielleicht der abu bakr zu muha weil die haben sich sehr sehr gemocht die zwei mohammed alle salallahu alaihi salam und abu bakr ich gehe davon aus dass er die neunjährige oder die sechsjährige tochter ihm versprach also versprochen das ist jetzt deine theorie oder wie ich gehe davon aus dass er aber aber fahrt mir fahrt mir kommt man ist nicht böse gemeint aber du tust gerade du tust gerade wirklich sünde laut islam sündigst du gerade weil du tust gerade aus deinen eigenen gelüsten ein tefsid machen das ist nicht gut was du machst das ist okay aber ich denke dass er erst wo sie älter geworden ist dass er mit ihr geschlafen hat ja aber das ist deine die interessiert kein gelehrter du bist aber kein gelehrter bruder die schrift sagt was anderes du bist kein gelehrter mit neun hat er die ehe vollzogen nein ich sag nur ich gehe ich aber die aber in den hadith steht mit neun hatte die ehe vollzogen bruder fertig punkt aus ein wunderschönen guten abend guten abend doch noch was noch was wollte ich sagen dazu zu diesem thema zu diesem thema jetzt bitte er hilft mir weil ich kann mich nicht mehr erinnern ist gut entweder rebecca oder elisabetta hat was mit jesus gehabt oder der ist ein bruder der hat so viel drogen genommen 100 prozent 100 prozent er ist und er nimmt drogen 100 prozent sage grüß liebe freunde dann sage ich mal zu dem thema weil ich gerade gehört habe ihr spricht über die beise dass die sechs jahre alt war ja auf jeden fall kann ich sagen dass sie nicht neun weil sie geheiratet hat weil sie geheiratet hat war die 17 ist es dein ernst gerade oder wie sonst veräppeln oder man sieht dass wir überhaupt von der materie nicht eine ahnung bist du bist überhaupt sunnite bis zu über sunnite aber das spielt keine rolle in einem moment den nächsten der haben die dritte durch bruder wegen abtul abtul dies mal bitte vor sahibu kardi versteht er bitte vorlesen oma sagt selber und mal hier das zitat von dem hat dies ist von aisha selbst aus ihrem eigenen mund okay da kannst du mal von wenn du jetzt danach gehst hast du recht jetzt frage ich dich mal was anderes nein 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 du gehst erst mal drauf ein du gehst drauf ein war das kathol einfach stecken da diesmal bitte ich will erklären warum 17 nein du gehst jetzt erst mal hier drauf ein sei erklär mir mal bitte der buchade steht da ja gut kann ja sein menschen geschrieben und ist das dein ernst gerade warum deine muslimische brüder sagen gerade so die ein tag viel auf dich weißt du dass jeder muss sich selbst von der wahrheit überzeugen du hast keine wahrheit weil die wahrheit steht hier das ist eine wahrheit die die islamische wahrheit steht hier das ist die wahrheit okay okay darf ich erklären warum ich 17 sage jetzt kommt es nicht richtig recherchiert weil die leute blind sind und einfach blind laufen ich sage jetzt noch um 17 mal holt man haben die rein bitte ja mit der hand wie gesagt interessiert mich nicht jetzt erkläre ich dir mal warum 17 als geheiratet hat ja bitte nicht reichen aber ich habe keine türkinn also ein mensch war ja weiter so sie war 17 aus dem grund weil sie hat eine schwester die war es mal als geheiratet hat war es mal 27 und war zehn jährige jünger als es mal so jetzt könnt ihr selber ausrechnen wie alt war als die gleiche wo steht das wo steht das ja dann musst du dir leben von den profeten warte mal ich oder du du bist in der beweispflicht du musst uns jetzt die quelle zeigen immer recherchiert ihr die leben die geschichte du blamierst du blamierst gerade deine muslimischen geschwister weißt du das eigentlich kannst du zeigen wo das steht ja oder nein weil wir haben gewillt oder was für eine quelle hast du hier ist das vorgehen hast du können ja oder nein quellen sind die geschichtsbücher wo drinsteht wie die profi preis der quelle geben kannst du dir jetzt geben oder das reich der blamiert hat sollte was sagen sollte was sagen gott bewahre gott soll haben die helfen nicht dass ein herzinfarkt bekommen weil die blamieren ihn und die bleiben die ganze umma das sind so ahnungslose bruder shisha muslime sorry wenn ich das sage ich schäme mich selber schon für solche menschen null ahnung null aber kommen hoch für was kommt ihr hoch wenn ihr keine ahnung habt und keine quellen habt die war 17 ja wo steht denn das wo ist eine quelle die kommen oder ich will nicht mal sagen unvorbereitet die haben gar keine ahnung das hat mit unvorbereitet nicht zu tun die haben ja gar keine ahnung oder oder das ist echt nicht normal der nächste der hier hoch kommt sagt dass sie studentin war oder was weiß ich was ja wahrscheinlich die prinzessin von von österreich oder so ich weiß es nicht ja oder das ist reiche wie er sie ausspricht kein respekt von der mutter der gläubigen reiche als wäre seine sachen oder eine putzfrau als was die putzfrau von dem mann reiche wahnsinn bruder sagt er doch ist doch egal oder jeder wirklich wahrhaftiger musste wird ich sagen reiche wahnsinn bruder es ist echt nicht normal ich lerne jedes tag was neues also wahnsinn wirklich wenn ich das schon höre wirklich das schon angefangen hat keine ahnung so wie der grau heute ausgerastet ist es der selten ausgerastet aber warum weiß wie auch schon gewarnt hat weißt du wie oft er den ihn schon ermahnt hat bruder deswegen hat er gesagt jetzt reicht's verstehe ich alle zeugen 300 leute ich habe es schon mehrfach zu ihm gesagt entweder du entschuldigst dich plus du folgst der sunnah wenn du sagst das sind deine geschwister und da das jetzt einmal zweimal dreimal ich habe heute ist ein zeugin wie oft habe ich ihm geschrieben dass haben die dein ohr lang ziehen wird richtig und das ist dein guter glauben er sagt ja das ist nicht mein vater und er hat millionen mal mehr ahnung als ihn das weiß ja auch selbst haben die ist hier du bist oder das schreibt einer da war zum tonter rieter der schreibt rebecca war drei kannst du mir kurz kannst du kurz hochkommt dass wir zusammen lesen genesis 25 20 kannst du kurz hochkommen da war zum tag kommt bitte hoch wir lesen zusammen die bibel du liest mir dann vor wurde steht kommt bitte hoch da war zum tag und schreibt die schwester die schwester schreibt wer ist haben die haben die ist fitra dauer also muslimische dauer und man muss schon sagen er hat schon ahnung richtig er hat wissen wer hat am meisten wissen definitiv muss man ja zugeben definitiv er weiß ganz genau also bei mir hier ist der immer respektiert ja gut behandelt ganz einfach und er sagt das ja auch immer selber ja und er ist noch also bruder es selten so ausgerastet wie heute wurde ja aber ich verstehe ihn ich verstehen bruder definitiv ganz kurz dieser dauer zum tawhid kannst du wieder hochkommen er will der anfrage oder holen mal kurz hoch dauer zum tawhid genau da tausend noch irgendwas da kann hochkommen da soll bitte hochkommen wir reden wir lesen dann zusammen über die sache mit der rebecca war drei das würde mich sehr interessieren sehr sehr interessieren wo ist der achi zweck des weg also ich sehe noch in kommentaren wurde eigentlich weil er kann dann schön voll ist nicht wir er liest vor damit es nicht heißen wir erfinden irgendwas und wir haben eine zeile freigelassen dauert zum tawhid wenn du noch da bist ich bitte eine anfrage ja sogar die stelle gegeben denn es ist deswegen so schön wenn er schon die stelle kennt dann komm hoch bitte deswegen der zahlenwunder auch wenn es gibt es irrelevant es hat mich mit der wahrheit und ist auch kein beweis ich sage ich sage wenn ihr dann länger sind da kann sein dass ich gerne 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 bevor ich also da war zum tawhid du kannst gerne hochkommen lesen wir mal zusammen fort ist mit der rebecca 3 das würde mich auch interessieren also falls es drin steht dann habe ich ein neuer kennt das auf jeden fall ja so ich wollte ganz kurz wir haben ein thema vergessen anzusprechen beziehungsweise eine quelle zu zeigen und zwar geht es darum die christenerfolg da bin ich gerne ein internet das heißt eine quelle zeigen was sie eben nicht gemacht haben weil wir abgelenkt wurden wir werden immer abgelenkt das ist das problem aber das machen wir nicht mit die seite heißt open doors das kennen natürlich viele von uns aber die meisten auch nicht und da steht weltweite christenverfolgung auf einen blick wo christen am stärksten verfolgt werden dargestellt in der interaktiven weltkarte und da gibt es sozusagen ein ausmaß von verfolgung die markiert wird auch als rot ja in der legende was extrem ist und sehr hoch was als orange markiert ist und schaut euch das mal an ich glaube die ist nicht aktuell aktuell müsste glaube ich afghanistan auf platz 1 aber das weiß ich leider nicht also nordkorea ist kein muslimisches land ok ist aber auf platz 1 warum weil es dort eine diktatur ist und dort ist es überhaupt kommunistische diktatur ihre kommunistische ideologie das habe ich auch vorhin schon so die wahrheit so genau guck mal jetzt wir zählen jetzt die muslimischen länder ok platz 2 somalia platz drei jemen ja auf platz 5 ich weiß eritreer ist glaube ich eher halb halb dies halb jahr 50 prozent christen 50 prozent muslime ja genau dann libyen muslimisch nigeria sozusagen schon fast 30 70 oder 60 irgendwie sowas ja ja aber warum die nigeria angesprochen haben oder weil der komplette nordteil von nigeria ist komplett von boko haram und der herrschte islam pakistan dort sieben iran islamisch platz 8 afghanistan platz 9 islamisch sudan islamisch syrien islamisch saudi arabien islamisch mir einmal ist buddhistisch so wie ich weiß genau aber da ist auch der kommunismus aber ganz kurz mal die diven ist muslimisch china ist kommunistisch genau ich meine kommunistisch irak ist muslimisch algerin ist muslimisch mauretanien ist muslimisch und 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 also ihr seht auf den ersten 20 plätzen sind nur muslimische fast nur muslimische länder 90 prozent richtig aber was den zufall ja oder das ist wirklich die leute da hat wirklich einer eben geschrieben wo werden denn christen verfolgt in welchen ländern richtig deswegen ist es sehr interessant dass du das jetzt gezeigt dass wurde für alle leute bitte schaut selber nach ja richtig falsche übersetzungen genau das wäre noch der krank überlegen oder von israel oder sowas du kennst auch diese 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 aussagen israel jüdisch und mossad die seite ist von mossad das kennen wir so in irak werden christen verfolgt er lacht aber das ist nicht normal das ist nicht zum lachen das ist traurig sowas traurig ehrlich traurig dass man noch lachen kann ich habe eine allgemeine frage an muslimin wer ist aber das ist unsere nächste frage wenn du keine frage hast oder und zwar möchte ich gerne wissen ob ein moslem kommen kann mit uns erklären kann wer alles was ist das wesen voneinander und ich wir wollen unbedingt wissen wer ist weil wir wollen auch 72 jungen fahren haben das ist unfair richtig wir haben auch das recht wir wollen es auch überzeugt uns der überzeugt uns wohl also warum nicht versteht was steht ja auch in der im koran steht auch sehr sehr schön ja die stelle bärengehege und jungfrauen mit schwellenden brüsten und übervolle schalen bruder ganz ehrlich wenn ich sowas lese im koran wieso nicht also ok wenn die mich überzeugen und ich bekomme es oben wurde dann ganz ehrlich dann gucke hier auf erden gar keine frau mehr an ich möchte sofort sterben gehen weil ich so schnell wie möglich oben bin alles gut leute super gott sei dank wo ist dieser tor hätte es abgehauen habe ich mitbekommen ja ja leider leider ansonsten ja ich würde gerne diese frage beantwortet bekommt man muss liegen wer am war ist ja und was das wesen von allah ist also erstens wer ist aber ich möchte von den muslimen diese frage weil ich möchte das wesen von den kennenlernen ich will ja wissen wenn es das update ist und moment der letzte gesandte ist möchte ich auch wissen wer aber ist richtig sollen richtig ich möchte wissen wenig anbiet und meine zweite frage ist was ist das hier kein moment dass sie dass sie was wird hier gemacht hier was ist das was ist das für eine praktik diesen dieses ritual das möchten wir verstehen was soll das bezwecken was ist das und das was ist schlimmste ist aber das schlimme ist das ist offiziell das ist kürzendienst überleg mal du steckst den kopf in diesem loch rein und küsst einen stein es geht wird niemanden wo habt ihr dieses videos getrieben wahnsinn oder das ist wahnsinn und die kummer die soldaten dort alle in der nacht aber jeder küsst jeder küsst es als wären wir da irgendwo im zoo oder sowas ich verstehe das nicht wirklich wenn es traurig sowas weil das ist schick das ist offiziell warum ist er so glücklich danach ich verstehe nicht wo du dieses video getrieben hast warum ist er so glücklich ich hab selten so gelassen wirklich es gibt noch eins das ist noch lustiger weil dort ein ganz verrückter ist schaut mal jetzt ja ich weiß nicht nur meins glaube ich ja oder du kennst den bestimmt der wahnsinnige so ich hoffe wir finden ja jetzt passt mal auf ihr lieben passt mal auf aufgepasst was macht was hat er da jetzt gemacht so was macht was macht und guck mal wie viele leute da sind oder das ist so schick was sie da machen oder das ist so schick ehrlich was macht nieder was machen die da in dem loch warum will jeder in dem loch ein ja bruder denken die kommt dann die kommt dann also leute ganz ehrlich ich meine nimmst es uns nicht übel es ist witzig ich meine ist ihr redet so über 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 uns unseren glauben und zu ziehen schmähen obwohl ihr nicht über das christentum ist und findet keinen fehler aber bei euch da geht es ja ab dass die katastrophe ist das eine form von nüsten liebe über menschen lustig machen erst mal gottes segen erst mal gottes segen mein lieber gottes segen und zwar und zwar guck mal guck mal bitte geh nicht auf diese schiene wir machen wir machen zeigen videos wir zeigen quellen und unsere frage ist erstens wer ist online und zweitens was ist das was wird da gemacht aber du machst dich in ihren zeit lächerlich du machst du ich mache mich mein folgt ich brauche mich nicht mehr ich habe gefragt was macht er da ich sie doch nicht was macht denn da so ist der frei war der kämpft sich dadurch wie so ein idiot und wieso macht er das bruder sagen wir bitte ehrlich wieso macht er das weiß ich nicht aber ist das nicht schick den stein zu küssen und das was da macht sei mal ehrlich weißt du was schick bedeutet ist das nicht götzendienst was er macht was ist götzendienst das ist götzendienst du tust irgendwas an küssen und ein bisschen gestorben ich höre mich doppelten dienst ist etwas zu nehmen und richtig ist es auch der schwarze stein tun die vergöttern wie als wäre es gott die küssen ihn weil die denken er hat irgendeine bestimmte funktion sogar omar was hat omar gesagt über den schwarzen stein er hat gesagt wenn ich nicht gesehen also wenn ich nicht wenn ich habe den propheten gesehen wie er den stein küsst hätte er es nicht gemacht ja niemals niemals hat er gesagt das heißt sogar hätte ihn sogar zerstört ja nicht richtig trotzdem ist das kein schick warum küsst man den stein natürlich du darf warum küsst du ihn küsst du denkst hat irgendwelche kräfte was macht natürlich die die nur dieser stein wenn sie den stein wenn sie diesen stein bekommen das ist schön ok warum weil sie beten dieses haar an warum ist das schick weil sie dieses haar anbieten was ist jetzt der unterschied ob die jetzt einen haar anbeten oder einen schwarzen stein anbeten das ist schick bezieht sich auf anbetung ok das ist doch eine anbetung die beten den schwarzen stein an bruder nein das ist falsch nein aus deiner sicht wohl du bist ja schiite aus deiner schicht ist es falsch aber auch sunnitischer sicht ja ist es absolut schick du als schia du glaubst nicht daran okay das ist wieder eine andere sache aber auch sunnitischer sicht ist es definitiv schick die religion soll es in richtung dem schwarzen stein beten aber warum richtung den stein bruder aber warum richtung den stein warum weil der prophet eine richtung eingesetzt hat aber wieso das von diesen stein bruder gott allah ist doch überall auf dieser welt weil dieser stein ein heiliger stein ist das ist schick bruder warum ist das schick das ist das ist schick überlegt doch mal nach allah schränkst du ein in einen ort wo du sagst hier der stein bietet alle in richtung ist natürlich und direkt sagte wieso du betest richtung den schwarzen steines allah ist überall warum muss man in eine bestimmte richtung beten wo was ist nicht wo allah ist nicht wo mohammed ist nicht wo keine ahnung was so ein schwarzen stein du betest richtung schwarzen stein das heißt deine gebete gehen richtung den schwarzen stein weil er wahrscheinlich so allah ganz nah ist oder er selber allah ist das ist schick abu schick weil allah darfst du nicht einschränken in irgendein ort oder irgendeiner stelle aber das machen die er kann noch so heilig sein der schwarze stein kann noch so heilig sein aber in seine richtung zu beten ist schick bruder das ist schick ein christ auf egal wo auf dieser welt ein christ betet nicht in eine richtung er darf beten wo er will und wo er möchte weil gott ist überall du darfst sie nicht einschränken und du als schia du weißt es selbst ja aber das ist kein schick wenn ich richtung mecca bete wenn ich jetzt zum himmel schaue und bete bete ich den himmel an nein was ist das hier was ist das jemini corner was ist das das ist das ist noch heiliger als der stein aber findest du das normal das würde ich selbst auch küssen diese stelle das dankeschön wieder götzen dienst oder sie ist das kein ich sag dir eins wurde herz wenn ein christ so was machen würde ihr würdet in den himmel und runterfallen diese stelle was du gerade siehst das ist ein wunder gottes was soll das sein das ist nur beton was ist denn dann nein wenn du das mal weg macht dieses schwarze dann siehst du das richtig was ist denn das ist ein geriss mitten in der kabe und daran glauben wir schiiten das erleben der talib der kusen von dem propheten der hineingeboren wurde gott riecht die kabe auf und die sind ja reingeboren ist es dein herz gehört oder wie kann man so es kommt alle respekt ich mag dich du bist ein sehr respektvoller mensch aber das ist sowas von schick bist und geht nicht mehr dass es oder dass es ihr tut gott beigesellen sachen ein beton dass es oder du musst doch nicht du musst ja nicht dahin gehen und diesen stein anbeten und dein ganzes leben daran die leute drehen durch bruder gucken wir machen es gibt immer menschen die übertrag macht es doch du hast doch selber gesagt du würdest das auch machen also tust du genau dasselbe wie die nur noch mal als wäre das gott was die machen die kopf daran oder die bekomme der küsse der der küste in dieser dieser sieht aus dem buddhist ich verstehe auch den bruder ein bisschen weil wenn etwas eine sagen wir mal wunder verbringen sollte kranke heilen sollte der tote erwecken sollte dass man das auch anbietet verstehe verstehe ich könnte nein ich verstehe es nicht moment moment aber ganz kurz ich sage jetzt nicht dass die kabe zum beispiel tote oder kranke halt ich sage nur zum beispiel dass diese stelle was die gerade berühren das wissen jetzt nicht viele ok das wissen jetzt ein paar diese stelle ist für mich eine heilige stelle warum weil dort ist mein imam geboren wurde ein imam ist sogar niedriger als ein prophet bruder das stimmt nicht oder immer mal die ist doch nicht ist doch ist der höhe als propheten haben nein also das heißt er ist unter muhammad aber ihr tut es anbieten diese stelle weil immer mal die dort war oder du musst eine sache wissen wo der der prophet ist für uns der beste und der imam imam ist für uns besser als alle propheten außer dem propheten muhammad sondern siehst du dann tut ja nichts ganz ganz gut also wenn ich jemanden verehre okay und dem folge dann muss er etwas besonderes sein das heißt etwas göttliches an sich haben dass er von gott auserwählt wird wunde zu vollbringen und sachen zu tätigen wo eigentlich nur durch gott gemacht werden können also das heißt das geht sein aber jetzt was macht er da was macht er da bitte erklär mal den leuten was er da macht sei ehrlich ist es jetzt erfunden von uns was macht er da bitte erklär mal den leuten er wirft er steinigt den scheitern findest du musst du musst wissen was damit gemeint ist oder das ist das ist genauso hirngespenstig was er gemacht der onkel ist komplett ausgerastet wurde das ist links neben in abu barra aram fahr mal bitte fort ich wollte gerne wissen was du meintest jetzt pass auf und bei uns bei uns christen ich meine auch ihr glaubt ihr daran was jesus alles vollbracht hat auch tote erweckt krankige erlaubnis gottes moment nur gott kann über tod verfügen die olympiade bruder was ist das ist das ist das ist das kurs wurde diskus Es tut mir echt leid auf, aber der muss ich noch. Was warst du? Was warst du, so am Talen des Lebens? Sagen wir uns nur, Jungs, sagen wir wir uns nicht. Leute, bleiben wir mal kurz sachlich. Ganz kurz. Jetzt fahren wir mal fort. Jetzt fahren wir mal fort. Schau mal, lieber. Natürlich, durch die Erlaubnis Gottes können Propheten auch Tote erwecken. Ist richtig. Aber Jesus hat nicht gesagt, Gott, gib mir diese Macht oder mit der Kraft Gottes, sondern er hat über den Tod befohlen. Er hat gesagt, steh auf. Er hat befohlen. Wer kann denn über den Tod befehlen? Nur Gott. Absolut nur Gott. Und das sehen wir auch im Koran. Der sagt es ja auch. Bruder, mach weg. Mach weg nicht, dass sie dich sperren, Bruder. Und die ganzen Propheten bei uns, die ganzen Heiligen, haben Wunder durch den Heiligen Geist, wo sie verabreicht bekommen haben von Jesus, von unserem Gott. Haben sie sehr viele Wunder vollbracht und getätigt. Guck mal, die kann man ja, die kann man ja, die kann man ja als Beispiele nehmen, verstehe ich. Tut das flicke, ich muss leiden, tut mir leid, ich tun mir nicht. Guck mal. Was hat der gemacht? Das ist ein Zalaschnikkoch in seiner Hand oder das? Er schießt mit der Krücke, oder? Krank, ehrlich, so krank. Sorry, aber das ist wirklich Wahnsinn. Ich finde sogar mein Spaß, es ist wirklich Schlagsel. Ja, was machen die jetzt da? Schmeißen die jetzt auch wieder mit Steinen, oder? Wo da? Allah, alle. Wenn you have a person who uses it, it's shaytan. Ah, okay. Guck mal, alle lachen sich tot im Hintergrund. Die denken sich, guck mal, er hat keine Steine mehr. Er will wirklich shaytan töten. Guck mal, guck mal, guck mal. Als wär's ne Karaschnikkoch. Ja, Bruder, Haru, du weißt, nicht länger als 10, 15 Sekunden, gell? Sonst sperren die den Stream immer. Also, Leute, ganz kurz. Guck mal hier, der. Also, der für Instagram, wo er die Pose gemacht hat für Instagram, ne? Moment, und... Guck mal. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Die innere Dings... Wie heißt noch mal? Innere Erleuchtung, ne? Ich nenne dich Adelbeet. Adelbeet, hör mal zu. Oder? Wurde dein alter Akon gesperrt? Nein, nein, das ist mein Akon. Oder was ist das für ein Rose, Bruder? Ah, okay, okay. Oder was ist das für ein Rose? Die innere Erleuchtung, also bitte, ganz ehrlich, hey, es ist nicht böse gemeint. Also, es gibt Sachen, da kann ich mich nicht beherrschen, deswegen habe ich mich gestummt. Da muss man lachen. Aber wie gesagt, schau mal, mein Lieber, ich meine, denk's wirklich darüber nach. Ich meine, bei uns, wenn wir Heilige, sagen wir mal, verehren, die haben halt vieles vollbracht, die haben auch Kranke geheilt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich meine, das kann man ja nachweisen und beweisen. Aber ich meine, wenn die Muslime diese Steine da küssen oder diese Sachen tätigen, für was denn? Ich meine, weder der Ali, noch der Mohammed, noch irgendein anderer Imam hat irgendetwas auf diese Art und Weise getätigt. Jani Wunder vollbracht. Und von dem her, warum soll ich diesen Personen folgen und sagen, und sagen, behaupten, das sind die besten Menschen der Menschheit gewesen, Jani? Das macht keinen Sinn. Ganz ehrlich. Das macht keinen Sinn. Du hast diese Beweise nicht, aber ich habe diese Beweise für mich. Weißt du? Ja, dann erklär uns doch bitte auch, was Mohammed für Prophezeiungen erfüllt hat. Der Prophet hat viele Prophezeiungen und viele Wunder getan. Du musst eine Sache verstehen. Okay, du musst eine Sache verstehen. Welche denn? Welche denn? Ganz kurz. Ganz kurz. Als der Prophet seine Da'ua gestartet hat, hat er zu den Muslimen gesprochen. Ich bin Sahab Al-Da'ua und Ali ibn Abi Talib ist Sahab Al-Mu'ajizat. Okay? Das heißt, ich bin der Freund der Da'ua, der Mann der Da'ua und Ali ibn Abi Talib ist der Mann der Wunder. Okay? Diese beiden sind was. Das ist dieses Ganze zwischen den Muslimen. Okay? Das ist auch eure gute Seite gegen die Muslimen, weil bei uns ist Ali und Mohammed eins. Okay? Das heißt, wenn einer von denen ein Wunder vollbracht hat, hat der andere das auch getan. Aber mein Lieber, ich erwarte von dir, zu mir zu sagen und zu sagen, welche Wunder die vollbracht haben. Ich kann ja auch von mir behaupten, ich bin ein Prophet, aber mach nichts. Und ich sage zu euch, wir müssen nicht glauben. So. Wie soll das funktionieren? Außer ich ziehe ein Schwert und setze es dir an deinen Nacken und sage so, glaubst du jetzt daran, dann musst du halt sagen, dann wird er ja oder nein. Richtig. Das hat aber unsere Religion nicht getan, sondern die falsche Religion hat das getan. Schwert gegen den Hals. Das haben wir nicht getan. Und das gibt es bei euch nicht? So was gibt es nicht. Mit was? Mit was hat sich dann der Islam verbreitet? Der Islam hat sich mit Hass, mit Schwert, mit Blut und mit Zwang verbreitet. Innere, ganz kurz. Der Schiidentum hat nicht solche Sachen? Sehr ehrlich. Nein, haben wir nicht. Du hast, es hat, bei euch gibt es null, null Stellen, Verse, Quellen, ja, wo, 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 wo quasi auch in der Scharia nicht, dass jemand geköpft wird, wegen bla bla bla, wegen bla bla bla. Gibt es bei euch nicht. Nein, wir haben zum Beispiel eine Überlieferung, da hat eine Frau Unzucht begangen. Was passiert mit ihr? Und dann kam, und in dieser Zeit war Ali ibn Abi Talib ein Khalif. Und dann kamen die Leute und er versammelte alle Muslime. Und dann sagte er, das ist genau dasselbe. Er sagte, wer noch nie Unzucht begangen hat, soll einen Stein schmeißen. Alle haben diesen Platz verlassen, außer Ali ibn Abi Talib. Ja. Als Beispiel. Okay. Das heißt, bei euch gibt es quasi, keine Scharia, diese Scharia, diese Hadz-Strafen, okay, die darf kein Mensch ausführen. Okay, wenn ein Mensch dies ausführt, was man zum Beispiel in diesen iranischen Ländern, Saudi-Arabien oder sonst irgendwas sieht, das ist zu 100% nicht der Islam. Das ist jetzt deine Meinung. Nein, nein, das ist die Meinung des Islams. Nein, das ist deine Meinung, weil die Mehrheit der Schiiten ist nicht deiner Meinung, das weißt du selbst. Und die Sunniten sind sowieso nicht deine Meinung. Das heißt, über 95% teilen nicht jetzt deine Meinung. Aber es ist nicht schlimm. Ich rede ja mit dir. Es ist ja nicht schlimm. Wenn es deine Einstellung ist, dann finde ich es gut. Aber, ich kenne auch sehr viele Schiiten, auch hier, Bruder, und die haben mir selber gesagt, in der Scharia gibt es genug Stellen, wo getötet werden darf. Also als Strafen quasi. Richtig. Du sagst, warte, ich habe dich vorhin gefragt, du hast gesagt, nein. Nein, nein, ich darf nur kurz aussprechen. Bruder, wenn ich mich was frage, dann musst du mir gut zuhören. Guck mal, guck mal, Abu Hanja, guck mal. Ja, Bruder. Bei uns, die Scharia, bei uns schiitischen Muslimen, okay, wer darf so eine Hartstrafe ausführen? Kein Mensch, außer ein Ma'zum. Das habe ich dir schon mal erzählt. Wer ist bei euch im Ma'zum? Ich weiß, wer ist bei euch im Ma'zum? Und die dürfen das. Und die zwölf Imame. Und so. Man hört dich nicht, du hast kein Netz. Hörst du mich? Jetzt. Okay, du hast kein Netz, man hört dich doppelt. Geh mal raus, komme wieder rein, Bruder. Also, wunderbar, wir nix mehr. Amara, Medarbat. Rubio ist nicht. Rubio. Bissar, wie er. Aber, Dings, Bruder Harud, mach mal Rubio runter, wieder hoch. Weil, ich glaube kein Netz oder so. Ich sage, ich gebe Pause, Kaffee nur, fünf Minuten. So, aber Hanja. Ja, gerne. Ich habe eine Frage an dich. Ja. In der Zeit von Jesus, okay? Ich habe keine Zeit, aber heute bis später. Gott, bis sehen. Durfte jemand einen Menschen bestrafen, außer Jesus selbst, wenn es dazu kommen würde? In der Zeit von Jesus? Ja. Ja. Für was kam denn Jesus? Ja, für was kam denn aber Jesus, Bruder? Nein, nein, du hast mich nicht verstanden. Wenn jetzt zum Beispiel einer geklaut hat, wer richtet ihn? Jesus oder ein normaler Mensch? Ich sage doch gerade, die gehen nach dem alten Gesetz. Und laut dem alten Gesetz war was? Ja, ich höre zu. Ich habe gesagt, dass die haben dann die Strafen bekommen, entsprechend. Okay. Bei uns ist es so, dass nur der... Aber für was kam Jesus? Aber du sagst so gerade, aber für was kam dann Jesus? Jesus kam, ja, um die Gottesbotschaft zu verbreiten, für Kinder Israel, und auch für die Leute in Israel zu richten. Okay. Und was ist danach passiert mit Jesus, als er kam? Also was war so seine Botschaft? Er kam ja mit dem neuen Bund, oder? Du weißt ja, was der neue Bund und was der alte Bund ist, oder? Das ist, ob Mose, ob Jesus oder sonst irgendeiner, sie kamen alle mit derselben Botschaft, das ist nur ein... Das sagst du. Das sagst du. Guck mal, reden wir jetzt aus biblischer Sicht oder reden wir jetzt aus deiner Sicht? Nein, nein, wenn du nach der Bibel schaust, dann hat doch Jesus selbst gesagt, ich wurde gesandt und... Ja, aber ihr seht gesandt als Propheten. Deswegen frage ich dich, Jesus kam mit dem neuen Bund. Oder? Okay. So erklären es dir doch immer Christen, oder nicht? Ja. Und was ist der neue Bund? Erklär es mir. Wie oft haben das dir Christen erklärt, Bruder? Erklär es mir. Du weißt das, warum tust du jetzt so? Wir kennen uns nicht seit gestern, Bruder. Wir haben schon oft so... Du chillst immer mit uns, du weißt das. Guck mal, Bruder, guck mal, ich bin ehrlich zu dir. Ich erinnere, ich mag dich wirklich, du bist auch sehr korrekt. Ich will dir nur eine Sache erklären. Ich will dir nur eine Sache erklären, Bruder. Ich weiß, dass du eine andere Meinung hast, als die meisten Schiiten, das weiß ich, aber du hast vorhin, warst du nicht ganz ehrlich, als ich gefragt habe, was in der Scharia passiert. Ich habe dir gesagt, die Scharia darf nur von einem Imam ausgeführt werden. Nein, ich habe dich vorher was gefragt. Ich habe gesagt, gibt es bei euch irgendeine Stelle oder ein Vers oder sonst irgendwas, wo getötet werden darf unter bestimmten Voraussetzungen? Dann hast du gesagt, nein, nirgends, gar nichts. Und dann habe ich dich weiter und weiter gefragt. Nein, 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 nein. Bruder, guck mal, der Stream ist aufgenommen. Bruder, der Stream ist aufgenommen. Aber ich sage dir eins, ich will dich niemals fertig machen, weil ich mag dich. Nein, alles gut, aber so habe ich das gesagt. Bruder, du hast, doch, guck mal, die Leute kennen mich. Wenn ich was frage, dann frage ich sehr direkt und bewusst. Ich weiß, was ich dich frage. Und du hast gesagt, nein, nichts, null. Und dann kam ich immer näher und näher und dann hast du gesagt, ja, aber, also, alles gut, Bruder. Alles gut. Ich mag das, wenn ich mit Leuten spreche, auch respektvoll bleiben, dass wir miteinander lachen können. Bisschen Harmonie in der Stimmung, ist alles gut, Bruder. Kein Problem. Ja, alles gut. Harald, kennst du ihn noch? Ja, Bruder, natürlich. Ahl-Bait, Slave. Nein, Slave Ahl-Bait oder so, glaube ich, ne? Da richtig. Slave, aber Ahl-Bait, ja. Und eine andere Frage. Glaubt ihr, ihr glaubt ja, auch ein Jungkronen-Paradies, ne? Gibt es bei euch eine bestimmte Anzahl eigentlich? Ne, ehrlich. Sehr ehrlich. Bruder. Warum lachst du? Sag doch einfach. Bruder, du. Sei ehrlich, Bruder. Bruder, ich habe dir das letztens erklärt mit den Jungkronen. Nein, sei ehrlich. Guck mal, wir sind doch jetzt in diesem Stream. Ich will dich doch extra fragen, weil viele Leute kennen deinen Glauben nicht. Guck mal, keiner kennt Schiedentum. Voll wenig. Wir wissen nicht mal, was Schiedentum ist. So konservierten, fragst du, was ist Schiedentum? Keine Ahnung. Bruder, es gibt eine Sache, die auch gleich ist wie bei den Sunniten und zwar, dass Sunniten, Schieden glauben dasselbe auch, ja? Dass Allah ein junger Mann ist. Nein, das glauben wir nicht. Stachverallah. Ein junger Mann, Bruder. Nein, nein, Bruder, daran glauben wir nicht. Ich weiß, ich weiß, es gibt oder die eben auch dasselbe wie dasselbe sagen, wie ich mir wir glauben nicht an den Temien. Nein, mein Schieden, ich weiß, es gibt Schieden, die doch selber glauben, was er gesagt. Okay. Dass Allah ein junger Mann ist mit lockigem Haar, ohne Bart. Und er trägt ein grünes T-Shirt, Bruder, von Gutschis. Der sunnitische Bruder hat viel Eigenschaften. Aber es gibt eine sehr, eine sehr interessante Sache und zwar der Tawhid, die Gotteserkenntnis von den Sunniten und die Gotteserkenntnis von den Schiiten. Da predigt Ali ibn Abi Talib, wie man Gott erkennen kann. Okay. Und da siehst du den kompletten Unterschied neben einem Sunniten. Also ich bin ehrlich, euer Gotteskonzept und der Sunniten ist komplett unterschiedlich. Das gebe ich sogar zu. Ich habe viel mit Schiiten zu tun. Also euer Gotteskonzept ist wirklich anders. Muss ich wirklich zugeben. Ihr habt auch eine, eine andere Verständnis über die Imame und auch ein anderes Verständnis über die Stellung von Mohammed oder von Ali und so. Von allem. Ja, da muss ich ja auch von Gott. Darf ich kurz ein Beispiel geben, damit das für jeden klar ist. Okay. Bruder, zum Beispiel wir haben im Koranvers einen Vers, im Heiligen Koran haben wir einen Vers, der sagt zum Beispiel, dass Gott über seinem Thron ist. Okay? Ja. So. Was sagen die Tafsir der Sunniten? Die Sunniten sagen, ja, Gott hat einen Thron und Gott ist über diesem Thron. So. Die haben Gott was gemacht? Einen Ort gegeben. Richtig. Okay. Jetzt kommt unser Tafsir. Das ist dieser große Unterschied zwischen uns und den Sunniten. Unser Tafsir ist was? Als allererstes ist der Thron nicht ein Thron gemeint. Unsere Tafsir sagen, der Thron ist das komplette gemeint. Das komplette, wie nennt man das? Die komplette Existenz, das komplette Universum, das komplette Himmel. Alles damit gemeint. Nicht ein Thron. Und Gott ist über das. Du meinst, du meinst, die mein Wortwörtlich ein Thron auf den da drauf sind? Richtig. Die Sunniten sagen wortwörtlich ein Thron. Wir nicht. Wir sagen, der Thron ist alles und Gott ist über alles. Okay, das ist zum Beispiel, was euch unterscheidet, aber für mich persönlich, Bruder, ich nehme eher andere Beispiele. Zum Beispiel im Schiiten gibt es ja, ist ja die Gabe eines Schöpfers nichts Besonderes. Bei euch gibt es ja mehrere Leute, wo es schöpfen können, oder nicht? Was meinst du damit? Gibt es bei euch nur einen Schöpfer? Was meinst du mit Schöpfer? Du weißt schon, wo ich hinaus will. Gibt es bei euch speziell? Das meinst du, dass jemand erschaffen kann? Genau. Mit der Erlaubnis Gottes kann man erschaffen. Das hat zum Beispiel Jesus getan. Das ist bei uns auch. Ich will nicht auf Jesus kommen, Bruder, aber du hast es schon erwähnt. Ich rede gerade von unserem Glauben. Ja, ja, ich rede auch noch vom schiitischen Glauben. Bei uns im schiitischen konnte, das ist sogar eine sunnitische Überlieferung, da sieht Omar Ali ibn Abi Talib, wie er Erde in die Luft schmeißt und aus dieser Erde ein Vogel wurde. Oder wie er von einem Wald zurückkommt und dann sagt Omar zu ihm, ja Ali, was hast du in deiner Hand? Und er holt eine Erdnuss raus und sagt, ich habe sie gerade wahrlich erschaffen. Das sind sunnitische Überlieferungen. Alles gut, alles gut. Jetzt aus schiitischer Sicht aber ist bei euch wirklich, weil man sagt ja, ich glaube an einen Schöpfer und die Gabe, irgendwas zu erschaffen, ist nur Gott. Ja, nur Gott kann das machen. Das gewährt ja nur Gott, weil das ist ja eine Eigenschaft. Irgendwas zu schöpfen, das kann ja nur Gott, oder nicht? Nein, das Problem ist, Gott hat keine Eigenschaft. Wenn ich jetzt sage, Gott ist ein Erschaffer, okay, dann habe ich ihn in einem Kontext erschaffen. Warum? Weil wenn ich nur sagen kann, Gott kann nur das erschaffen, das erschaffen, das erschaffen, dann habe ich ihn begrenzt und unser Gott ist unbegrenzbar. Okay, aber der Schöpfer ist mehr als nur erschaffen. Aber er ist ein Erschaffer. Er ist der Beste der Erschaffer. Okay, das heißt, ihr habt mehrere, die erschaffen können. Richtig. So, findest du es aber nicht ein bisschen schick? Ganz kurz, er hat gerade gesagt, dass das auch im Koran steht, er ist der Beste der Erschaffer. Und das stimmt. Wir kommen gleich, ja, genau. Es gibt mehrere Erschaffer. Richtig. Aber es ist einer von Erschaffern. Richtig. Guck jetzt, pass auf, wo ich hinaus will. Und er weiß ja selber, ich weiß, dass der Ahl-Bait-Slave, der kennt sich gut aus mit seiner eigenen Relipe, muss ich zugeben. Und er weiß auch, wo ich hinaus will, Bruder, guck mal. Bei euch gibt es mehrere Erschaffer. So, das heißt, das ist eine Sache, die eigentlich nur Gott gebührt, aber ihr gebt diese Eigenschaft auch Menschen außerhalb, also beziehungsweise Personen außerhalb Gottes gibt ihr auch diese Eigenschaften. Und das ist im Prinzip Schirk. Nein, warum? Wir betiteln sie, wir betiteln ihnen nicht die Gottheit zu. Wir sagen nur, sie haben diese Gabe von Gott bekommen. Weil wahrlich, wenn Gott... Aber diese Gabe gebührt doch nur Allah, oder nicht? Weil Allah ist ja nur der einzige Schöpfer. Richtig. Aber wenn Gott will, dass sein Diener erschafft, dann geschieht es so Gottes Wille. Und wo ist der Sinn, dass Allah quasi, oder Gott jetzt in dem Sinn, jemanden quasi die Aufgabe gibt, ja, erschaffe mal. Wieso? Wo ist der Sinn? Um den Stellenwert dieser Person zu zeigen. Nicht jeder kann erschaffen. Ach so, nicht jeder. Richtig. Du weißt selber, für alle Zuschauer, die sich nicht so auskennen mit dem Schiedentum, also ich finde es sehr, 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 sehr interessant. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer hat die Welt erschaffen, oder als? Albeit. Gott. Nur Gott alleine? Ja. Sei ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Wer hat mit Gott zusammen die Erde erschaffen und alles andere? Gott selbst. Nein. Wer denn sonst? Was haben die zwölf Imame mit Gott gemacht? Das ist mir jetzt neu. Ja, was du? Hey, hey. Ich habe vor ein paar Tagen wieder mit Schieden geredet. Sei ruhig. Die geben es selber zu. Ich glaube, die Tür hat geklingelt. Er hat Pizza eingestellt, Bruder. Jetzt geht er weg. Ja, ja. Wie war deine Pizza, Bruder? War die gut? Alles gut, Bruder. Wenn du nicht antworten willst, darauf ist kein Problem. Nein, nein. Das war meine Antwort. Gott allein hat die Welt erschaffen. Also die zwölf Imame haben nicht mit ihm zusammen die Welt erschaffen. Hä? Bruder, wie soll... Warum gehst du nicht darauf ein, Bruder? Nicht wie soll. Ich sag dir jetzt. Wie sollen die zwölf Imame die Welt erschaffen haben mit ihm? Das will ich von dir wissen. Nicht du von mir. Ich sag dir jetzt. Ja. Gott hat doch die zwölf Imame erschaffen. Bruder, das musst du nicht mir sagen. Ich denke auch so. Wie geht denn das? Ich sag dir, Gott hat die zwölf Imame erschaffen. Wie konnten dann die zwölf Imame mit Gott bei der Erschaffung dabei gewesen sein? So, jetzt wird es interessant, Bruder. Genau, da wollte ich hinaus. Du hast vorhin gefragt, im Prinzip, ja, weil dann widersprichst du dich, Bruder, aber wir kommen dazu. Du hast gesagt, Gott, wenn er will, kann er zum Beispiel sagen zu Ali, zu Imam Ali sagen, erschaffe mal dies, das. Geht es, oder? Weil Allah will es ja. Mit der Erlaubnis Gottes geht alles. Mit der Erlaubnis Gottes. Wieso können jetzt die zwölf Imame nicht diese Erlaubnis haben? Weil sie dort noch nicht existiert haben. Das sagst du. Wieso sag ich nein? Nein. Weißt du was? Mache mir einen Gefallen, Bruder. Warte, ich folge dir ganz kurz. Weil jetzt habe ich dich. Aber Hanjar, warte, ich folge dir jetzt, Bruder. Nein, 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 Bruder. Dieses Thema besprechen wir noch mit anderen Schieten, die auch reinkommen. Weil dann habe ich dich, Bruder. Weil dann will ich echt sehen, was du dazu sagst. Gerne. Ja, weil du... Gerne. Ich ziehe den Anzug an für dich. Aber welchen, den grünen, Bruder? Oder den Mantel? Nein, nein, nicht den von den Tunitschen, Gott. Ich ziehe den Schwarz. Bruder, diese Therapie ist kostenlos, Bruder. So. Auf jeden Fall, Bruder, weil laut dem, wie gesagt, eigentlich alle Schieten. Aber wir nehmen jetzt mal dich, Bruder, als Beispiel. Nicht dazu, weil du kennst wahrscheinlich die Stelle gar nicht angeblich. Aber das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Weil du kennst dich gut aus mit eurer Schrift. Du weißt ganz genau, dass die zwölf Imame mit Allah zusammen die Welt erschaffen haben. Das weißt du ganz genau, Bruder. Und du weißt auch, dass Mohammed... Jesus sagt, der Schweigsame ist der Schlauere. Bruder, ich mag dich wirklich. Alles gut, Bruder. Egal, ich beende auch das Thema jetzt. Wir reden das nächste Mal, Bruder, wenn ein anderer dabei ist. Weil ich merke, vielleicht willst du es nicht darüber reden. Bruder, aber es ist nicht schlimm. Wirklich, ist nicht schlimm. Ich mag dich wirklich sehr. Wir reden nächstes Mal, wenn ein Bruder dabei ist. Also ein Schriftlicher. Aber wirklich, wo es sich auskennt. Wo es sich auskennt. Nicht irgendein Dschahel, wo du dich dann blamierst oder sagst, verpiss dich oder sowas. Ne, ne. Ich habe schon meine Leute. Okay, Bruder, sehr gut. Wir machen es anders. Rede mal über die Jungfrauen bei euch. Wie viele Jungfrauen kriegt denn im Paradies, Bruder? Bruder, dieses Thema hatten wir letztens. Ist doch egal. Guck mal, die Leute kennen doch deinen Glauben nicht, Bruder. Guck mal, ich sage dir eine Sache. Guck mal, die Leute, die gerade hier zuhören, okay. Die hören immer. Wir hören immer, der Islam, 72 Jungfrauen, wie ist das? So und so. Ich mache euch nur eine Sache klar. Okay. So. Die Araber damals, okay. Wir glauben daran, dass der Prophet zu das letzte Volk gesandt wurde, zu den Arabern. Okay. Ja. Und der Prophet sagt selbst in einer Überlieferung, wäre ich kein Araber, dann würden die Araber niemals den Islam annehmen. Okay. Das heißt was, guck mal, das mit den Jungfrauen oder sonst irgendwas. Wir haben dazu zig Überlieferungen. Der Prophet hat zu den Menschen immer nach deren Verstand gehandelt. Okay. Und leider Gottes war der Verstand der Araber. Früher waren die Araber, das kann keiner abschreiten, das waren Wüstenbarbaren. Okay. Das waren Götzendiener, Wüstenbarbaren, die hatten gar nichts. Du musstest denen schon die ganze, wenn du die Welt gebracht hättest, hätten die dir nicht geglaubt. Weißt du, wie ich meine? Man hat sie nicht schmackhaft gemacht, meinst du? Ich weiß schon, wo du dich noch bist. Das heißt, der Prophet oder was gibt es heute noch? Glaub mir. Das heißt, das weiß er auch. Der weiß es ja auch. Er will nur damit sagen, um die Araber zu gewinnen, ja für eine Sache, hat man denen quasi schmackhaft gemacht, ja, ihr kriegt Jungen, damit die sagen, Allahu Akbar, ich mach das. nicht gewinnen, sondern nach deren Verstand hat er geredet und gehandelt, dass die verstehen, die Araber hätten sonst nicht verstanden. Aber es gibt ein Problem, Bruder, bis heute noch glauben alle Muslime, egal ob aus Indonesien, aus Albanien, aus Marokko, aus Iran, egal woher, Bruder, die glauben immer noch daran. Okay, Bruder, wenn du dich mit dem Islam sehr beschäftigt hast, mit dem richtigen Islam, okay, dann wüsstest du heute als Muslim, dass das eigentlich irrelevant ist, weil es viel wichtigere Dinge gibt. Echt? Welche denn? Bruder, du bist kein Muslim, das kann ich nicht mit dir besprechen. Alles gut wohl, alles gut. Glaub mir, glaub mir, guck mal, zum Beispiel ich, okay, Bruder, ich beschäftige mich gar nicht mit 72 Jungfrauen, okay. Aber wenn es doch steht, warum antwortest du da nicht drauf? Okay, das steht da, aber ich beschäftige mich nicht daran. Warum? Weil ich habe das verstanden, wieso das dort steht und ich habe verstanden, dass es noch etwas anderes gibt als das, dass ich darauf hängen bleibe. Aber das gehört doch alles, guck mal, jeder Buchstabe in der Bibel ist für uns wichtig. Jeder Buchstabe, jedes Wort, jeder Begriff, alles ist wichtig, Bruder, weil wenn wir was lesen, dann müssen wir wirklich alles verstehen und wissen, warum, weshalb. Wenn du sagst, es gibt wichtigere Dinge in der Bibel, gibt es nicht, es ist wichtig, das ist nicht wichtig. Bruder, dann erkläre doch mal, was machst du mit diesen Jungfrauen, Bruder? Ganz kurz, was machst du mit diesen Jungfrauen im Paradies? Du sagst, es gibt, welche Anzahl gibt es bei euch erstmal? Bruder, ich gehe dich besuchen damit. Alles gut, oder kein Problem? Ne, ne, ich will dich nicht zwingen, Bruder, ich mag dich, ich will dich nicht zwingen, auf diese Frage zu antworten, alles gut. Ganz kurz, Bruder, Harrod hört mich. Bruder, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, schau mal her, ich bin jetzt wirklich einer der Ältesten hier im TikTok, also ich würde das schon gerne wissen, die innere Erleuchtung. Der will nicht, der will nicht, Bruder. Aber ich will echt gerne das wissen, ich meine, du überzeugt mich, vielleicht konventiere ich, weißt du, ich meine, 72 Jungfrauen, naja, da wird man schon ein bisschen, tja, nachdenklich, ne? Bruder, guck mal, wenn du den Islam kennenlernst, okay, die innere Bedeutung des Islams, dann stellst du dich automatisch darauf ein, dass du nicht ins Paradies willst, wegen diesen 72 Jungfrauen, als Beispiel. Du stellst dich darauf ein, wegen was Höheres ins Paradies zu kommen wollen. Weißt du, wie ich meine? Dieses Jungfrauen, dass der Prophet kam und zu den Muslimen sagte, wahrlich, es gibt Jungfrauen im Paradies, die beglücken euch, es gibt das hier, es gibt sowas, es gibt sowas, damit die dummen Araber verstehen. Bruder, du bist aber sehr nah, also ich glaube, du bist auf der richtigen, dass das dann eine Täuschung war. Obwohl ich mich gerade selbst beleidige, weißt du? Bruder, ich weiß, du bist aber schon auf dem richtigen Weg, Bruder, ich glaube, du wirst so Jesus noch finden, Bruder, ich weiß das, ich spüre es, Bruder, Bruder, das glaube ich von Jesus. Bruder, ganz kurz nur, ganz kurz, hier ist einer, ja, in den Kommentaren, Juan Umma, kannst du kurz hochkommen, Juan Umma? Ah ja, stimmt, aber der soll sein Schwert ablehnen. Komm bitte hoch, er ist ein Sunnite. Juan Umma, komm bitte hoch. Der soll aber bitte sein Schwert am erreichen. Weil ich mag nicht, wenn jemand irgendwie, Bruder, weil ich mag es nicht, wenn jemand so ein... Bruder, das ist ein Tastatur-Dschihad-Dschihad-Dschihad-Dschihad. Du bist immer dabei. Soll ich alle gleich mit Tamir. Jaja, genau, ich bin Tamir, der Lockenkorb, daran, dass dergott aussieht wie ein Marokkaner. Gebt ihr das mal. Glauben daran, dass dergott aussieht wie ein Marokkaner. Genau, wie Michael Jackson. Gebt euch das mal. wie michael jackson in den 80er jackson family aber malik du warst du vorhin oben kommt doch wieder hoch wir reden jetzt bist du dran komm mal hoch bitte aber malik du siehst ja wir reden sachlich die streiten uns nicht mit innere hast du gesehen mit den schiiten wir haben ganz normal geredet kommt doch mal hoch aber malik komischerweise reden wir mit den schiiten immer viel friedlich ist das entweder abo malik oder abo malik stimmt jetzt gibt es viele version genau kommen mal hoch wieso kommt jetzt nicht aber mal ich komme doch mal hoch nicht mit tasse du nicht viel kommentieren komm hoch nicht viel schreiben stell dich stell dich doch überzeugt uns doch wir möchten wissen wir möchten immer noch wissen wer aber wir möchten dein tawhid erklärt bekommen oder malik ich kriege dich nicht kommen kommen auch nur noch mal nicht schreiben sei nicht kommt hoch wo noch mal kommen wir wollen wissen wer weiß wer ist kennst du diesen riesig wie findest du ihn wenn ich fragen darf bist du so auf seine seite sage ich jetzt mal damit ich verstehe es gibt manche dinge da bin ich auf seiner seite uns gibt manche dinge da bin ich natürlich okay also er ist schon positiv sage ich mal neutral neutral ok ok kann man nur so die wissen danke dir wer ist der entgegner der ist krass bruder ja das krass also das ist ja hier sehr leute kommt sogar kommt doch ein bisserl hoch wie weiß nicht wir wollen echt überzeugt werden ich meine ist durch die ja nicht so schwer sein wir sind auch nicht wissend in dieser hinsicht sehr wenig also braucht es euch nicht ich meine zurückzuhalten kommt einfach hoch und wir schauen mal wir diskutieren ganz sachlich und wie gesagt also bei 72 jungfrauen wird sogar ich war stellt euch das luka luka nicht harrod seine uhr meine uhr hier ist laut dieses dick 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 dann hörst das ist so eine sonne ja oder das ist eine wie nennt man dass diese riesigen kennt diese riesigen uhr diese damals so ein schlösser und so da kommt doch hoch ja ist nicht authentisch wie oft willst du es noch sagen kommen doch hoch und du lässt dich doch wann umma warum schreibt ihr mir alle ranger ranger kommt doch hoch ich verstehe das nicht ehrlich uhr mit er sagen genau mit asan die kümmer machen wurde damit anfangen ja so bist du hast du gerade angehört lisa lisa harrod lisa ist gut ich weiß jetzt wir klären jetzt das ist genau so meine lieben ich hoffe man ist noch da aber haben es da ist noch da also das ist der hadith jamie atrimedi hat ist nummer 11 und wir lesen dort das eben umar sagte eines tages kletterte ich auf hafsas haus also auf dem dach von hafsar und sah den propheten wie er sich erleichterte also er war auf gut deutsch gesagt am kacken während er nach syrien schaute ascham ist syrien mit seinem rücken zur kabel wo ist jetzt hier die weisheit liebe muslimin besonders sunniten erklärt uns mal diesen hadith wo ist jetzt hier bitteschön der sinn welche was jetzt davon er kackt da oben er klettert und kackt von oben also richtig ohne sunniten erklärt uns das selbst dann muss ich wirklich verstehen bruder oder ich als muslim bin verwirrt richtig weil wo ist jetzt hier die weisheit dass man hört stellt euch mal vor gott bewahre soll mir verzeihen prophet moses klettert ja in einem gebäude und macht die hose runter und scheißt klettert jetzt kommt geist das ist eine lieblingsfrage genau ich komme ich komme genau zum richtigen zeitpunkt sehe ich genau richtig wurde das ist dein das ist dein lieblings hadith bruder und kann so kurz die ganze kurze internetseite zeigen nicht dass sie sagen dass es gefällt ganz kurz verstehe in der seite ist mossad.com mossad.com israel.com genau israel mossad genau die seite ist definitiv gefälscht da ich das hat nichts mit sonder zu tun überhaupt nicht richtig null israel hat alles bearbeitet wurde alles verfälscht israel spaß bei seite das ist so und hier sind fast alle hat diese nicht alle aber sehr sehr viele genau und der hadith ist nicht daiv sondern sahih möge gott die sunniten warum kletterte hoch kann mir einer erklären wieso ist der propheten hat das haus hoch geklettert hat hat von oben seine hose runter hat gekackt warum wieso ja aber kann ja ich hab dir doch gesagt diese macht gut egal lass diese wichtig ist warum richtung scherm geguckt dabei warum hat man scherm erwähnt genau warum hat er nach syrien geschaut während er am kacken war also was ist der grund warum nach syrien ok da schreiben leute weil er mal muss der russ oder ich habe hier sogar hinter harrod bruder ich hätte sogar akzeptiert wenn da drin stehe würde richtung syrien aber da steht explizit richtung scherm genau damaskus also richtigen gerichtung damaskus auch noch kompass er hatte ein kompass dabei und hat richtung damals sage ich mich bruder das und wisst ihr was wir machen es jetzt mal menschlich wirklich auch persönlich harrod wenn du mal trinken musst kletterst du da irgendwie in den ersten stock und kackst vom balkon aus oder auf jeden fall nehme ich mir nein so dann frage ich an alle verstehst du was ich meine also wo ist jetzt die logik bitte wo ist jetzt hier bitte die logik wie kann man an sowas glauben wie kann man so schämt euch schämt ihr euch nicht eigentlich so was zu lesen ja leute bitte macht euch gedanken ich weiß im inneren denkt ihr gerade scheiße scheiße was ist denn das ist ich weiß ich schämt euch das ist wortwörtlich der hat ist oder oder ich weiß es ich merke das ist ja wortwörtlich das wie du sagst ich weiß es bruder ich kann mal ich habe wirklich viel empathie und mitgefühl für viele glaubt mir ich weiß im inneren denken sich was ist denn das ihr wollt es aber nicht zugeben was ist was glauben leute stell dir mal vor bruder ich kletter nach syrien gebäude und kack von oben aber guck richtung berlin nein ich gucke ich gucke richtung berlin und mein rücken ist richtung wo hier richtung rom das ist sehr gute perspektive bruder hier seht ihr leute hier richtung syrien ihr guckt da und kack vom hoch aus sogar noch besser bruder richtig kann mir das jemand erklären bitte übrigens was ich noch sagen wollte da hinten ist warum kann uns keine antworten darauf bitte leute antwortet uns erklärt uns das bitte bitte welche weisheit haben wir jetzt davon welche weisheit bruder harold welche weisheit hast du jetzt von diesen hadith oder ich möchte immer noch wirklich sagen ich brauche wirklich diese antwort warum hat er nach der mazburg geschaut warum siehst du ich glaube schon seit wochen und ich gebe es manchmal oder du wirst keine antwort bekommen dieses buch ist voller lügen ist alles erfundene märchen und lüge richtig weiß was die letzte ausrede wäre von ihnen es war ein jude das ist alles gefälscht und das ist doch der letzte ausweg von den in welchem buch in welchem buch stand dieser hadith in buchhari in den kommentaren schreibt moha kontext moha kannst du hochkommen und erkläre uns mal wie man das verstehen soll wenn jemand von oben kacken will welchen konnte klopapier vergessen welchen kontakt ist es gibt es gibt sogar danach habe ich nur mal 12 und 13 gibt es direkt aufeinander folgen einen widerspruch und ich zeige das auch noch mal also in dem hadith nummer 12 sagt da ich ja jeder der sagt also jeder der zitiert jeder der sagt dass der prophet uriniert hat während er am stehen ist glaubt ihm nicht glaubt ihm nicht ja denn dort beliefen jeder der sagt dass der prophet rasulallah uriniert hat während er am stehen ist glaubt ihm nicht glaubt ihm nicht mal ein hat dies weiter steht folgendes oder ein versagte der gesamte allahs kam in eine leere gegen was von menschen einigen menschen genutzt wurde und er urinierte während er am stehen war er uriniert jetzt gibt euch das mal und welche weisheit haben jetzt davon bruder welche weisheit haben jetzt von diesen hadith dass er pissen musste aber auch ganz verstanden den kontext oder ich weiß wenn jemand sagt dass er im stehen uriniert glaubt ihm nicht ja aber das ist ein lügner also ist ein lügner und wo die versagt er hat im stehen und der ist hat er da ist richtig und woanders schreibt sie wenn jemand im stehen bis so und so und oben steht er hat im stehen gepisst er was wir nicht vorwärts gegen einander oder gegenseitig entweder wahnsinn aber oder kann es sein dass es in diesem buch nun fikalien geht ja meistens wurde ich finde das größte problem das größte problem das islam und koran besteht darin dass alles was da drin steht das irdisch ist dass da ist nichts himmlisches und genau im gegenzug die bibel es ist alles himmlisch sehr viel himmlisch nice guy gott segne dich nice guy ich habe eine frage um was geht es hier wir können gleich noch mal das thema aufmachen harrod bruder bauer zieht jetzt einmal die quelle noch mal für den nice guy mr nice guy wir zeigen jetzt kurz die quelle also nur mit quellen natürlich ist besser als dir irgendwas zu erzählen kannst du englisch ganz englisch normal kann schenken schon okay dann ließ mal bitte vorher auf englisch alles ist nicht so meine stärke aber ich verstehe schon okay möchtest du vorlesen oder soll ich wollen wie du willst bruder mach du dann okay ich übersetze ich bin umar sagte eines tages kletterte ich auf hafs das haus und ich sah den propheten wie am kacken war während er nach damaskus schaute mit seinem rücken zur kabel ausgerichtet was sagst du dazu und ist der nice guy und ist das ist der meiste ich will einfach nur sagen dass vor der schöpfung von allem nur gott gab und kein jesus nach der weltschöpfung kam erst die man so kannst du darauf antworten kannst du darauf antworten was hat es jetzt mit dem zu tun nice guy nice guy nice guy warum ist jetzt weg bruder da war genau so schmierig wie seine frisur bruder so wahnsinn ich bin zehn ja genau wie peinlich wie peinlich bruder wie peinlich oder du musst ein bisschen den soliten hoch holen damit es interessant wird das ging oder wir nehmen jeden hoch dass ich wir fragen immer kennt euch aus einer sagt ja ja oder wie alt sind ja aber guck mal ist doch nicht normal bruder aber du gott segne dich ich finde das so krass lustig wie das rüber bringt wirklich ich lache mich so tot aber du wurde herz das ding ist wichtig ist immer dass man sachlich bleibt weißt du nicht für beleidigt oder sowas aber das ding ist bleibt sachlich aber aber man kann einfach nur lachen bei diesen her diesen man muss eigentlich das sind nicht wir richtig das sind die hadith oder du hast es genau erfahren das sind die hadith aber du kannst du uns erklären vielleicht aus deinem verständnis was hast du verstanden wieso was ist die weisheit dass er hoch klettert und runter kackt vielleicht oder vielleicht wollte er nicht dass die menschen sehen also wenn ich kacken will bruder ich komme irgendwo aus afghanistan syrien wo auch immer bruder dann gehe ich weiß wo hinter dem haus mich verstecken aber nicht hoch klettert oder ich stelle mir das gerade bildlich vor oder du machst mir kopf kino ein erwachsener mann klettert und kackt darunter das kann das kann das kennt ihr mal vor jetzt stelle mal vor wobei besonders bei den leuten aus dem orient bruder wollte aus dem orient ja jetzt kannst du vorstellen er zieht seine hose runter komplett behaart bruder und kackt einfach hoch von oben du siehst komplett alles das ist doch nicht normal oder das ist doch beschämt darunter schmeißt man klopapier hoch steht ihr mal vor der klopapier und ich so jalla tag oder nein scheiße ich hab's nicht gefangen oder die sache ist muslime sagen ja immer dass sie ihren hintern mit wasser sauber machen richtig angeblich aber da steht im hd ist jetzt nicht drin dass der wasser mit oben also hat er seine hose hochgezogen nach dem kacken oder das ist ein problem vielleicht haben diese ganzen überlieferungen sind nicht islamisch wir sind alle teuflisch das problem ist oder ich weiß dass wir uns sind sind es auch teuflisch aber das problem ist über eine milliarde als 1,4 milliarde glaubt ihr daran oder 1,2 sind es glaube ich deswegen deswegen sollte man nicht der mehrheit folgen sondern der wahrheit nein oder die glauben nicht daran die kennen sich einfach nicht aus die befassen sich gar nicht damit oder die wachst oder ein muslim wenn ein muslim sich mit dem islam wirklich befasst sich hinsetzt alles aufschlägt dann wird der christ nein da wird er schon checken was die wahrheit ist okay genau aber ein sunnite der liest und dass sein profit hat und das ignoriert dann wird der niemals recht geleitet sein wir haben einen neuen gast cherry was möchtest du mitteilen nee nichts koran ist einfach unglaublich was meinst du damit was ja es ist halt ähm krass was da ansteht was das das war dies was denn zum beispiel ja sonder was weiß ich hat dies alles was da drin steht oder die frau von sherry war ja sechs jahre alt fand ich einfach krass sherry welchen herren dienst du jesus christus okay sherry eine frage als du als wir gerade eben vorgelesen haben über diesen hadith mit dass er von oben dass er quasi geklettert ist auf hafzars haus und dass er quasi dann gekackt hat was sagst du dazu eigentlich was für eine weisheit ist steckt dahinter ich hab das ehrlich gesagt gar nicht verstanden ich erkläre ich dir jetzt stell dir mal vor der prophet klettert hoch ja oder dein dein mann klettert in deinem heueren haus ihr habt im bungalow ja ihr habt ein bungalow dein mann klettert hoch und du siehst du siehst ihn wieder runterkappt und sagst hey hallo was machst du was würdest du in dem moment denken über ihn hat doch nicht alle tassen im schrank oder ja nicht schön auf jeden fall nicht 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 schön aber du hast doch gesagt dass mit ihm irgendwas oben nicht stimmt oder würde ich auf jeden fall sagen ja und stellen jetzt mal vor stellen vor dass es nicht nur dein mann sondern ist der prophet ist ja doch noch heftig oder so das ist echt krass es gibt es gibt doch tausende dinge es gibt tausende dinge die da stehen ich habe ich komme nicht mehr hinterher es ist einfach so viel und wenn man ja halt quasi klarheit spricht und ein moslem halt darauf anspricht und sagt hey hier ist die wahrheit liest das und er sagt nie das stimmt nicht so und du lügst und das ist falsche übersetzung und arabisch ich sage ich ich lese das auf arabisch und er sagt nee ach das ist hoch arabisch und das muss so und so sein und deshalb aber bibel beziehungsweise es ist ja so ne bibel kann man auf jede sprache lesen kurdisch arabisch weiß ich nicht deutsch was du willst es ist einfach alles gleich alles alles bedeutet einfach alles gleich aber bei koran plötzlich links wurde zu rechts 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 ist irgendwie oben und oben ist keine ahnung auf jeden fall ist wichtig ist genau wichtig wichtig ist wir reden nicht irgendwie irgendwas erfunden ist und wir zeigen immer die quelle weil das ist wichtig weil sonst heißt es immer wir reden aus unseren gelüsten erfinden etwas wie lügen oder sonst irgendwas wichtig ist immer wie bruder harrod und ich ja immer zeigen wir die quelle arabisch untertitel ist arabisch oben ist englisch damit es nicht heißt arabisch nur auf arabisch gut arabisch steht unten für die leute damit ich jedes mal irgendwelche ausreden haben mit er arabischen arabisch kann man nicht übersetzen und danach habe ich deswegen ist die quelle sehr wichtig und die einstufung von diesen hadith steht auch da sei weil sherry es gibt drei variationen die heißt schwach es gibt ja auch einer dienst wo drin steht dass da mit mehreren also mit mehreren frauen einer nacht geschlafen hat und sich nur einmal gewaschen hat man muss mich ja nach jedem schlecht verkehr nach jedem akt muss man sich eigentlich waschen richtig sehr gut das war ein sehr sehr guter punkt oder genau also hatten einen an einem tag über zehn frauen auseinander genommen so gesehen es schafft auf jeden fall das ding ist stimmt herr bruder ich sage die geschichte ist einfach nur wahnsinn weil weißt du wie müde man dann ist und er hat sich nur einmal gewaschen gar nicht wollen mit das ist ja genau richtig richtig genau voll mit bakterien und alles mögliche so genau es gibt drei variationen von diesen haditen von diesen überlieferungen es gibt da steht für schwach überliefert da gibt es hassan hassan heißt so wie mittel ist so ist schon authentisch ja es ist gut glaube ich ja so gut mäßig aber stellt sich noch mal so mehrere frauen in einer nacht wie hat er das gemacht fünf minuten die eine dann hat sich die andere angestellt und dann machen wir gleich machen wir gleich ich erkläre kurz hier über diese einstufen da machen wir das gleich kein problem dann reden wir gerne darüber und sehr intensiv gleich so sehr intensiv so auch biologisch komme ich auch mit fakten gleich so dann gibt es die dritte variation das ist die höchste einstufen das ist so wir nehmen meistens so gut wie es geht immer nur dieser damit keine ausreden gibt das heißt diese drive und hassan also da ich mir komplett vermeiden da ich habe gar keine quellen von da wahrscheinlich auch nicht bruder harrod oder geht paar stück überlieferung oder fast keine ja ein paar ja also ich habe so gut wie gar kann ich habe glaube ich nur zwei oder sowas also ich vermeide auch warum weil die haben ausreden ja das schwach überliefert so ich habe meistens nur sahe damit die nicht wegrennen und sagen ist nicht authentisch ist nicht authentisch doch sagen wir können die nichts sagen so das sind die ich will damit erklären das was du gelesen hast das wasser hier kommt die frage welche weit haben wir jetzt davon dass er jetzt hochgeklärt hast und gekackt hat das ist welche weisheit da oben gekackt jetzt steht immer vor da ein erwachsener mann der macht die hose runter und sagt ballack wie so eine taube ja derjenige wo unten war das ist doch nicht normal das ist zu dem lieber komm mit die frauen wie kommt es das mohammed 45 frauen 4 13 13 glaube ich meine mehr als 13 und auch ganz viele sklaven ja das mit sklaven ach das er hat sich jede genommen die die ihm gefallen hat das stimmt nicht richtig ehrlich das stimmt nicht ich kann ja auch ein beispiel sagen ich kann dir noch oder du bist als schiite ganz kurz wartet als wir ihn aus solitischer sicht ganz der bruder sagt dann bitte so lieben sagt mich muslim ach so ja auch so nirgendwo ist ok ok solitischer das ist sehr sehr wichtig bitte oder harrod dann versuchen weiter zu reden weil ich jetzt jetzt falafel bruder redet immer ein bisschen weiter die ganze geschäft führen und dann ist er mir verlaufen ja kein problem er muss wahrscheinlich essen gehen ich werde mal kurz den in hat dies zeigen worum es gerade ging was der auto vorgeschlagen hat beziehungsweise was er genannt hat so damit sie auch wissen beziehungsweise was sie glauben die sonniten sind die noch da ist worden um aber da ich würde mich freuen wenn ein sonnit hochkommen würde ich mit dem bisschen diskutieren gucken ob er noch da ist aber mal liegt mit so hochkommen mein lieber ich schicke meine einladung vielleicht eingeschlafen der bombastisch der dürfte auch ein sonnit sein zu dem mal bitte einladen um hoch herz und ich zeigte den wahren islam ich gehe dann raus damit die anderen hochkommen weil ich weiß nicht so ist dann gottes segen gute nacht aber ich bin dann tschüss ja tschau 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 als der schweiz hört sich an wir haben die und anna tolla ala hamdi das ist ja wir haben die aber bombastisch kommt doch hoch mensch wie weißen nicht die tun und diskutieren nichts anderes und wir sind definitiv sachlich absolut so ich glaube heute hören die meisten zu keinem problem so lang eben magia dies nummer 588 es wird zitiert von annas der profit ja schlief mit seinen frauen und badete sich nur einmal aber wie hat er das gemacht hat es so eine genommen so fünf minuten und dann die nächste oder das ist fragwürdig ja nee bei zehn oder elf oder zwölf frauen oder 13 frauen die haben ja nicht alle nebeneinander die waren ja nicht alle nebeneinander einer da gewohnt einer da gewohnt oder erst mal fünf minuten mit der dann der nächsten und nach der fünfte hat er sich wahrscheinlich gewaschen und dann weitergemacht oder sagen wir mal er hat eine stunde wurde seine kamer stell dir mal vor oder so 15 minuten dann 15 minuten pause und das zehnmal krass da kommst du insgesamt auf das ist ein wunder des propheten dass er so lange durchgehalten hat glaube ich du kommst du kommst du kommst insgesamt auf 150 minuten aktionszeit und 150 minuten pause zeit und in stunden gerechnet sind das ungefähr zwei stunden aktionszeit und zwei stunden pause plus er muss ja noch hin und her gehen die ganze zeit also war der die ganze nacht beschäftigt wurde hin und her zu gehen von einer frau zu anderen wie heißen diese blauen film noch mal die man nimmt wenn wie heißt es noch mal wie alt hat er glaube ich genommen oder er hat datteln genommen dafür datteln und wurde er wenn er zwei drei vier stunden unterwegs war musst du dir mal vorstellen er hat übelst geschwitzt er war überall voll mit flecken er war voll am stinken und er durchgezogen er hatte eine mission ja ja gleich wo ich was zeigen warte so das sind falafel bruder mache ich mal groß damit alle leute gucken oder wir haben alle eben gedacht du wolltest dich zeigen bruder guck mal das ist die soße danke bruder das ist die soße eine spezielle soße für falafel falafel das hier noch dazu bruder alles hier drauf ja das ist halal bruder alles halal bruder hast du bismillah gesagt bruder das schmeckt so gut ich weiß nicht nix 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 original original ich denke immer an die fauber oder ich muss wirklich mal wir müssen wirklich mal oder ich kann vorbei kein problem kein problem erst gerne gerne oder herzlich willkommen danke ich komme zu fuß bruder mit dings mit mit jala war und schlappen ich zieh mein jala an und mein eigenes brach kommst du auf einem esel genau mit brach mit airlines brach airlines komm ich angeflogen wahnsinn brach express bismillah unglaublich oder möge der jesus christus die stecken oder seine familie derjenige der das essen gemacht hat die hände abu hanja aley salam kannst du eigentlich arabisch oder aber mich abdu Ich bin imam, Bruder, ich bin imam. Ich bin von der SAW-Radio-Station aus Mekka. Ich bin imam, Bruder. So, ihr Lieben, wir haben hier noch knapp 250 Leute. Gott segne euch, ihr Lieben. Gott segne euch. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zuschaut. Danke, dass ihr unterstützt. Das liegt bei euch schon in eurer Familie. Genau. Also, wir lieben euch, weil ihr den Herrn Jesus Christus liebt. Und die, die noch nicht den Herrn Jesus Christus lieben und ihm folgen und ihn angenommen haben, wir bitten euch, dass ihr auf ihn sucht, ob er wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und, so wie er es versprochen hat, dass er auf seine Kinder aufpassen wird. Amin. Und, also, Sanjay, Bruder, du hast nur, du hast nicht so gutes Netz. Nur ein roter Balken, Bruder. Woran liegt das? Bruder, ich weiß es leider nicht. Wahrscheinlich hier im Netz ist es nicht so gut. Vom Nachbarn, weißt du? Sag mal deinen Nachbarn, ob der sein WLAN bezahlt hat, diesen Monat. Und an alle Muslime, ich habe mein ganzes Leben lang... Bruder, ich glaube nicht, deswegen wahrscheinlich. Das ist reduziert, ne? Okay. An alle Muslime, ich habe mein ganzes Leben lang Allah angebetet und ich habe mich noch nie in meinem Herzen freigefühlt. Seitdem ich Jesus anbete, ich fühle mich so frei. Ich fühle etwas, was ich noch nie gefühlt habe. Amin. Gott, es segne euch. Gott, es segne euch. Gott, es segne euch. Bruder, kannst du vielleicht, Abdou, wenn du möchtest, willst du mal dein Zeugnis hier uns mal erzählen, wie du zum Herrn gefunden hast? Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Bei Harut. Ja. Ja, das stimmt. Wurde ich gerade eingeladen? Nein, du hast eine Einladung geschickt. Sherry, du hast eine Einladung geschickt. Abu Kanjar. Sherry, brauchst du mal ein Ex-Muss denn? Nein, Mann. Ich spreche die Sprache von Jesus. Was Ex-Muss? Sherry, willst du uns was sagen? Was denn? Willst du uns irgendwas sagen, Sherry? Oder wolltest du eigentlich nur noch mit mir reden? Ja, ist so. Was denn? War scheiße halt, ne? Sherry, du weißt, dass du hier beim letzten Mal schon heftig gefeiert wurdest, ne? Nein, hallo, das war, das war gerecht. Nein, du wurdest hier heftig gefeiert. Mich hat das einfach richtig, richtig aufgeregt, dass das halt, ne, so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür eingesetzt. Okay. Ich habe Anfragen geschickt, ich habe euch ein bisschen, ja, ein bisschen angemacht, aber das war jetzt nichts Schlimmes, oder? Nein, nein, ich wollte nur sagen, du wurdest danach gefeiert. Sherry, Sherry, Lady. Krass. Ähm. Seid ihr Ex-Muss jetzt? Sherry, Sherry. Ich bin Ex-Muss. Krass, ey. Bruder, du bist der Ex-Muss denn, ne? Ja. Was ist, wie diese Geschichte war, dass, äh, Mohammed, äh, mit einem Esel durch irgendwie Himmel geflogen ist, um so diese Gebete abzuklären? Äh, ach so, das habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, worum es da genau ging. Bruder, aber mit Esel. Haben mich schon öfters gezeigt, Bruder, haben mich schon öfters gezeigt. Aber warum mit Esel, Bruder? Bruder, das war... Mit Raketen im Arsch, oder so? Ich habe jetzt gehabt, so Esel. Gott segne euch, ich bin nur deswegen hochgekommen. Gott segne dich, Bruder. Der Herr ist, wenn ich muss. In Gottes Segen. Sherry, du hast, äh, Sherry, du hast Heiratsantrag bekommen von den Leuten. Ja. Oh Mann. Ich heiße gar nicht Sherry, ne? Nur so. Ja, du heißt Maria, glaube ich, ne? Ah, ja, nein. Auch nicht. Okay. Läuft bei dir. Zwei Namen. Sherry, Maria. Warte, ich muss nichts trinken. Ne, jetzt mal ehrlich, ähm, was seid ihr für Landsmänner? Aramäa, Assyrer oder? Pakistaner. Pakistaner, Aramäa. Der eine ist, glaube ich, Kasachstan, oder was ich sage? Ja, halb Kasach und halb Kigise. Und ich bin, ich bin, ich bin der Horst. Ich bin der Horst. Ich bin ursprünglich aus Armenien. Armenien? Genau. So, ihr Lieben, wir haben noch 200 Leute hier. Wahnsinn. Um die Uhrzeit. Was heißt Uhrzeit? Das ist noch nicht so spät. Habt ihr noch Vorschläge oder Fragen? Ähm, habt ihr Fragen zu der Bibel? Habt ihr Fragen zu dem, ähm, zu dem Koran? Beziehungsweise wollt ihr, ähm, irgendetwas aus, äh, den Hadisen vorgelesen bekommen? Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, dass wir für heute so langsam, langsam, ein bisschen früher Feierabend machen, weil ich muss mich auch ausruhen ein wenig. Sonst machen wir hier wieder bis zwölf Uhr, ein Uhr. Ähm, ansonsten würde ich mich dann kurz fertig machen. Mich ein wenig ausruhen und ja, ja, Jojo, was heißt so früh? Ähm, ähm, gestern, beziehungsweise gestern die Nacht war ich bis vier Uhr noch, äh, live nach der kurzen Pause. Ihr könnt mir natürlich, wenn ihr mir folgt, wäre, wäre super, dann könnt ihr immer am Ball bleiben. Ähm, ich bin dann bei anderen Geschwistern meistens noch online und wir machen dann weiter. Nur dann bin ich halt als Gast und trage halt nicht die gesamte Verantwortung. Und falls ich irgendwie einschlafe, was natürlich selten passiert ist, dann, äh, genau, äh, bin ich sozusagen auf der sicheren Seite und muss mich dann noch um den Stream kümmern, weil wenn ich einschlafe hier mit meinem Stream als live, kann ich niemanden mehr hochholen. Ah, gut, kannst du am Ende noch Philippa, äh, Kapitel 2 lesen? Natürlich, am Ende. Das ist Gottes Wort, Bruder, wir lieben den Herrn. Mhm. Und, ähm, bis Vers 11. Bis Vers 11 ungefähr. Joreal-Test schreibt, prüft alles, ganz genau. Thessalonica 5, 21. Natürlich, alles prüfen. Richtig, Joreal. Und die Geister prüfen, ne? Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus im Fleische gekommen ist, ja, der hat den Vater und den Sohn, wer das nicht glaubt, der ist der antichristliche Geist, ganz einfach. So, und ich hoffe, ihr habt ein paar Geschwister, für die ihr aktuell beten könnt, nachher, für die ihr, für eure Familienmitglieder, die nicht gerettet sind, die nicht gläubig sind, für Leute in eurem Umfeld, für Leute Nachbarn, geht auf die Knie bitte nachher, betet für diese Leute, betet für die Streamer, die alle Streamer, die hier sind, ähm, betet, dass Gott das, äh, lenkt und führt, die Gespräche, dass das wenigstens, also das soll ja Frucht bringen, Leute sollen zum Nachdenken kommen und ihren, ihre Religion verlassen, beispielsweise den Islam, ähm, beispielsweise Hinduismus, Buddhismus, heidnische Religion. Danke, liebe Schwester. Ähm. Ähm, das soll, das soll Frucht bringen, weil was der Herr gemacht hat, kann nicht zerstört werden, wenn das von ihm ist. Sein Ministerium oder beziehungsweise Evangelium zu verbreiten, liegt in jedem von uns in der Verantwortung. Weltkrieg. Und, ähm, ich möchte euch ermutigen, auch, äh, YouTube-Kanäle zu machen. Das dauert wirklich nicht lang und hier die ganzen TikTok, ähm, Videos, wenn ihr wollt, aufzunehmen und das zu schneiden, die Gespräche und dann hochzuladen. Es reicht ja schon, wenn einer oder zehn oder dreißig Leute das schauen. Hauptsache, sie erfahren, äh, von dem Evangelium, von den Gesprächen und gerade in dieser Zeit, der Herr hat ja gesagt in der Bibel, dass am Ende der Zeit der Heilige Geist ausgegossen wird, auch auf ganz viele junge Menschen. Was ist damit gemeint? Ja, wir leben in der Zeit, wo es Internet gibt. Und jedes Kleinkind sozusagen, kann schon sozusagen hier live dabei sein oder mithören oder sich informieren mit YouTube. Und wir können uns vernetzen durchs Internet. Deswegen ist es sehr wichtig, dass so viel evangelistisches Material wie möglich, natürlich nur biblisch, ja, äh, verbreitet wird. Und jetzt lese ich, wie der Bruder gesagt hat, seinen Wunsch sehr gerne, damit wir zum Abschluss Gottes Wort hören. Weil Gottes Wort ist, Heilung, Zurechtleitung, Liebe, Gerechtigkeit, Gnade und Ermahnung, alles in allem. Und jetzt werde ich die Schlachterübersetzung lesen. Das komplette Kapitel von Philippa Brief. Kapitel 2. Ich öffne es jetzt ganz kurz. Und dann können wir lesen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herrlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Lieben, wie ihr allezeit behorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, unteilige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens darbietet mit zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und den priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus, bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allem und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erwarnt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Damit ich nicht mein Betrübnis um die andere hätte, umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Was für eine schöne Stelle, die so ermutigt, dass wir erkennen, dass wer der wahre Gott ist, der Herr Jesus Christus und dass wir an ihm festhalten, ist die Gnade, die Gott uns schenkt. Und ich hoffe, dass ihr Gemeinschaft habt mit ihm jeden Tag, das Wort liest und im Glauben wächst. Und ja, möchte euch segnen. Danken, dass ihr da wart. Amen. Gott segne dich, Herr Rud. Gott segne uns, ihr Lieben. Danke. Gott segne euch, ihr Lieben. Bis später, ihr Lieben. Schlaft gut, beziehungsweise bis später. Gott segne alle, die hier unterwegs sind. Und meine, unsere lieben Muslims genauso. Also wir machen da keinen Unterschied. Genau. Gott segne euch alle. Gott segne an alle, die uns hier unterwegs sind. Gott segne auch du. Gott segne Sherry. Gott segne Leo. Aram. Und alle, die hier sind, Gott segne euch jeden Einzelnen. Schöne Amen. Jungs und Mädels, also Brüder und Geschwister, betet auch für die Muslime, dass sie zum Herrn finden. Gott segne. Das machen wir auf den Knien. Gott segne. Gott segne.